Juhu und alle Willkommen zum epischen Finale von Pokemon Vlatin Solings und Venture Meister mit Trikofu! What up gamers? Wir sind hier im Pokemon Center, offensichtlich. Wer hätte das gedacht? Genau, unser Team ist da. Unser Team ist da, immer noch eins bereit und natürlich Peter. Peter ist im Team. So wie bei den Katapra im Team ist. Es ist halt da. Kommt heute das Mewtwo, wir hoffen es. Es muss heute noch kommen, wenn es nicht kommt, haben wir unseren Soll nicht erledigt. Genau. Unser To-Do für heute ist quasi 8. Arena und Pokemon Liga und dann werden wir schauen, welches Pokemon wo kam. Wo müssen wir jetzt lang? Ich muss auch nach unten. Du musst nicht mal fliegen oder so. Wir laufen jetzt einfach hier nach unten, dann müssen wir aber nach rechts abbiegen. Nach Sonnewick. Oder wie es die Stadt heißt. Was? Ja, einfach null. Hast du denn den Bären abgeholt? Das fällt mir grad so ein. Aber du hast das letzte Mal schon gemacht. Ah, jetzt biegt mir hier ab, in den Frühlingspfad, korrekt? Der war auch mit was auch immer vorher versperrt war. Jetzt bin ich in der Scheidung. Oder bin ich irgendwo gerade Secret abgebogen? Moment. Ich glaube ich bin falsch abgebogen, kann das sein? Karte? Äh, ja ich bin vielleicht abgebogen. Ich bin in irgendeinen Secret Trick rein. Okay. Das wäre sogar eine neue Route gewesen. Der Frühlingspfad rüber. So, ich bin wieder da. So. Kühnheitsüber. Ah, kein Encounter, perfekt. Ah, jetzt der Typ, der halt einmal... Butch Encounter gibt's ja eh nicht. Ja. Warte, 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 warte. Ich glaub glaub, ich meine dich. In Sonnenliegen gibt's... In den Entstreuern befindet's halt Infopapa. Mann, hab ich irgendwas vergessen? Vielleicht müssen wir zum Professor? Äh. 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 Vielleicht müssen wir zum Professor? Oh boy. Wir sind so... Wir sind so Prost. Ne, Lina kann ja ganz stark. Jetzt kann der Peter. Also ich weiß nicht, ob wir zum Professor müssen, ne? Na, fliegen wir mal hin in der Sandgämme. Ja, müssen wir. Warum sind wir eigentlich eigentlich sofort nicht geflogen? Wie? Was? Letztes Mal. Sind wir nicht da rausgekommen? Ja doch, wir sind doch da rausgekommen. Dann sind wir da hochgelaufen. Ja, okay. Ich klicke jetzt erstmal durch wie du wahrscheinlich. Yay. Letztlich. Oh, der ist 60. Okay, gut zu wissen. So. Man wird hier so zugequatscht. Ja. Ich hab 137 Einträge. Sieben Stücke, ja. Ich hab 140 oder so. Bäm, 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 bäm. Okay, jetzt dürfen wir dorthin, ne? Ah, ich muss nochmal meine Bären abholen. Ja, das hab ich doch vorhin gesagt. Echt? Hab ich gleich nicht bekommen. Ja. So, Peter, unser vor allem Sklave. Er kann einfach alles. Nein, ich kann nicht ans Kühnersuhr fliegen. Das macht mich depressiv und traurig. Tada. Nein, ich muss die gießen. Warum muss ich die gießen? Ich hätte die gießen müssen. Die sind nicht fertig. Oh, shit. Na ja, dann kannst du ja gießen in ein Haus gehen, dann die Zeit mal kurz umstellen. Oh, ich möchte nicht meine Windows-Seite umstellen. Dann musst du ein neues Datum auf morgen stellen. Mehr ist es doch nicht. Dann pflanzst du die und gehst in ein Haus und dann machst du wieder rückgängig. Machen wir erstmal die Arena. Okay. Vielleicht sind sie dann noch fertig, ne? Ich glaub es zwar nicht, aber... Warum hast du diesmal so lange gebraucht? Letztesmal ging das voll schnell. Ich hab keine Ahnung, weil... Oder war es jetzt, weil wir zwei Tage weg waren. Ich überleg gerade selbst. Jetzt ist der Typ sogar... Der Typ ist verschwunden einfach nur, weil wir über den Buch gesprochen haben. Rote 22 an theoretisch ein neuer Encounter, ne? Gut. Wenn da halt irgendein Shit bei mir kommt, werde ich es halt vernichten. Ein Abraaa! Oh mein Gott. Ich glaub er 39 ist... Genau sowas. Das könnte ich direkt zweimal entwickeln, ja? Stimmt. Aber ich werde aus meinem Team nichts raus tun. Ich weiß. Ich werde Funks aus Prinzip jetzt mit einem Flatball... Ach, ich hab einen beiden Meister-Belle ja noch. Stimmt, du hast ja zwei... ... die wir gefunden haben. Wow. Und für Pinke Argentine ein anderes genutzt habe. Das ist eine Mute... Alter, das Level. Ja, ist halt Level 45... Alter... Ja, wir müssen unser Team mal 55 hochbringen, hab ich schon gesagt. Apo ist ein Key für Pokémon. Welches Level ist nochmal die Liga? 60 oder so, ne? Ja, das ist maximal bis zu 60. Boah. Ähm... Kim 2. Gut, hab ich schon eine Lea? Keine Ahnung, wenn ich schon eine Lea habe. Dann ist das auf jeden Fall jetzt Lea. Schläft lange oder so, keine Ahnung. Boah. Dann müssen wir noch fett leveln vorher. Ja. Oder ich mach halt einfach... Ja, wir sind kurz vor der achten Arena, also... Oder... Ich hoffe einfach, dass... Ähm... Ich muss einfach nur mein Ding ins Leveln. Äh... Ja... Also ich muss ja mein Team bis auf Evoli auch werfe für 55 hoch. Ich muss halt hoffen, dass es keine Robustzeit hat dann. Äh... Lol. Läuft bei dir, ne? Gamer Mode. Als ob Miltang mit Schlafpuder. Are you kidding me? Warum ist das Miltang überhaupt schneller? Nein, zwar drüber ist sehr effektiv. Okay, jetzt macht mich viel damage. Warte, setzt Solarstrahl ein. Es könnte auch leuchten. Wenn du sagst, es ist ein Stadion, es leuchtet. Es ist absorbiert. Es ist absorbiert. Okay. Ich werde auch vorher richtig heftig krass einkaufen gehen. So übelst die Tränke und so ein Shit. Frage, was für ein Cheap Solar statt ist. Was nimmt denn Elon Musk raus? Boah, ja natürlich nimmt man Elon Musk raus. Hat er keine Verteidigung? So toll, hab ich keins. Ganz einfach, wegen deiner Fähigkeit. Wenn ich jetzt ein Siggler, das ist nicht mehr schildlos. Genau. Das ist nicht mehr schildlos in den Punkten. Und man trifft die Guillotine nicht mehr. Genau. Deswegen ist es Dicta. Dicta forever. Ja, forever Dicta. Never evolve. Ja, so wie man Evoli sich nur einen Scheiß entwickelt, deswegen ist es halt noch ein Evoli. Normal Drache, ist ja fast legit. Ja, ist fast legal, ne? Alter, dieses scheiß... ...Mildtank. Ist so unendlich tanky. Ich glaub das ist einfach Deo. Nein, der kriegt es nicht. Der Arsch. Hätte eigentlich das Glück sein. Oh krass, das Pokémon. Wow, jetzt auch Bamellins. Das sind einfach so Bamellins in der Wiese mit drei Quasas. Mit Schild im Schatten vom Rekuasa. Vor allem eigentlich würde ich meine Maske leveln. Das funktioniert halt so auch nicht. Ich glaube ich belebe. Oh, es ist ein Boden-Pokémon natürlich. Psychokineser. Oh, dieses Smildtank. Es kotzt mich grad insane an. Okay, hab ich irgendwas effektives gegen Boden? Eine Eis-Attacke oder sowas. Habe ich eine Eis- oder Wasser-Attacke im Team? Das muss ich mal kurz nachschlagen. Ich glaube Wasser hattest du nicht mal. Ja, Wasser und Feuer sind solche Dinge, die ich einfach nicht besitze. Stein. Wow, guck mal was der Gegner-Trainer hat. Wie dann Legi mal. Der läuft, ne? Naja, Gedankengut. Ah, ich hab aber Kim mit Feuerodem. Das still count. Guck mal das erste Pokémon. So ein Mülltank ist auf meinem Level, ja. Ist schon richtig Cancer. Das will einfach nicht sterben. Da, guck mal. Er will sich wieder entwickeln. Yay, Feuerodem. RIP! Feuerodem. Was denn die Weiß ist? Ja, TM-Schleuder. Kein ewig dazu. Ne, ist es ja normalerweise skarft. Ah, ich will jetzt mal schauen, was es wirklich ist. Pfff. 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 Das ist total schon vergessen. Kein ewigstein zufällig. Ja, ich will ihn doch skarft spielen. Weil wenn der outspeedet würdest du halt direkt weg. Ja, der hält ja nichts aus. Dann drück ich lieber B. Okay. Du musst die ja quasi nur noch zehnmal machen. Ja. Ich frag, da kommt ja bald die... Pfff. 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 Ich glaub ich werd den Supermarktklerk kaufen. Die machen wieder unendlich viel Gewinn an mir. Die werden wieder reich. Ne, reich. Da kommt wieder so ein scheiß reicher Schnösel an und kommt den Laden leer. Du drückst jetzt zu, und wer hat denn jetzt eigentlich hier... Mist. Pfff. Arzois. Okay, damit Arzois geläffelt. Arzois zieht jetzt aber 50 hoch. Sind die hier auch so stark? Wie? Die... Achso. Keine Ahnung. Gegen die anderen hab ich noch nicht gekämpft. Ich glaub das sind ja die Validische Strategies erstmal ins Lady Mag mit Voing, genau. Ich müsste jetzt in dem Fall fast sogar auch wieder dick da das Glücksei geben. Hm. Ja, ich helfe jetzt Gott. Der ist ja stark genug an alles. Sechs zu tanken was vom Gegner kommt. Jetzt ziehe ich jetzt auf level 50 hoch und dann das restliche Team. Notfalls werde ich diesen einen Angler 200 mal klatschen. Der hat eigentlich... Der hat zumindest ein Voing genau das... Voing genau... Dings. Das zumindest einen guten... Gute Erfahrungskind bringt. So, ich würde jetzt aber... Das hier. Hat sich zwar nicht gelohnt aber ich hab's. Antikraft. Was haben wir denn hier? Pikachu Fan Club. Was ist ein zu welch haltende Pokémon? Oh Gott, Komprimator. Are you kidding me? Pass auf, jetzt finde ich hier auch nochmal den Master Ball. Niemals. Es kann nur einen zweiten Meister Ball geben. Tauchball. Naja. Still Count. Jaja, Antikraft Booster. Hallo. Diese wilden Requasasas, ne? Das ist echt schlimm. Es gibt so viele von denen, die nerven richtig. Wutanfall Voluminas. Warte, ich muss mal schauen wie viele Erfahrungspunkte das jetzt gibt. Ah. Ich hab schon mal mehr bekommen. Ich hab noch einen Wahlfall gefunden. Wow. Ich hab jetzt vier. Tauchst du gegen meine vier Seegesange? Seegesange hab ich ja auch. Ich hab ja viermal Seegesange deswegen. Okay. Da könnte ich eins dann hergeben. Ah, die gute Anzeigenung war noch ein Sieg für Heiner und ein Legi. Naja, ein Legi ist ja immer noch. Einzigartig? Naja. Ich hab die Kämpfe gegen Elite, Trina, Veronika. Bruh. Oh. Melotic. Wow. Blitz. Was haben denn du hier nun mit Komprimator, Blitz? So AP Plus wär halt noch mal geil. Ja, das stimmt. Aber wir haben halt echt keine Einflüsse drauf. Hey, da entwickelst du dich. Ja. Was wird das eigentlich noch mal genau? Ich hab schon wieder vergessen, da sind so viele Parts her. Ab. Ah genau, Arbok, ja. Mit irgendeiner Trecksfähigkeit. Es ist nicht, es ist nicht schildlos als anderes. Ich glaub, wie der Kadabra ein Turtok wird mit irgendeiner miesen Scheißfähigkeit. Saumselig. Kata... Ah, Turtok saumselig. Wow. Warte, 346. Ich muss ins Pokémon sein, doch weil meine AP wieder aus sind. Das ist halt das einzige nervige. Warte, dichter wird zu Arbok. Ja. Ja. Was denkst du, wie die Evolientwicklung aussieht? Sandama Hypno. Was hat man noch? Ah, weg hier. Nee, aber die geht sich nicht weiter. Ich bin jetzt genau da, wo du auch bist. Ich hab aber nur... Ich hab einen von den Ageln gekauft. Da liegen ganz viele Items. Oh. Kann man hier auch nochmal landen? Boah. Alternative Encounter war übrigens ein Pipi. Ein Pi. Wie viele wilde Pokémon hat's hier? So, jedes zweite Feld kommt irgendwie eins. Eine Limonade, die einfach im Feld rumliegt. Ein Mega-Block. Hier gibt's Piana. Cool. Sogar ein männlich... Ah, nee. Das war ja... Das war ja... Das war ja heute... Die Weibliche... Die Evolientwicklung sind Canceler zu bekommen. Ich hab einen Heilbadet gefunden, by the way. Bruh. Warum sind hier so viele wilde Pokémon? Ich find so viele verschiedene. Noch einen Abras hab ich gefangen. Giftstich. Dafür bin ich jetzt hergekommen. Ja, das ist schlecht, der Giftattacken. Gibt's ja... Du kannst einen großartigen Gift attacken. Oh wow, es liegt unten. Ich glaube, ich renne jetzt erstmal in die nächste Stadt und heil mich und renne wieder zurück. Ja, würde mir genauso gehen und dann mach ich wieder weiter. Yay. Ich bin erstmal nach oben gegangen, weil ich creepy war wegen den Items. Ich muss gegen diesen Tango los kämpfen. Äh, 45. Das ist bei mir aber genauso. Also ich wollte auch, dass alle Items haben und dann... Dann geht's ein. Tagela und Tango los. Man kennt es. ganz guten Fähigkeiten. Ich nehm mal die mal aus als ein Bild. Ich nehm mal die mal aus als ein Bild. Ich nehm mal die mal aus als ein Bild. Wow. Dead Damage. Wenn sie mit einer neutralen Attacke einfach angreisen, das macht irgendwie nichts. Kritisch. Bei mir wird's einfach so sagen, ich werde die Liga durchrennen mit Dicta und einfach tanken. Ja, es halt reagiert, es ist halt legit gut. Ja. Es ist halt nicht die geilsten Attacken. Aber es tankt halt einfach alles. Kann ich dir jetzt eigentlich unendlich oft herausfordern? Das würde ich nämlich fast machen. Ich habe es eingefunden mit vielen Erfahrungspunkten, die ich nicht one-hitten kann. Mit der richtigen Attacke. Wenn ich sage... Yay. Ah. Ich kann ihn einfach nochmal herausfordern. Yes, es funktioniert. Ich habe eventuell den Trainer gefunden, den ich an den ich mich nachher hochlevel. Damit... Mann. Was hat er denn? Ja, das ist doch hier Slow Start. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Oh, ich mache keinen Damage. Oh mein Gott. Haha. Mit Boost. Okay. Saumselig, genau. Ja, saumselig. Das ist, was das Totok hätte. Ja. Saumselig. Das ist einfach... Bruh. Ich glaube, im Compensation spielt man das mit einer offensiven Attacke. Der Rest ist quasi Time-Stall. Bis die Fähigkeit, wo weg ist. Ja, oder mit so mit der Attacke, mit der du Fähigkeiten tauschen kannst oder so. Ja, oder halt... Ich weiß nicht, ob die... Die Sonne da noch was, wo du nicht einschlafen kannst. Einfach, dass eine andere Fähigkeit drauf ist. Und der will jetzt gegen uns kämpfen, oder? Nee. Ist ja ein Top-4-Boy. Ich teste dich hier schon mal. Wir kämpfen hier jetzt. Ich verstehe mich nicht, warum er wegen einem Stromausfall da nicht hin durfte. Das ist ja... Das ist ja... Wow, da unten ist halt legitim. Einfach nur Zeug, was ich einfach nicht mitgenommen habe. Bin ich dumm? Bitte beantworte diese Frage nicht. Hatte ich nicht vor. Ach, stimmt. Ein Typ. Klatschbrocken. Okay. Ich bin fast neilig, weil du ein Pokémon-Sender bist. So, der Typ gibt uns doch die TV und die TM, ne? Yay. Yay. Okay, ich bekomme einen Schleuder. So, ich geh jetzt die ganzen Tränen aber klatschen, weil ich brauch die Level. Ja, egal, wenn ich in der Stadt bin und quasi von der Arbeit komme. Dann darf ich auch erstmal nicht nach Hause. Ist normal. Hatte ich mir Tote gegeben? Krankenheb vom Stück Stahl. Body Slam. Gott, Cristiano, alles klar. Ich glaube, der hat mir Schlagbefehl gegeben oder sowas. Ja, ich werde einfach jetzt den einen Trainer notfalls 200 Mal herausfordern. 200 Mal? Ja, ich habe einen Kampf verhandelt. Ich habe den schon zweimal in Folge bekämpft. Einfach gerade eben. Weil ich es kann nicht. Ich bräuchte hier halt einen Trainer, der was Gescheites hat. Ich habe einen Trainer, der hat bei mir einen Tango lost. Eins auf Level 45. Wirklich nur eins. Es gibt halt gute Erfahrungen. Gut daran zu leveln könnte halt echt gut sein, ne? Wieviel gibt das? Ungefähr ein Drittel an Erfahrungspunkten verlieren jetzt die Klippe. Reicht das als Aussage? Und ich habe einen mit dem Woingen. 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 Genau. So, jetzt mache ich mal noch die ganzen da unten. Die ganzen Angloch. Ja. 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 Die ganzen Yslan ist es irgendwie eine Stromausfalle, sodass die NPCs dürfen da schon rein. Das sieht man sogar in den Cutscenes. Mal versucht der Blizzard. Das ist nur du. Nur du darfst nicht rein. Die haben dich auf so eine Blacklist gesetzt. Ich werde das tanke ich. Ich werde einfach, ich tanke das. Trotzdem. Obwohl ich im roten Bereich bin. Ich habe es wirklich getanzt. Ich habe seit Mitte wieder nur 10 Kp abgezogen. Mit einer himmelten Lichtkanone in meinem Gesicht. Zack, 10 Kp. Easy. Genau, ich mache mein Team jetzt bis Level 50. Und dann auf dem Weg zur Liga bis Level 55. Ah, das ist halt dumm, sobald was schneller ist, wenn ich nicht die Wahl schon habe. Wobei du brauchst. Tötet mich nicht mal. Ist aber eigentlich nicht Panferno gut in Ankara physisch und speziell. Es ist eigentlich scheißegal. Alles hat mich bisher gekillt. Boah, das gibt fett Erfahrungspunkte. Alter, wie ich halt immer noch lebe, ja. Ich war bei 30%. Danach habe ich 2 Attacken abbekommen. Mit gesenklich Spezialverteidigung, ja. Ich lebe halt einfach immer noch. Oh Gott, das ist so unendlich tanky. Das glaubst du gar nicht. Light Tyler. Boah, der hat jetzt nichts gebracht. Ich bin nämlich so oft bei 0 Kp. Der hat mich sogar geheilt mit Light Kale um 2 Kp. Das ist aber nett. Das ist aber nett von Ihnen, ne? Das ist aber sehr nett. Oh, Pichu ist saumselig. Nice. Ja, weil die krassen Werte müssen irgendwie gebufft werden. Pichu ist ja DAS Pokémon. Das ist ja extra am Obo gebannt. Als ein sonst durch rennt. Das hat doch ein Tier bekommen. Es kommt halt rein. Dein Angriff sinkt erstmal um 6. Alle deine Werte sinken um 6. Das ist einfach so süß. Heimich Senpai. Heimich Senpai. Jo, das ist eigentlich echt kurz. Es sind eigentlich nur 10 Trainer irgendwo hingeklatscht. Die ist echt nicht lang, aber... Ich glaub, wir sind da schon einiges an Trainern. Ja, richtig. Und die werden wir alle jetzt umklatschen, bis unser Team auf Level 50 oder so ist. Also zumindest bei mir. Gut, ich hab noch Pokémon auf Level 37. Die werde ich nicht leveln. Naja, und halt bei mir halt... Und... Und mein Maskotchen. Ich muss einfach nur meinen Elon Musk hochhalten. Und es darf nichts Robustheit haben. Da wärst du ja immer noch Gigas. Ja, das ist halt so der Backup. Flammkörper, wow. Ja, hast du das gegen Diktok gesagt. Buf, gegen die Watt gedreht. Und der Raketenwerfer war Mist. Vor allem, warum Raketenwerfer? Weil es halt so ein smaller Dude ist, aber der übelst ein Damage Output hat. Aber jeder kleinste Stein haut ihn um. Verstehst du? Du musst ihn nur böse anschauen, der stirbt. Ja, das ist halt so ein übelster Häftling, der nur einen Knopf drückt, wo übelst ein Raketenschuss rauskommt. Und das ist der Damage, aber selber hält er halt nichts aus. Der Arme. Deswegen Raketenwerfer. Der Arme. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich den hier ohne Guillotine besiegen kann. Aber, ne, ja, scheiße. Es gibt viele Erfahrungspunkte. Ja, wo ihn genau habe ich auch bei... Download. Bruh. Ich habe Kumu-Milch gefunden. Wow. Bruh. Bruh, please. Oh nein. Ich habe doch eh keine Verteidigung. Das ist ja dann nur ein Performerangriff. Ein Crit. Oh, ein Pixi. Bringt das auch guter Erfahrung. Hat das überhaupt Angriffsattacken? Hehehe. Gute Frage. Wenn nicht, dann ist es perfekt zum Leveln. Das gibt nämlich gute Erfahrungen. Jetzt verwandelt sich den Typ Boden. Ja, jetzt greife ich mir Pflanzer an. Wurde ja sagen, Wasser. Und dann ist mir eingefallen, Surfer ist ja alles. Nur nicht der Typ, der sein sollte. Ja. Diese 3.000 Euro Erfahrungspunkte. Hm? 3.000 Euro Erfahrungspunkte, ne? Das war nice. Ich bin vergiftet von Gifte und Pixi. Autsch. Entzückend. Gott muss es einfach aushalten, dass ich hier mit Vollvergift rumlaufe. Gott tankt das. Wenn es einer kann, dann Gott. Wenn es einer schafft, dann ist es him. We fight for you. Ein Schatzregiges haut er auch so fett rein, das ist einfach unglaublich. Der ist halt ein Monster. Ja. Creeper, oh man. Ach naja, Mio ist ja gar nicht gelevelt. Ich bin doch der einzige von beiden, der das Team auf so einen Niveau zu halten, oder? Naja, am Anfang habe ich das ja auch gemacht. Ja, am Anfang genau. Aber jetzt bist du auch für die Zweizeit-Zeit-Pokémon-Taktik übergegangen. Ja. Ich habe keinen Bock, die anderen jetzt nachzuziehen. Ich mache das jetzt. Also ich lasse ja Evoli aus, weil Evoli ist halt cute und das bleibt auf Level 20 für immer. bis sie sich irgendwann was Gutes entwickelt. Wow. Oh, in meinem wilden Wasser gibt es. Ein schwimmendes Nido-King. Mach dich halt auch mal sauber, du Hater. Ja. Das wäre eigentlich auch gut gewesen, egal mit welchen Attacken, weil es halt gut ist, obwohl es physisch als Spitz sehr gut ist. Piano! So, ich mache jetzt meinen Nido-Masti auf 55, das Rege Gigas auch, und dann gehe ich durch die Arena. Mit Rege Gigas werde ich dann hauptsächlich die Dingens machen, die Siegesstraße. Ja. Ja, weil du hast nicht so viele APs. Ja. Das sind die typischen Sätze, die nur competitive funktionieren. Oh, der will gar nicht kämpfen. Das ist sowas so, wo du übelst die krassen Attacken hast, aber du kannst sie nur zehnmal benutzen. Mhm. Bimm. Du… Gegen ich hab nicht gekämpft, ne? Bang, bang, bang... Wow, da hab ich hier gleich alle durch, ich glaube, hier oben den Wachmann noch. Wow, hebutteris geht quasi mit dem Sand auf. Hast du findest, bist du ein Drachen-Pokémon? Tja, Ilemas darf sich nicht entwickeln. Not today! I'm so sorry. Wow, der will gar nicht kämpfen. Ja, da stand ich auch gerade davor. Aber ich... Machen wir mal... Wow, gepaarrt von... Alter, die Gegner nerven schon hart. Er hat meinen Namen vergessen, Alter. Ja, ist doch egal. Wo sind wir denn hier? Mein Name wirst du den merken. Der hat bei mir auch einen genau. Den genau? Vonera, meine ich ja. Der ist außendrin, den ich glaube ein paar mal katschen werde. Das Vonera gibt halt so viele Erfahrungspunkte. Ja. So 3400. Ist halt Big Brain, da kommt noch so ein Panferno. Panferno war, glaube ich, schneller. Level 52, ich hab 91 KP, ey. Nein. Ah, ne Moment. An dem hier werde ich mich jetzt einfach hochleveln. Da gibt... Ach, das ist zu fett. Nach gefühlt jedem Kampf muss ich B drücken. Das liegt ja eher daran, dass Elemas jetzt sehr schnell levelt, weil er eigentlich schon... sich längst entwickelt hätte. Ja. Das ist ja normal ein extrafuck, dass er gegen Leveln das er schlagt. Das wichtigste ist halt, dass er den Level hat und dass er schnell ist. Aber mit Wahlschall sollte das ja eh kein Problem sein. Sowas wie Tiefschlag wäre halt doof. ganzen Prio-Attacken dann auf dich zukommen. Mhm. Was ist das für ein Typ? Muss ich gleich mal nachschauen. Aber ich glaube, ich werde von allem getroffen. Ich hab ja irgendwie drei Elektropoko mal im Team, ne? Ui. Normal Pflanze. Also wenn der Feuer-Attack ist... Weil ich resiste halt Kampf jetzt. Oder haltet es sich nicht sehr effektiv. Durch den Pflanzentyp. Dann Pflanze kann, ja... Aber ansonsten bin ich schon... Es würde was nicht so... Nicht von so vielen Pokémon sehr effektiv getroffen. Von den Attacken. Wow. Hier war keiner bereit ist. Warte, kann man das nicht ewig immer wieder machen? Ein Kampffahnder. Scheinbar nicht. Ach, man brauchst ja... Warum? Du brauchst halt Schritte machen, ne? Ja. Ich hab'n Leben-Orb gefunden. Nice! Welches Pokémon möchte? Alter, lieb! Leben-Orb. Gut, den würde ich tatsächlich aber nicht benutzen. Wieso nicht? Ich hab'n Bock auf den Damage. Ich hab'n sowieso so viele Pokémon, die unendlich viele Recall-Damage haben. Ah, du look at my mind Meisterball. Äh... Ist doch ein gutes Item für Gott. Das ist quasi plus zwei. Gib Gott den Meisterball zum Tragen. Nein, Gott bekommt nachher ein Leben-Orb. Das ist genau das richtige Item dafür. Für Gott. Okay, manche wollen halt nur kämpfen, nicht alle. Na komm, das ist das Einzige, was Gott fehlt, ist halt der Damage-Output. Der krasse Damage-Output. Ich mein, tanken tut es sowieso... Ich muss... Ich muss Gott und Cetra gegen sowieso durchgehend heilen wegen... Aber solange es tankt, ist ja gut. Ja... Oh Gott, Giftspitzen ernsthaft. Wieder einfach Nidorina, Nidoran männlich. Einfach Gott. Aus Spiel, obwohl's ein Level tiefer. Ob's wohl vier Level tiefer ist. Ah, ich bin paralysiert deswegen. Daran könnte's vielleicht liegen. Einere Quaser-Hoch-Level ist für dich keine Option, oder? Ahhhh... Es kommt halt nicht die ganze Zeit. Ah, stimmt. Also ich könnte halt flüchten, bis es kommt. Das ist aber keine gute Strategie. Aber ich mach dick da eh noch auf 55, und das hab ich ja gleich. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level ist die Arena. Ich trainiere eigentlich meine Pokémon auch grad nur Performer auf Level 50 hoch. Weil ich denke, auf der Level ist die Arena ungefähr. Ich hätte Level 48. Aber das war die letzte... Ich finde das mal heraus. Ich kenne von Sonnenweg bis jetzt nur den Start, wo man in Richtung Pokémon ist mir rennt. Ah! Und? Warum sagt ihr mir nicht? Diamant und Perl. Platin. Der ist ja voll schwach. Wieso welchen Level ist er denn? Das höchste Level ist 50. Ja, dann trainiere ich ja genau richtig. Bin ich ja schon drüber, ey. Bin ich ja schon easy drüber. Aber gut zu wissen. Ich bin mal gespannt, was er hat. Jetzt haben wir langsam Trainer auch schon legendiert. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir jetzt endlich mal verstehe. Ja. Dann mach ich schnell den Catch-Trainer-Pokémon-Cheat rein. Wow. Wo ist Mewtwo hin? Wo ist Mewtwo hin? Wofür? Du hast mein Mewtwo geklaut. Schau mal kurz weg. Zick. Da hinten liegt ein Keks. Du käms noch mal. Das funktioniert auch scheinbar. Weil wir gar nicht alle wollen halt ständig nicht mehr kämpfen. Und wie du siehst. Wow. Mit Crit sehr effektiv und super. Das ist ein Gift-Pokémon. Vermutlich. Ah, das Score-Crow, was kein Damage-Output hat. Das No-Damage-Score-Crow. Big Brain Time. Ich meine, ich war auf Minus-2-Spielzahl-Verteidigung. Und hatte noch 20 KP. Und er macht halt Licht-Kanone. Und es killt nicht. Ich wollte es nur sagen. Es killt halt einfach nicht. Wir müssen noch irgendeine Quest machen. Kann das sein? Ich will Leuchten kommen oder so. Ich weiß auch damals, als ich dich als Gast eingeladen habe, um hier mit einem Garantus ohne Erdbeben die Erinner zu machen. Als ob es über 30 Minuten gedauert hat. Ich kann mich erinnern. Danke. Schaul ab und hein wird mit integriert werden. Gil meaner realidad. Wow, dann hast du dasicipt. Wenn der wüsste, dass ich n Dick-Da mit Guillotine und Schüttelhaus hab. Der will sein. Der willst die Arena-Ausforderung auch kommen. Morgen, auch mal wieder weiter. Wir haben nichts gemacht. Doch, heute haben wir zu So sorry we are closed Ich erteile ihnen Hausverbot Ups Ja, ich muss den aufhalten, also habe ich neues Verboten Damit der niemals 8 Orden haben kann Goodbye Scheiß Angler, ja wohl doch Oh, das tüchte falsch, ja auch's egal Ich nehme was ich kann Eigentlich könnten wir daran reich werden Wir kriegen ja immer wieder Geld Okay Let's fight Duell, die haben ja eigentlich alle Elektro-Pokémon-Kappa Ja, mal schauen, was die Elektro-Arena so für Pokémon hat Aber ich glaube, die haben alle erstmal Picard schon sowas zu tun Bluebella Deswegen werden die Paco-Pokémon nicht so krass sein Alter, da wie cool der möchtest du hier Bluebella Bicho-Klinge Weiter geht's Another one Ah, movement God, das geht Level 50 Mit den krassen Tango los Babababababababababababababababababababab Wow Ich nehme das rechte immer ganz knapp nicht X-Tempo Ja, es ist leider verschwendet. Das ist aber jetzt doof. Ja, kannst du hier ein neues kaufen. Geh nach Hause, so zum Ammon hol dir ein neues. Dieses Dickdass einfach... Oh mein Gott. Ich glaube, Wunderwache hätte ich auch noch auf, ne? Wunderwache... Gott versucht, Drachenpuls zu leeren. Das wäre ja noch so, dass wenn wir eine von uns Wunderwache-Pokémon hätte, Geist und Licht. Wow, Wunderwache ist von Typ Gift. Wunderwache? Äh, Drachenpuls von Typ Gift. Aber es ist halt nicht so krass. Ich behalte meine Attacken. So, dann versuchen wir jetzt mal das erste Wurmel auf Level 50. Nice. Aber dein Peter macht es schon auf 50, bitte. Bitte? Niemals! Peter macht niemals Level 50. Ah, der Straburger war von Typ Boden, da war ja was. Ah, das hat schon mal eine Bodenattacke, ne? Ne, war nichts. War es nicht. Peter. Aber, 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 aber... Peter ist irgendwie 10 Level von Level up, seit irgendwie 3 Streams. Ah, ich habe Eishaut mit Kalina, da war ja was. Ja, ich mach ne... Nicht resistente Giftattacke erstmal, wenn ich weiß, was ein Wunderwache-Pokémon ist. Geheim-Power. Äh... I'm einst ein nicer Genius-Man. One nice genius boy of the genius-ness. Mhm. Wir machen Eis-Zahn als Bodenattacke, das ist immer neutral. Ich glaube, nach dem Run, ich kaufe mir so ein dicker Plüsch. Mit ne Guillotine. Jetzt muss es doch geben. Ja. Und ne Guillotine kaufe ich mir dazu. Ich ne ne Meme. Know your memes. Ich will das nie im Leben. Ach du Scheiße, 4 Pokémon. Hast du denn so genug AP? Ne, ne, ich weck's dann auf Regigas. Okay, Lina. Fortbekommen ist ein Live-Orb. Er braucht ihn einfach. Er muss leben. Ich meine, mein Pokémon werfe ich, wieso ich durch Tränke hinterher werfen muss. Ich finde, er ist nie gegangen. Ach, ich gehe jetzt raus. Hagelalarm. Müssen wir auch mal schauen, zur Sicherheit, auf welchem Level die Liga ist. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, letztes Mal, der Champ hat Level 60er Pokémon. Hast du das nachgeschaut oder weißt du das? Du hast nachgeschaut. Ich habe nachgeschaut. Ne, ich habe auch nachgeschaut. Wir hatten Ballen nachgeschaut. Die haben sogar Level 63. Ja, sicher. Du musst auf die Platin-Liga gehen. Warte, warte, warte. Die Platin-Liga sind... Die Platin-Liga sind... Die Platin-Liga sind... Die Platin-Liga ist ein bisschen schwächer. Platin-Liga... 59 ist das stärkste von top 4 und champ hat 62 62 ok bei der 50er schaffte das er klar wird die seitlichen problem wegen muss du musst halt das level überwieden ich ziehe halt mein teamleveel 55 hoch und dann ich da eigentlich relativ ohne so schlechtes gewissen rein ich gehe auch ohne schlechtes gewissen rein ich rotz die allung wenn ich eigentlich gar nicht robust zeit wenn mehrere pokémon robust zeit haben das wäre halt nervig aber da habe ich immer noch regegears regegears ist auch ein mega guter switch denn weil es tankt halt alles weg ich kann mich nicht erinnern einmal gewonnen hätte es wurde es gibt es auch bei ja es gibt bei arz hat zum beispiel auch nicht ja das ist ja genau das gegenstück effektiv ja es ist auch unendlich dasselbe problem deswegen ich nicht leben und begeben mal unendlich tanky macht auch unendlich output aber der ist nicht so krass dass es pokémon worden hittet deswegen leben ob because you need it ich glaube ich gebe dann irgend so ein lachs rauch oder so also damit es kaum getroffen wird das nicht ich habe hat nicht einer von doppelteam als tm keine ahnung kämpf mit mir kämpf mit mir doppelteam war meine rubin strategie elektro power eigentlich bin ich die elektro arena ich habe drei elektro pokémon im team wenn die elektro arena die elektro arena besiegt dabei ist sie gar nicht elektro ja mal meine kreis attacke elektro attacken wie stärke oder steinhake wo er zertrümmerer wenn ich meine elektro pokémon arz weiß kann auch nur keine elektro attacken weil das moveset auch schon so gut genug ist ich meine es kann eine psycho attacke die fast immer neutral trifft eine drachen attacke die immer neutral ist wenn ein psycho nicht neutral trifft sondern quasi und quasi resisted ist weil sie auch keine effektivität hat dann habe ich eine käfer attacke die immer die dann in dem fall sehr effektiv trifft und für fälle oder fälle habe ich dann das ist einfach die ultimative coverage und noch halt kraft quasi anti kraft für die boosts natürlich nicht für den angriff sondern für die boosts brrrr deswegen passt halt keine elektro attacken rein und das ganz ähnlich sieht mit anderen pokémon ich auch aus meine nina kann sogar eine flugattacke nämlich die jokinese oh willi fulpara ich sag echt nur hoffen dass niemand robustheit hat ich weiß es einfach für jeden kampf wie ist das eigentlich wenn einer ein fokus gut trägt trifft das dann ja dann tänkte das natürlich ok meine tank das denn nur schneller und das ist sehr effektiv bra es wird einfach immer one hitted und dieses statik scorecrow nervt unendlich wird die ganze zeit paralysiert ja deswegen ist doch kradina immer dabei das ist nervig ja das ist scheiße nina hat einfach dreimal gepaarert und dann wurde sie besiegt das hat kaum kapitel hey eine masse entwickelt sich du witz doch auch sogar bei einer meiner sonnkern challenge habe ich im letzten part habe ich sonnkern entwickelt ja nee ich gehe ins Punkt von einer kapitel ohne challenge habe ich am letzten part habe ich kapitel entwickelt also eins von den sechs mit dem ich komme wow dieser dieser ob die funk tonner schlopft trifft natürlich er hat mich bezahlen scheinbar ja es ist effektiv natürlich Oh, Fulpara. Minwahl bei Rekowo. Gladios. Gladios. Ich habe auch eins, aber meins ist nur nicht so stark. Und wird es wahrscheinlich auch nie werden. Boah, halt mich einfach mit Light-Teile. Wie nett ist das denn? Schon wieder. Ja, weil ich mich halt mit Damage-Risiko-Tacke. Und bin schon auf dem selben Level. KP-Niveau wie er. Und dann macht der Light-Teile und halt mich. Boah, der gibt bestimmt Erfahrungspunkte. Ja, dass man die Träne in der Arena nicht nochmal rausfahren kann. Das wäre Big Brain. So, ich kann einfach 10 Mal in der Arena-Tagler klatschen, damit du levelst. Oh. Boah, der gibt wieder auch Erfangspunkte. Man merkt die Arena, man merkt die Arena an. Pogo mit ähnlichen Status werden. Ich habe endlich 100 KP. Wow, finally, ne? Ah, sonst hat er sich ja sehr für 30 hatte, 100 KP. Das ist halt krass, ne? Das war bei der Gigas garantiert eh nicht gewesen. Ja, das war... Ich glaube, ich hatte das nie unter 100 KP gehabt. Ich glaube, ich springe mein Team dort nur auf Level 48. Es ist schlau trotzdem. So unendlich. Okay, jetzt war ich beim Arena-Leiter, aber ich gehe noch ins Pokémon-Center und ich muss auf dich warten. Ja, also... Du hast noch 20 Minuten, oder? Gut, ich kümmere mich jetzt mal, dass ich das mit den Bären hinbekomme. Tja. Ich hoffe, da vorne ist jetzt kein Bodenbogen mehr dabei. Ja, Arena ist eigentlich relativ nice und gut zu leveln. Das ist riesige Tango-Loss mit Hagel-Alarm. Äh, Hagel-Sturm und Chef-Hagel-Alarm. Ähm... Nein, das ist doch ein Bodenbogen. Nicht? Okay. Levelst du wieder mit dem Kampfhander? Ja. Aha. Ja, das geht jetzt zum vierten Mal. Ja, der Hagel heilt mich natürlich. Das ist immer noch schön. Eishaut. Eishaut-Pokémon, wo so Wende mit dem Team zu haben, ist immer gut. Ist das kein nächster Flug? Ja, das ist ein Team. Okay. Ich muss jetzt noch warten, ne? Ich mache mal ein Safe-Set hier. Ich lebe hier ins Haus rein. Die mehr muss ja besitzen, deswegen. Ich kann ja dann rein und rausgehen, das ist ja nichts Problem. Natürlich, die ist ja hier neben. Machen wir jetzt eine Zeitreise. Wir kommen morgen. Wow, wie viele Tage braucht die denn bitte? Ich glaube, die ist ja am sterben. Wie viele Tage bist du rausgesprungen? Eine, oder? Ja. Okay, dann geht es noch mal einen Tag vor. Sie blüht auf. Mein Gott, dauert das lange. Ich glaube, die war auch am sterben. Gut, so, okay. Was will der Mann? Das will das Kindergänze in unserem Haus. Steht einen Tag lang einfach so random da. Oh, das ist was den Unterfarmenspunkt bringt. Oh, das ist was. Reicht das überhaupt? Du brauchst für jede Top-4 einen. Das sind acht Stück. Ja, du brauchst fünf. Reicht. Ah, nee, du brauchst eigentlich nur vier. Der mir nicht mal sechs Pokémon ist, reicht. Ich will da nach jedem Kampf einen einsetzen. Wenn ich dann nicht mitten im Kampf das machen muss. Wir kommen heute. Ich bin wieder zurück. Ich habe eine Zeitreise gemacht in die Vergangenheit. In die Zukunft, um meine Bären zu pflanzen. Und hier ist wieder da. Sind sie jetzt eigentlich noch da? Das schaue ich jetzt. Nee, sind weg. Jetzt will ich mal schauen, ob die Spielzeit noch stimmt. Ja, die stimmt noch. Ja, das ist keine Angst. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe schon ein paar Zeitreisen gemacht. Ich habe das immer in Animal Crossing gemacht. Das Schlimme bei Animal Crossing ist, dass du einmal nachts zum Beispiel die Läden zuhörst. Wenn du 22 Uhr spielen willst und was kaufen willst, hast du halt Pech gehabt. Das war bei Y, glaube ich, so. Als ich die Mega-Steine gehandelt habe, habe ich meinen, der SDU-Set geändert. Das ist aber dann schon mal vorbei. Okay. Jetzt nicht mehr. Wenn ich Spiele-Lad-Tit spiele, mache ich das nicht mehr. Weil dann denke ich mir so, okay. Ich wollte das-Lad-Tit-Möglich machen. Ja, ich meine, für die Mega-Steine, die halt nur zwischen 21 Uhr, 21 Uhr, gefunden werden können. Ja, ja, ja. Da habe ich halt die Uhrzeit von meinen 3DS geändert. Das war jetzt auch nicht übelst der Hack. Digga, du bist ja so ein richtiger Data-Miner. Ja, klar. Optimieren und ausgeführt. Natürlich war ich ja jetzt negativ. Felswerfer. Das war sowas wie... Bro, 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 bro. Das war da so ein Hyper-Strahl-Felswerfer. Hallo Phoenix, willkommen. Ich muss morgen wieder arbeiten. Haha. Freust du dich schon? Ein bisschen, ja. Wird langsam langweilig, ne? Die ganze Zeit nur Pokémon-Zocken. Ich weiß nicht, das ist kein... Pokémon-Tummitter-Zocken ist doch kein Leben, oder? Ich bin ja, da war das sowas. Kein Leben. Ich würde aber gerne davon leben. Ich glaube, dann wird es zu anstrengend werden. Ne, ich glaube, also nur von Pokémon nicht. Das wäre mir zu blöd. Vor allem habe ich... Oh mein Gott, jedes fällt ein Pokémon. Ich hätte gar keinen Bock, die ganze Zeit das spielen zu müssen. Ich hätte jetzt zwei Wochen, Olaf, Phoenix. Was willst du von mir? Mit der in x Kilometern in der Freundinwelt weg wohnt. Aber Foos ist echt schon hart. Irgendwie... Die wohnen ja scheinbar auf verschiedenen Seiten von Deutschland. Irgendwie so... In der 600 Kilometer zwischen ihnen und deiner Freundin liegen. Das muss schon übelst hart sein. Wenn ich nicht, hat man schon seine Ruhe. Ja gut, der macht andere Mikro-Tack. Ich bin da auch ein einzigendes Moment. Fadenschuss, Aquana, I'm killing me. Ovala... Kannst nochmal... Nen... Äh... Pokémon nicht weggehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war die Vorentwicklung von Gardevoir. Kannst dann... Meinte ich. Ich würde mich aber rühren. Falk mal diese Azum-Metal. Und dieses Fadenschuss-Aquana ist schon heftig. Das könnte mich einfach rausnehmen. Aber nein, das tut es nicht. Fadenschuss-Aquana. Ja, und Phoenix, seine Freundin, wohnt irgendwie 600 Kilometer weg. Das war... Das, ich meine, da muss er... Muss er halt echt im Norden wohnen. Sie ganz weit im Süden, so ungefähr. Oder andersrum. Sie wohnt am Bodensee. Er an der Nordsee. So in etwa. Da dachte ich mir so... Holy... Das ist weit weg. Das nenne ich mal Fernbeziehung. Liebe, überbrück jede Distanz. Das hat... Das ist Ella... Äh, nicht Ella. Gott, äh, mit Lea hat es geschrieben. Ja, ich habe diese Dating-App mal kurz ausrufen. Einmal so gesehen. Ja, mein Ort. Und dann plus minus 25 Kilometer. Da wurde mir einer aus Wien und einer aus Berlin angezeigt. Da dachte ich mir so... Wait. Das sind nicht 25 Kilometer. Was für Radios habt ihr da ange... Die Scheiße funktioniert eh nicht. Ja, ist richtig. Aber ich dachte mal so etwas Grundlegendes, die Distanz zu brechen, sollte ja eigentlich nieder... Sollte halt trotzdem funktionieren. Nicht mehr so... Wait. Haha. Wait a second. Meine Geografie-Kette sind jetzt nicht so krass, aber das stimmt irgendwie nicht. Something's wrong, man. Oh mein Gott, der Typ möchte mit den Kämpfen. Irgendwie, hier kommt jedes Feld ein Pokémon, also diese Encounter-Rate hier ist hart. Nicht so hart wie das Ultrigarier vor dir. Das ist ein kleines Softie. Ich werde es nicht mal besiegen. Uff. Leben am Limit. Hier, das besiege ich. Aber du... Also ich glaube teilweise geben die wilden Pokémon, glaube ich, mehr Leben, ne? Leben. Erfahrungspunkt, ja. Leben auch, ja. Ist mir scheißegal. Ich möchte drei Quasar töten. Na, garantierender war das gewesen. Das konnten wir nicht, wenn du meißen. Aber mir war es, glaube ich, wirklich ein Drachen-Pokémon. War es bei dir ein Drachen-Pokémon? Und bei mir war es Drache-Geist oder so ein Quatsch. Ne, das war es nicht. Keine Ahnung. Bei mir war es, glaube ich, Drachen-Normal und bei dir war es auch immer so süß. Aber ich habe einen zweiten Meister-Wahl gefunden. One-Hand-Time. Yay. Tiefschlag, ja. Das sind halt so Sachen, die dann... RIP Elon Musk. Ich habe ja auch schon überlegt, das mit Fokus-Gurt zu spielen, aber... Das funktioniert nur einmal, ne? Der ist dann weg. Bäm, Stärke in dein Gesicht. Ich habe ja immer Rikigias Backup da. Ich kann Rikigias reintun, dick da heilen und so, und... Rikigias wird nicht sterben. Rikigias wird nicht sterben. Das ist wie so ein Spruch von irgendeinem Kommando, der sagt, letztens dann, dieses U-Boot wird nicht untergehen, oder sowas. Wir werden gewinnen. Führen Sie erst Kameraden. Das Schiff kann nicht sinken. Wie es aus der Titanic hieß, ne? Dieses Schiff kann nicht sinken. Well... Raging, shit. Das Schiff kann nicht sterben. Das Schiff kann nicht sterben. Hat mir keiner lenken, die Energierten vergessen, so vor Schlusssterben, Jan. oder hat meine zeitrechnung aber nicht hingehauen ich habe so gesagt so halb stunden dreifelstunden sind wir mit der arena durch ja das problem ist halt wir haben unterschätzt dass wir so viele erfahrungspunkte brauchen zum level gut also ich werde jetzt schon reingehen ja du hast ja ich mache den mvp move haben wir glaube laut obs ganz kurz im mini lag gehabt ganz kurz gelb keine ahnung was das heißt ich ziehe mein team auch jetzt nur auf level 48 hoch 48 ja weil sonst dauert nicht so lange wie ist mein pokémon geheilt und im kolosseum habe ich auch mit level 40er team 50er 60er gegner fähig gemacht das war nicht schön aber es ging ich brauche halt muss halt entsprechend mehr heil items ich werde mir auch übelst viele items kaufen ich brauche eigentlich nur beleber und hypertränke huthut ja das ist richtig du kannst ja nunfalls auch andere pokémon im sterben reinschicken ja 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 easy habe ich ja schon in der nasslock gemacht so damit ist lina durch multi ist weiter ja ja summe bra na 4 5 Die Visier ist scheiße. Wow. Wohin genau zieht sein Kopf ein. Es ist Wohinera und nicht Wohin genau. Wohinera. Das Arme. Das ist wie wenn du deine Katze Hund nennst. Hund, komm her. Ja manchmal muss das so sein. Nicht wahr Hund? Oh Gott, das gibt ja ein wahres Punkt. Ne, die schläft irgendwo in meinem Zimmer. Lenkt darüber nach, was sie heute getan hat. Und dann hat es halt versucht vor meinen Augen nochmal versucht by the way. Und ich schaue sie so an. Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? Was ist denn? Boah, das hat meine Katze mal gemacht. Und zwar mein Vater hat Fernseher geschaut, hat das Glas mit Wasser auf dem Tisch stehen. So auf dem Fernsehtisch. Katze geht hin, schlabbert das Wasser aus. Meine Katze ist in meinen Gelderschrank gegangen. Das von, das muss man so sagen, das hat sie einmal gemacht. Da habe ich sie angeschnauht. Also eigentlich die Katze meines Nachbarn. Das hat sie quasi noch bis morgen Abend. Äh. Ich habe nur auf dem kleinen Schräderschrank ohne Türen. Weil ich das cool finde. Und dann ist sie halt in die dritte Etage gesprungen, ab da wo meine Tücher liegen. Beim ersten Mal, wo ich halt kurz weiter weg war. Da hat sie sie runter geschmissen. Ich habe sie aufhin angeschnauht, als ich es gesehen habe. Und habe dann so ein Spannbettduch davor gemacht. Und unten mit jeweils 0,5 Kilo Handeln halt quasi festgemacht. Soweit so gut. Da dachte ich mir so, wäre das Problem gelöst. Ich komme es auch nicht mehr hoch. Ich habe sie angeschnaupt. Wie weißt du was ich denn? Dann war ich heute im Bad. Da habe ich es nur ganz kurz klong gehört. Bin ich in mein Zimmer zurück. Habe gesehen, dass die Hand, die 0,5 Kilo Handeln einfach auf dem Boden liegt. Mach mal ein Spannbett lang auf. Die chillte halt einfach auf mein Tücher. Da habe ich sie angeschnauzt. Rausgeworfen. Und jetzt sind da jeweils... Rausgeworfen? Machst du dir einen Elinity-Move und misshandelst die Katze? Ich habe meinen Arm genommen und dann so... Also sie ist gesprungen. Ich habe sie nicht geworfen, ja. Unglaublich. Du wirfst die Katze durch deine Wohnung. Hat aus dem Weg. Auf jeden Fall sind da jetzt 2,5 Kilo Handeln. unten dran. Links und rechts und in der Mitte auch noch mal eine. Ja. Damit sie jetzt mindestens nicht scheiße baut, wer jetzt nicht da bin. Und wenn ich dann morgen auf Arbeit gehe, darf sie jetzt einfach nicht mal ins Schlafzimmer. Ich bin nicht mehr Peter. Viel Spaß. Was? Ich hatte nichts getan. Ich hatte sie aus meinem... Du hast sie durch deine Wohnung geworfen. Ich habe ja nichts getan. Ich habe die doch nur angeschnauzt. Und dann ist sie aus meinem Schrank rausgerannt. Ich glaube jetzt will die da noch umso mehr rein. Vielen Dank fürs Folgen. Vielen Dank fürs Folgen. Ich kann es zwar nicht lesen, aber ich kann es nachschlagen. Izzy Mama. Vielen Dank fürs Folgen. Izzy. Lizzy Mama. Oh Gott, ich habe es auch mit Namen, ne. Ich habe von dir nun Izzy verstanden, deswegen. Lizzy Mama. So. Die meldet mich jetzt bei der Peter. Wo war das im Stream überhaupt gezeigt? Na, unten über den Logo. Voll Mini-Winnie-Maika-Würstchen. Kannst du es größer machen. Solltest du vielleicht überlegen, ja. So. Jetzt ist es größer. Hallo, ich bin die Beri und ich schmeiße Katzen durch die Wohnung. Hi. Das klingt also als welches Schlimmste mit der Welt. Zwei hat Spaß. Hier zu versagen. Was meinst du, wie oft ich meine Katze anschnauze, weil die irgendwas runterwirft, irgendwas kaputt macht? Legt sie mich auf meine Tastatur drauf und näht einen alten Safe-Stat? Oh Mann. Gestern auch. Kommt hier und klatscht sich dann mitten in der Nacht einfach voll auf die Tastatur. Aber da hast du ja geschlafen, oder? Oder hast du noch was gemacht am Rechner? Ich war so halb awake. Ja, Katzen sind süß, genauso wie Kinder. Süß, solange es nicht sein eigenes Zündchen gibt. Als es mir dann auf Gehfeld ist, das ist ja einfach so. Das willst du, Katzen sind immer süß, Kinder. Uff. Dick für mich. Ich kann mit Kindern noch gar nicht umgehen. Respekt an meine Schwester. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Mach ich halt weiter Geistsurfer, wenn du sterben willst ohne Minas. Ich hab das Komprimator ohne Minas. Ich hab das nicht umgehen kann. Ich hab das große Problemen mit Kim. Also sowieso, sowohl als auch. Big Bra moment. Top Ten Bra moments Bra moment 1. When Togetik fight against you. Und versucht Kopfnuss zu erlernen Nein, Kopfnuss ist so ein Typ kein ist Ich hatte ganz kurz die Feuerattackenhoffnung, verstehst du? Aber nur ganz kurz Aber nur ganz kurz Oh mein Gott, dummes Togetick, ich hasse dich, geh weg Was hattest du vorher für eine Attacke, für ein Item gehabt? Ja genau, du hattest die Frost-Tapel, wenn ich auch zwei habe Weißt du, was gut wäre? Hm Ich wollte eine Feuerattacke lernen Eine physische Feuerattacke Du hast so ein gutes Pokémon, es fehlt nur die Feuerattacke Es fehlt nur die Feuerattacke Und dann die physische Feuerattacke Wie zum Beispiel mit dem Feuer-Feuerschlag Ja Ich würde halt wirklich jede Scheißattacke nehmen Hauptsache sie ist physisch und von typ Feuer Das ist die einzige Bedingung Das wäre halt maximal OP dann Ich hätte auch den Zertrimmer genommen als Feuerattacke Auch wenn sie ja richtig schlecht ist Aber mit dem ganzen Bonus dann? Mit dem ganzen Bonus, es kriegt Step Plus in der Sonne Das ist eigentlich eine neue Kanonade Aber halt physisch Und ohne Recon Also ohne das Ohne Aufladen, ja Die Aufladen aussetzen Das ist eigentlich so gut Aber nein You can't have everything Nicht wahr, Marco, was sagst du dazu? Hm? Was sagt Marco dazu? Ah ja, Dürre Ah, das ist jetzt gerade wieder der Krieg mit mir in Tangelos Ich komme rein, bin schneller, macht Sonntag Und er ist aber langsam an der Attacke anlass Muss halt noch raus wechseln Okay Das ist nur für die Erfahrungspunkte da Du hast ja von der Dürre eh nicht so viel Naja Nee, eigentlich nicht Ja Bringt dir nicht viel Das ist ein Elektrofeuer-Pokémon Also Wollte gerade sagen Na, Wasserattacken werden geschwächt Also In dem Fall schon Gut Kann das eine Wasserattacke? Das Tangelos Eine Ahnung, wahrscheinlich nicht Ich merke es halt nicht Ich weiß nur, wenn man In der Vertik instant down ist Dann kam eine Bodenattacke Weil es halt viel pauschwächer ist Das ist halt schon zu oft passiert Bro, gibt es hier eigentlich nur noch scheiße Du hast alle Requasis besiegt Ich habe Requasis ausgerottet Gibt es nicht mehr Oh, Alter Das Tangelos will mich rollen Das hat jetzt schon Zweimal Panzerschutz eingesetzt Und ich habe halt nur Physikattacken Ah ja, Pfarr mit nur in 5 Äh, 2 Wenn du Hake-Alarm hast Aber Selber Schaden bekommst Von dein eigener Hake Bro Ja, vergibt es halt fast Sofort ein Level ab Ey, wenn es hier nicht mal Langsam irgendwas Gescheites kommt Oh mein Gott Ich habe gestern Ich bin irgendwie gestern Dreimal auf den Supermarkt gekommen Weil mein Kopf war so vergesslich Und beim zweiten Mal Habe ich mir eine Schokolade geholt Ich werde sie jetzt Live und Steam essen Und ihr könnt mich nicht davon abhalten Doch, du isst jetzt nicht Ich verbiete es dir Oh, Spur Bro Bro Wenn du jetzt die Schokolade isst Wird Garados noch aus Schwert und Schild rausgenommen Ich muss sehen, wie das durchsetzt Hallo Game Freak, bitte nehmt das raus Bitte, bitte, bitte Ihr scheißt doch eher auf alles Deswegen ist unten immer noch Final Game Footage da, ne? Also gar nicht, das gibt es eigentlich gar nicht in dem Spiel Das ist einfach nur Platzhalter für Swampel Genau Max, sei mal Max Swampel Das wär's doch, oder? Das wär mega-episch Wird ein Dynamax-Faden für sein Dynamax-Faden Oh mein Gott, sowas werde ich machen Senkt deine Innet um 5 Und allen Pokémon auf dem Feld Und auch in deinem Team Du kannst nichts machen Ich seh grad, dass an dem Xbox-Controller gar keine Schrauben dran sind Da ist alles zusammengeklackt Geklickt, so Das kann auch Nachteile haben Ich glaub, man kann's ja nicht aufbauen Mein Controller ist bei Schrauben Oh mein Gott Dann musst du euch ja nicht den 100% Garantiesiegel zerstören Ich geb dein Controller maximal ein Jahr, dann ist der tot Mein? Ja Wieso, weil da Schrauben dran sind? Nein, weil das kein Markengerät ist Wow Okay Können ja Wetten abschließen Ich glaub, wir machen so mit jedem Tomb Raider-Teil in den Spielen Also im Außenernsten hab ich ja im Tastatomhaus gespielt Also eigentlich nur mit Tastatomhaus genau Stirbt ein Controller an der Aktionstaste Aber mein Controller ist, wund ich mich auch, dass der noch nicht tot ist So wie ich A und B spamme jetzt in Pokémon Und das ist einfach nur krank Ich muss bei Tomb Raider halt so oft die Aktionstaste halten und drücken und immer wieder drücken Das ist halt die häufigsten Tafel 11, die irgendwie Alles was du machst, will dich meistens die Aktionstaste aus der Laufung halt Warum kommt 3 Quasar nicht mehr? Das ist der wahr, der wahr Encounter Ja, aber das kommt ja schon seit Jahren nicht mehr Ja, stimmt Die 3 Jahre, die wir jetzt schon im Stream haben Ich hab schon übrigens alle mögliche Achievements, weil ich halt im Stream mit 3 Jahren lag ununterbrochen Lass mal Guck mal, es gibt Leute, die machen einen 28-Stunden-Stream und so Lass mal einfach einen 365-Tage-Stream machen Das krieg ich durchaus hin Und so läuft halt kurz ein letzter Pause-Screen dann Das zählt aber laut Twitch, als Stream zählt das übrigens Ich könnte halt dieses Achievement stream mit 20 Tage die Woche oder sowas Könnte ich halt machen, den ich halt abends einfach kurz... So, stream mit 20 Tage die Woche, wie soll denn das gehen? Nein, 20 Tage im Monat So Könnte ich das durchaus schaffen, den ich abends mal kurz eine Stunde Musik laufen lasse Bitte, ja? Mach's aber einfach jeden Tag so 10 Sekunden Ne, das registriert er, glaub ich Aber wenn ich halt eine Stunde Musik laufen lasse, einfach so oder irgendwas Was bringt das, die Achievement? Nichts Sieht schön aus Aber man sieht das ja auch nirgends so bei dir Ich glaube, VIP-Abzeichen doch irgendwie, man sieht das, glaub ich Wow Ja, das hat sich letztendlich gemacht Eins davon ist übrigens, kaufe ich ein Ticket für die Twitch-Coin Und dann denk ich mir so Dieses Achievement werde ich niemals erhalten Niemals Twitch-Coin, hey doch Wir sind so big auf Twitch, wir gehen auf die Twitch-Con Nicht mal Partner, ich werde es auch nicht sein Das ist so sad Wo ist die überhaupt? Ich glaube, die sind in Berlin, oder? Die Twitch-Con, die ist doch in Los Angeles oder so Es gab auch ein Twitch-Con-Event in Berlin Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube es zumindest Also ich weiß nicht, dass es auf der Gamescom noch so einen Twitch-Stand gibt Was dann auch irgendwie so ein Event ist, aber keine Ahnung Twitch ist eh eine Scheiß-Plattform Darf man das in einem Twitch-Stream sagen? Ich würde es jetzt nicht verbieten Ich weiß nicht, ob Twitch mir das verbietet Zack, ihr Video ist leider gesperrt worden So, die nehmen uns jetzt so und so No Twitch-Hating allowed Dann stream ich auf YouTube Oder ich mach mir ja einen ganz neuen Account mit einem ganz anderen Namen auf Mixer Du nennst dich dann nicht Tiberium-Games, sondern Gaming-Tiberium Games-Tiberium Die Amod schauen safe zu Der Admin schaut zu, der CEO schaut hier zu Die filtern, die haben das Wort Twitch rausfiltern Was wollte ich machen? Ah, jetzt weiß ich wieder Ich glaube, auf YouTube zu streamen Hätte halt den Vorteil, ich müsste die Videos nicht nochmal auf YouTube hochladen Braintime wäre das Aber du kannst die doch von dir auch Auto hochladen auf Ach, früher hast du auch in 480 gestreamt Ja, das ist aber immer noch mehr als 360 Sieben Sekunden, aber ich hab Also das liegt aber an Twitch Äh, ich hab eine Sekunde eigentlich Das ist die Stellung Das hat sich als bewährt Überwiesen in den letzten Tagen Ja, wahrscheinlich kannst du das auch auf 0 machen, weißt Nein, nein, nein Nee, das will ich nicht tun Eines Sekunden ist verkörperbar Oh mein Gott, ich hab die Idee Stell das auf minus 5 Dann sehen die Zuschauer das, bevor wir das sehen Bra Ob dieses Pokémon sterben wird? Nein, dann schätze ich es stirb So Bra Buah This is Big Brain Time Also wenn wir das gut gemacht haben OBS wird das zumindest als ungültig erkannt Oder auf 0 gesetzt, je nachdem Nein, dann sehen die in die Zukunft Das ist ein Die sehen nicht viel, bevor er gestartet ist Ja, manchmal sind die Sachen einfacher, als man denkt Ich glaub, du verstehst nicht ganz, wie Encoder funktionieren Wieso? Was ist das Problem? Ich möchte mir jetzt erklären, wie Encoder funktioniert Das kannst du dir gerne machen Ich bin kein Medientyp Aber ich weiß, die brauchen Es ist eine gute Idee Äh Ja, aber das entlastet halt Internetleitung Er macht doch keinen Unterschied, theoretisch Aber wie auch immer Wusst du, dass Nintendo einen Insider von Tiberium und mir geklautzt hat? Bestimmt haben die das gemacht Alles Sie schauen in unsere Videos, hängen sich Kackgeil Wusstest du nicht, dass Tiberium undercover von Nintendo arbeitet Und das an die verkauft hat? Hi, Browser Also der neue Typ bei Nintendo Weil das jetzt niemand Niemand erkannt hat Onkel Es wäre schon ziemlich geil, wenn mein Onkel bei Nintendo arbeiten würde Aus Puts Aus Ausselzkraft und Putze oder so Ja, bei Nintendo Als Entfangsdame Aber ich glaub Ich glaub nicht, dass die Putzkräfte bei Nintendo bei Nintendo angestellt sind Ich glaub ich auch, das ist nur so eine Firma, die da durchrennt Ah Hallo, ich bin Putzkraft bei Nintendo Ja, bei der Nintendo Aus Holzmonster Also bei uns macht es auch eine externe Firma Bei uns auf Arbeit Kommt einmal in der Woche eine Dame vorbei Und die macht halt sauber Und das ist auch eine Firma, die wir beauftragt haben Ich will sie halt gar nicht reflektieren Jemanden auf einer 5-Stunden-Basis einzustellen, der einmal die Woche sauber macht Aber du willst jetzt damit hinaus mit Nintendo Und die haben kein eigenes Putz-Team Das macht keinen Sinn Du lässt da irgendeine Zeitarbeiterfirma kommen Und die machen das Egal wie groß du bist Ja, das Als wenn sie ein eigenes Putz-Team haben Da wär ich schon sehr verwirrt Ja genau, für mich seinen Tweet-Team sie eingebracht haben Nein, ich hab schon keine Genesten Tja, Tiberium arbeitet eben bei Nintendo Und hat das heimlich eingebracht Nintendo verkauft Der ist so Spion für Nintendo Ihr denkt, ich bin ein netter Twitch-Streamer, aber nein In die Community einmischen, um dann die Insider rauszuholen Die werden dann eingebaut Ihr dürft ihm nicht vertrauen Deswegen distanziere ich mich auf einer Poké-Type-Szene Damit es nicht so offensichtlich ist Ja, du sagst es aber, ich hab mich voll drin Ich folge allen auf Twitch Und mit meinem zweiten Account Games Tiberium Mein zweiter Account ist Present Present FP Du verdienst jetzt doch Geld damit Deswegen, jetzt trinke ich euch eigentlich immer die Tweet Und sage, ich werde Lehrer Aber eigentlich bin ich das Aber eigentlich bist du Spion Deswegen war ich noch nie mit ihm auf einer Veranstaltung Na, merkst du was? Wow, this is big brain time Ich hab ihn eigentlich schon Mein Diktor ist übrigens Level 60 Alter, Junge Du übertreibst, glaub ich Du weißt, er kommt noch eine Pokémon-Liga, ne? Na, dann geh ich halt mit Level 70 durch die Liga Kein Angst, ich muss nur noch ein Pokémon erfen Ein Pokémon zweier Also mit so einem zweiten Level hochziehen Ja, eigentlich sollte ich jetzt aber Regigigas ein bisschen Ein bisschen pushen Ja, ich hab ja auch Ich hab ja auch zwei Zoom-Linsen Da war ja was Ach man, das ist so wenig Ich hab ein Fokusband, ne? Ich wollte es doch mal sagen Ich hab ein Fokusband Ich hab drei davon Wenn er so weiter trainiert, trifft er Ein fucking Shiny Ah, ich glaub nicht Ja, du hast noch kein Shiny gesehen Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Shiny siehst Ist auch nicht so hoch Ja, das stimmt Es ist immer noch höher Als ein weibliches E-Uni zu fangen Also Du bist Sorry Vor allem, ich würde ja die Arena schon machen, aber Sorry Gibt ja jemanden, der seine Low-Level-Pokémon noch irgendwie hochziehen muss Jemand, der Ball-Ball-Ball-Ball-Ballings spielt es ist jetzt nicht so dass jetzt zweite punkten entscheiden halt nur jedes also bei 100 pokémon kommt 1 oder wie bei ein prozent ist bei 100 1001 0,1 über 1000 1 0,012 bei 10.001 oder ja alle 8100 ja dann habe ich recht ja da hatte ich mit meinem überschlagen recht denn ich bin big brain man oh shit sah wie dieses kurschlopp dass der knirscher benutzt ohne zähne ohne zähne knirscher nice dass die zunge ist so krass kongreizkern für mathe 2 plus 2 ist 4 minus 1 das 3 quick math ja 2 plus 2 ist 4 das reicht erstmals für weich oder und erinnerst du gerade eine animesen vk ich ja ein sandig minuten anime ich habe ich habe kein muss denn dann 20 minuten eine 1,5 minuten in eine sekunde braucht 1,5 minuten um 4 ok zu also 1 minuten 30 90 minuten gebraucht aber das war noch mit version 0 0.6 oder so mittlerweile sind die bei 1.1 schneller geworden die frage wenn denn angenommen an dem part 15 minuten ist ja relativ normal oder künftig benutzt ist die vielleicht 20 sekunden lang wenn überhaupt ja angenommen den du benutzt jetzt den ganzen anime und wirfst da 15 bis 30 minuten rein ja dann bist du halt immer wieder beschäftigt dann renntet er doch ungefähr eine woche deswegen steht ja im titel das theoretisch noch dahinter aber der eine algorithm ist ja ein bisschen smarter ist der ist auf jeden fall zwei tage schneller der quasi nur bewegende elemente nimmt welcher von den beiden war das noch mal gewesen naja waifu 2x ist nur für bilder der andere 2x ist dann das für video 24 minuten zur folge lang da habe ich ein bisschen beschäftigt das dauert ein bisschen größer starten gehst dann weg machst du ja noch ne das ist einfach alles in die queue rein das sind dann fünf wochen durch rendern aber die ergebnisse davon sind teilweise schon echt gut ja ja das ist richtig ja du hast dann so ein server farm so ein vector machine zu hause wie desukiri alter der hat einfach fucking so ich hab deswegen der will das benutzen ich sag so yo wenn du da so viel halt drin hoch scales das dauert halt es wäre es ihm egal er hat drei computer lässt das auf den anderen laufen ok bruh na du kannst ja mit vector machine optimieren parallelisieren das geht nämlich das macht man auch so und die große firma macht das dann also wenn du halt eine große firma bist dann warte mal pixel ob du deren server farmliden kannst digga ich geh einfach zu google und sag so hört mal auf mit google stadia und lass mich anime footage auf 4k hochscalen anime mag jeder ja gibt keine hater man ich brauche noch einen fickten scheiß trainer und dann ist auch mein die zeugenden 48 aber wir haben zum beispiel universitäten haben sowas halt wir haben halt ne vector machine auf denen die halt neuronalen netzern trainieren so n scheiß darauf könntest du es auch laufen lassen das würden auch relativ schnell gehen alter komm schon ein fucking trainer jetzt hatte ich jetzt im wohngras irgendwas um komm die tante verzehn deutsch nicht vorhanden die rendern da ihre spiele äh ihre filme teilweise nochmal für andere länder nochmal neu um halt so teils die brokoli und sowas einzubauen also quasi die sind ja teilweise linderspezifisch die animation aber nicht vorstelle ich sie es komplett neu rein nein nein ja aber zumindest 1 in 10 ja komm pixi gib mir die erfahrungspunkte die ich brauche ich recall damit ich jetzt weg du hast keine chance auch ein die 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 ich bin schon bei nur der fünf in den film die brauchen zwölf stunden punkte die ich brauche marion aber war wow das gibt einfach nichts oh mein gott ich will endlich die arena machen weil du musst auch noch die trainer besiegen es wird mir leid dass ich das ist dass wir so unterschiedliche strategien fahren deswegen die geschwindigkeit anders ist und für die liga muss man auch noch mal leveln ja naja mir ist ja 48 und ich will auf level 55 und da kommt ja noch haufen da kommen ja auch meist tränen noch ich hätte für einen verlediger muss ich vor allem viele x-items kaufen und high items allgemein ja kommt genau den brauche ich komm gib mir dein was denn was denn das war so ein ach der x-items gesagt ich habe etwas aufgestoßen ich habe mich mal ok ich habe meinen hat gegoogelt ich habe bullshit gelabert ok passiert ok muss andere attacke benutzen du bist auch in der liga viersteine sein als ich also weil ich einfach normal kämpfler in führung gesteigt und ich halte meine zähne und ich bin nur noch für kampf brauche und du brauchst wo kämpfler noch mal du meinst du drückst fünfmal a nein und einmal auch laufen zwischen denen einmal nach dem kampf b um die entwicklung abzubrechen so mein dick da ist jetzt eh gleich auf liga niveau ich könnte mit dem ist durch die liga gleich rennen es ist so sad ich eskeliert immer so bau 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 b Ich nutze jetzt ein Beleber für die Erfahrungspunkte. Level 50, falls es die Frage ist. 3 Level 50 und 3 Level 30 noch was dabei auf der Box liegt. Korrekt. Friend Time! Ich weiß es nicht. Oh, ich will jetzt mal schauen, was 3 Quaser eigentlich kann. Stirb! Also das hören wir los. Das ist so traurig. Pokémon bewegen. Item-Schutz-Song. Das hat 99 Stunden für den Frame gebraucht. Einer hat man den Anfang mit 200, 3.000, 12.500 CPUs. Warum rennt man denn nicht in der Grafikkarte? Das ist doch viel tiefer. Vermutlich sind es. Gut. 45. Und welches Level ist Art-Size bei dir? Ach, das soll ich auch noch schauen. Das ist relativ weit oben, sehe ich. 6. Uff. Oh, ja. Mein Reggie-Ding ist auch fast fertig, es fehlt noch Reggie. Okay. Also das kannst du halt besser paralysieren, deswegen. Kannst du halt besser paralysieren. Und damit ist halt alles ein bisschen effektiver vom Ablauf her. Das ist mein IT-Informatik-Wissen, ja. Das habe ich im Studium gelernt. Vector Machine, yes. Paralysierung, super. Ich muss Prank auf Pokémon-History hören. Was denn? Ich habe Robert den zweiten, aber es gibt keinen Robert den ersten. Das ist richtig. Vashira! Best Legi-Nice-Name für Giratina, ja man. Ich werde immer kreativer und kreativer. Bei mir als Legi-Name. Ich sehe schon. Ich werde bald so kreativ sein, dass ich mit Iberium einfach so die besten Namen benutze. Einfach Relat-Name. Einmal versucht Spukball zu verlieren. Spukball ist eine Wasser-Attacke, holy shit, was geht ab? Das wäre Legi gut, aber das Problem ist, dass der Set ist schon zu krass. Die Allgas-Name Zeit. Spukball wäre echt eine gute Attacke, aber nicht auf Emma. Spukball wäre echt eine gute Attacke, aber nicht auf Emma. die Allgas-Name-Name. Hallo Rick-Vaser. Do you missed me? Feuer-Elektro-Pokémon. Allerdings, das Problem ist, ich habe einfach keine, keine physische Feuerattacke. Sowas habe ich einfach nicht. Ich habe weder STM noch im Team irgendwo. Ich habe keine physische, meine einzige Feuerattacke, die mir zur Verfügung steht, ist Fokus-Sturz. Fragt euch das, ja klar. Arthus und Elektro-Pokémon sind gefuckabord Feuerattacken. Deswegen ist er ja stärker auch vom Typ Elektro zum Beispiel aus der Trümmerer. Warum? Shinies haben noch nie mehr Erfahrungspunkte gebracht. Warum sollte ein Shinies mehr Erfahrungspunkte bringen? Das ist doch nur ein Aussehen. Bruh. Ja, bin ich mir. Außer das Aussehen ist ein Shinies ganz normale Pokémon. Ich würde dem jetzt auch zustimmen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Bzw. ich habe noch nie davon gehört, dass Shinies Pokémon mehr XP geben. Warum sollte das so sein? Vielleicht ein Pokémon Ranger. Trainer-Pokémon geben mehr Erfahrungspunkte. Ah, diese Scheiße. Wo ist ich mich halt auch? Kurz vielleicht erst googelt er das kurz und von... Nee, ich könnte mal kurz meine Connection bei Nintendo anrufen und fragen. Die schauen den kurzem Source-Code nach. Du bist doch von Nintendo, du musst es doch wissen. Die schauen kurz in den Source-Code und schauen, wie es ist. Die gucken mir zwei Game Freak an und dann sagt Game Freak, bruh, keine Ahnung. Bruh, man. Bruh, keine Ahnung. Im Vergleich unter Hager-Alarm macht er beim Gegner viel mehr Damage, weil er mehr KP hat. Und da ist er prozentual. So, wenn ich diesen Drinner geklatscht habe, bin ich im Pokémon Center. Und dann in der Arena. Da musst du noch die Trainer machen. Ja, das sind vier. Ich glaube sogar ein paar mehr. Also, okay. Ich glaube sechs Stück. Sehr effektiv. Yay, ich wurde eingeholt. Hoffentlich gibt mir das jetzt das Level ab. Ja, ich bin jetzt auf dem gleichen Level wie das stärkste Pokémon in der Liga. Äh, die haben gerade die selben Base als Gerardos und Miliotic. Miliotic ist halt defensiv und Gerardos ist offensiv. Die sind also quasi gleich stark. Im Counterparts. Genau. Aber da Miliotic potenziell mit, also rein theoretisch kann Miliotic mit Score burn und würde Gerardos dann quasi verkrüppeln. Das kommt drauf an, wie man spielt. Gerardos kann natürlich in Ehrlichkeit hochbürsten, während er die ganze Zeit übelst rumstolen kann. Das muss ich den Typ mir noch finden. Wo war der nochmal? Der ist im Leuchtturm. Okay. Und chillt da sein live. Stahlbrief, what the fuck? Hier ein Stück Pline mit meinem Namen drin. Viel Spaß damit. Mist. Hä? Ah. Ich bin übelst wie Rich, weil ich zu viele Trainer geslaten habe. Ich kaufe was und das Geld zuckt kaum. Also das Wade im Turm, der leuchtet. Phoenix droppt die Namen raus. Ich habe noch einen Nougat. Das kann ich auch mal verkaufen. Oh, ich habe mein ganzes Geld raus. Oh Gott, ich werde so unendlich viele Ex-Items haben. Take my name, add number and my phone number and go away. Genau so in etwa. Ich bin jetzt gerade gesehen, wie viel Geld mein Charakter hat. Ich habe die Hälfte von meinem Geld gerade eben ausgegeben. Nur für Schutz und für Heiler und für Tränke. Über Bälle habe ich ja glaube ich noch genug. Ja, holen wir uns noch einen. So, wir haben eine schöne Zahl. Na ja, ich habe mir gerade irgendwie 20 Super Heiler gekauft. Das ist eine Zahl. Eine Zahl ist kurz rumgegangen. Hat er für einen Betrag. Meine Summe war vorhin auch noch im sechsstelligen Bereich. Bis ich 40 Tränke, 40 Siege gekauft habe. Das ändert sich, wenn ich nachher je 50 X Items von allen kaufe. Da ändert sich das noch. Keine Angst. Die ist immer noch im sechsternigen Bereich, meine Summe. Okay, Bruder. Ich gehe noch ein bisschen leveln, solange du die Arena machst. Vorher bin ich kurz afk. Ich muss pibi. Ja, ist okay. Ist halt ergenehmigt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Yay. So. Arena war nochmal wo? Ich glaube da oben liegst, ne? Ja, ich weiß. Ja, bla 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 bla. Lass mich rein. Piss dich. So. So, äh, ja, ich spiel mit Emma, weiß jetzt, ob ich Glück sei. Äh. Und wir speichern Emma, so wenn, denn warum auch nicht. Ja, komm. Ja, komm. Ähm. Ähm. Einen Tag Ja komm Phoenix, spiel selber Wir spielen aus Spaß Nicht auf Zeit Das sollte klar sein Nicht gerade so sind wir das Rätsel Ähm Ich glaube ja Halt, warte, 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 warte Ich hab's, ich hab's, ich hab's Don't judge me Judge me So Okay Lasst mich What up gamers Ich habe ungefähr gerade drei Minuten Deinen ersten Rätsel in der Arena gebraucht Ähm Ich gemerkt hab, dass du noch ein dritter Plattform bist Lucario, Level 47, okay Ich find die Arena ist auch so easy Schon tausendmal gemacht Ja, ich hab die jetzt einmal bis jetzt in meinem Leben gemacht Entschuldigung, dass ich nicht 300 Mal Platinus gespielt habe Mach mal Nein Also ich fang an, dass du Speedrunnern hast, ich glaube nicht Ist okay, Phoenix Ist okay Er kriegt das schon alleine hin Ja, ist okay Ja, ist okay Tempo Heap okay Denk ich, ja perfekt So Recall Damage is real Deswegen brauch immer einfach nach jedem Kampf ein Trank Das passt schon Das ist normal Ich bin raus Genau, jetzt muss ich ja drüben gegangen Ich erinnere mich dunkel Duell Ich bin aus der Arena in der Sino-Rekuna, also ist das Mit Don fahren vor allem da sind lauter kinder drin ja das sind krasse kinder und mess ab mit dann fahren also wenn man wenn ich kinder aber kriegen das charakter pokémon ist halt mir tun oder müssen sie sich ein schicke wieder sagen und man entscheiden ob jeder gehauen naja okay das ist eigentlich nur legitime aber wenn ich die durch eine wahrheit zwischen endivier dingstar gott wie heißen die money drei starter feurige charlie money also drei willst du wenn sie in stadt drei starten die auswahl haben und hier schicken nämlich und der kabor und sie nehmen nicht die topi in der wäsche in sind natürlich machst du abgangsbund so adoption freigegeben hat er vorgeben kann gehen natürlich feiner scheiß dann vom spezten letzten angriff abgangsbund damit niemand die erfahrungspunkte bekommt du arsch und ist halt schneller geben jetzt heilen ich habe es keinen bock neben dem leben wir lieber zu nutzen komm ihr pussy hier ist was geil wäre hätte mein regi giga snow guard und guillotine weil es tankt weißt du was geil wäre hätte man in der vortech eine physische feuerattacke das ist ja zu standard das ist ja langweilig das war wahrscheinlich garados ich habe keine ahnung das habe ich auch dreimal kopiert sie ist gut entfallen konnte elementar punch attacken das habe ich an meinem bruder herausgefordert und meistens gewonnen außerhalb dieses epische battle miyoutube versus im saal kampf der psychopokémon ich habe bei mir absolut keine ahnung ich habe bei mir absolut keine ahnung ja das heißt ja dann hoch trainiert oder wie ich meine beim youtube war die meine meine first jam pokémon war garantiert garantiert nicht hoch trainiert das garantiere ich damals wusste ich noch nicht dass es sowas wie evs gibt ich habe glaube ich habe damals schon unendlich die potterin und sowas reingekippt aber es war halt nicht max stat dadurch krasses krebscore hier 44 gib mir jetzt einfach was ich brauche nassmacher ok da 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 bin ich schon seit zwei stunden nur am grinden ey ich bin in der arena da war ich auch schon ich stell mich jetzt wieder rein und warte kannst du gerne machen äh tiles weiß ich das nö ich fau deine gibt zum beispiel hat hkp evs ähh ich glaube sind ich glaube ganger gibt äh ich könnte sagen kampf evs sandern gibt verteidigungs evs aber halt auch nur ein paar mit den man halt irgendwie x-nob-sillon und oberst gequatnet hat von dem mal weiß man sonst schlägt man es halt mal pukul-wigi nach Es gibt jetzt einen Trainer, äh, ein Feuerrotenblatt-Grün-Ukissen. Äh, wenn man quasi alle Pokémon von denen besiegt und den Level-Up erreicht, da hat man übelst einen Init-Boost, weil die alle Init-EVs vergeben. Das ist halt ein Blue-Pokémon. Da kann man den Wow-Effekt haben. Mitrologe, okay. Nooo, du Bich. Lina, ich wähle dich! Äh, du warst natürlich Pokémon. Kopp-Sonya, okay. Hallo, Pikachu. Ich sehe. Natürlich bist du krass drauf, wenn du als Pikachu rumläufst. Krasser geht's gar nicht mehr. Pikachu fallen mit sechs Pokémon, are you kidding me? Ja, das muss ich jetzt wohl sechsmal Stärke machen. Das ist eigentlich schon traurig, dass ein ehemaliges Flug-Pokémon eine Bodenschwäche hat, oder? Das ist halt so die Ironie des Schicksals. Ja. Ein Hauf von Schicksal. Ist ja irgendwas, worauf Gift sehr effektiv ist. BAM 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 BAM. Die alle ganz knapp eine Stärke tanken. Das ist echt böse. Gamer-Time. Nein. Na-tu. Das war sogar sehr effektiv, cool. nein nächstes pokémon in atom das pokémon verfolgt mich ne und weißt du wie das jetzt treffen muss ich habe keine attacke der trifft ich muss es dort oder als peter attacke nicht kleckens auch nicht du brauchst muss dann im hagel sturm beibringen oder so ja das hat ja schon mal gehabt ich habe überlegt ob ich kippen hagel sturm beibringen oder lina weiß nein lina weiß halt ich muss das ap store warte kann ich mein pokémon vergiften und mit synchro irgendwas machen habe ich irgendwas um mein pokémon zu vergiften oder sowas nicht um das wäre es wäre halt irgendwie das wäre ich könnte ich halt mit synchro was machen oh nein es hat klut auch es hat klut haha hahaha hat gott verbrannt ok ich schicke ich schicke ein pokémon mit synchro rein damit es quasi synchro wenn muss es muss mich halt noch verbrennen das ist echt so mein nemmens ist weißt du das das pokémon da war aber kein da habe ich verfolgt wenn du das nicht weißt ninja turm hat eine wunderwache und ist irgendeine cheap kombination ähm mach den cheater und catch trainer pokémon und catch das und dann schau was das ist irgendwie schaden macht aber ich glaube dass du da der render meistens verpackt ist weil bei mir hat den atom auch einmal wunderwache ich glaube das ist mit absicht so ich glaube das pokémon behältende fähigkeit einfach das mit absicht ja komm vergifte mich einfach junge vergifte mich einfach guck mal hier gewissheit was gewissheit trifft wot wieso warum seit wann ich hatte schon 100 bodenattacken drauf gehauen und einmal trifft gewissheit warte jetzt verstehe ich sogar nicht es hat es auf einmal anders schieb oder sowas ich habe gerade gewissheit gemacht von typ boden und auf einmal getroffen das verstehe ich auch gerade nicht ganz so weil eigentlich hatte das ja damals ich hatte damals alle attacken durch getestet und einen pokémon naja sei froh okay hat ich muss irgendwie highlighten das kann ja eigentlich nicht sein weil er hat es ja schon mit boden attacken nicht getroffen ich bin also ich habe schon mal ein 20 minuten kampf mit ihnen gemacht ich hatte eigentlich schon drei kämpfe mit ihnen beim ersten mal seinen tag gestorben ja kann sein was stimmt mit ninja toten nicht also ich hatte halt von allen attacken jedes pokémon reingeschickt eine attacke jede war jedes attack einmal gedrückt und das ergebnis war nichts hat getroffen ja das ist ein stahl pokémon da bist du ein stahl pokémon mal wieder es könne natürlich ein stahl pokémon sein und hat zwar zwei schwächen oder hatte ich damals schon boden attacken ich weiß es gar nicht es ist ja wieder sowas was ich highlighten werde nee aber er hat damals mit boden attacken angegriffen war nicht irgendwie noch ein zweiter zu bekommen oder sowas moment 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 das ist ja jetzt verkacken so die flüge verkacken nix nicht von mir die niger verkatgebau und er verscheiße sein es ist üblich halt Jack LaVoyne mit einem Bisa-Floor 57.000 Schritte ey oh shit ich kann sie auch nullen ich werde es nicht nullen, ich will ja wissen wie viele Schritte gelaufen sind ja aber es ist nicht komplett, du hast die erste Stadt vergessen ja der Mann gut, dann sind es halt nochmal 5 Schritte dazu, so gefühlt naja, eigentlich sind es eher 100 bis 200, aber es ist ok weißt du, wie du auf die hin und her durch die ersten Seiten auf den Deckelrand bist? auf das bisschen kommt es nicht mehr drauf an nächstes mal wenn wir spielen, zähle ich das einfach ja, herzlich willkommen, viel Spaß damit oh, Alter, das ist halt gut, wenn du Eier schlüpft oder sowas jetzt sehen wie viel, wie viel Alter, weil der Plitz eingesetzt hat, der Arsch jetzt krittet er mich auch noch oh, Alter, wirklich ja, aber der Brauchst auch erst mal ne Weile Alter einmal Blitz, einmal Blitz, ja ich wechsle aus, ist mir so los, Lina wow, ich schick an, dass Pokémon eine bis auf Flur mit der Explosion schade, Lina, aber wenn man bekommt jetzt das Pokémon, die Erfahrungspunkte, die jetzt wieder vorgesehen war ja, Emma ist Level 50 komm, Kim ah, hat Torwurz dieses Legi ist auch so, das kann man immer mal in den Trainer Cup einbauen, ne? ja, aber es ist halt nicht so stark, aber es ist jetzt auch nicht so schwach, es ist halt da es wird mal Zeit, wir brauchen noch das Mewtwo, wo ist Mewtwo? das kriegen wir noch raus, keine Angst können wir den Hashtag trennen lassen, wo ist Mewtwo? we are looking for Mewtwo komm, wir machen mal Surfer, ich hab keine Ahnung, welches Typ Turbets ist ich hab's sogar kaum, hab ich's nicht, hab ich's nicht auch schon gefangen? ok, das war nicht so effektiv Laubklinge das könnte die Vollentacke sein, nach der ich suche äh jay die Kraft ist beeindruckend BAM 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 wie Gott einfach fast 200 KP hat auf über 50 aber ich glaube es ist noch ein Trainer, das letzte dann kämpfen wir gegen Volker Camp Anna mit Lamos NOhh Nein, feige Taste BABABAA BABABABA dam 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 CHOX da hab ich geschüttet ja und es war sehr effektiv Aber ich hab's getankt, aber trotzdem. Okay, das war nicht so effektiv. Okay, mach irgendeine andere Attacke, weil er dumm ist. Klingsturm. Okay, jetzt surfer. Tank ich. Mit 5 Kp, bam, perfekt. Kim, du bist gut. Krass wäre, weil ich übertrieben habe, aber gut ist es schön. Jetzt denkst du wieder das Puck. Komm, Marco, mach's fertig. Ich gucke, war ich einfach heimisch gemütet, ohne dass es jemanden bekommen hat. Nee, hab ich nicht. Okay. Ja, ich weiß, es ist nicht so spannend, was bei mir passiert. Ich schaue ganz spannend zu, ne? Okay. Die du Kopf-Anne besiegst. Ja, ist schon heftig, ne? Mit krassen Elektrosteinkante Expat jetzt in die ewigen Jagdgröne schickt. Obwohl sie nicht so effektiv ist, das reicht nicht. Also ist denn nicht so effektiv? Wo ist denn Elektro im Boden? Flug oder sowas? Nee, Flug wäre sehr effektiv. Komm schon! Störb, Expat, stirb! Er hat Kräfte. Damn, ich mach den Dance. Oh, shit! So, dann gehe ich mich jetzt noch mal kurz heilen. Alrighty, Gamer. Ich glaube, ich kann doch etwa hier rüber, ne? Ja, perfekt. Ja, wunderbar, das funktioniert. Da kommt aber noch ein Trainer dann, ne? Nee. Ich kann direkt rüber gehen. Wenn ich nicht stumm wäre. Hä, will denn noch ein Trainer hier kommen? Ich kann doch einfach durchrennen. Oh. Ich kann doch jetzt einfach hier zur Vollkaufe rüber, ne? Ich kann einfach mal ein, da unten ist noch einer, du hast recht. Ja. No, der Arsch. Mach ihn halt mit einem halbverstürten Team auch noch fertig. Angeschlagen und vernichtet, aber immer noch bereit zum Kampf. We can do it. Komm, 5kp, Kim. Drück. Surfer. Chuck, look, Gott, der hat keinen Schau. Der war schon aus dem Schneller. Was, er hat mich besiegt? Krass, wie kann er dir so viel Damage machen? Ja, er hat so 5kp und dann soll das sein, ne? Oh, ich fuck. Lass mir Sonne rausholen. Sterni, bam. Wow. Er ist ein Drachen-Pokémon. Er ist ein Drachen-Pokémon. Aber ich habe die Zoom-Linse, wenn ich da nicht bin, treffe ich einfach mit mehr als 100%. Deswegen trifft Flügelschlag auch, obwohl er Komplimato gemacht hat. Yeee. Hallo, Mashu Mai. Hallihallo. Sterni. Wow, ich habe gemisst. Wie, ich habe, es müsste über 100% sein, ich habe die Zoom-Linse. Ich habe die Zoom-Linse, Marco. Wow. Das ist ein Stahl-Pokémon. Das heißt, mit plus 1 nehme ich mir jetzt mit dieser wunderschönen Boden-Tacke. Ja, manche Amiibos sind limitiert. Ich habe keine Amiibos, ist auch gut so. Ich habe sogar welche. Das sind für mich wie so Sammler-Sachen. Ja, als Sammler, aber was bringt denn das Spiel, dass man irgendeine Figur reicht halt? Ich habe die nicht mal ausgepackt, die sind bei mir noch in der Verpackung. Okay. Also, ich sammle, also halt zum Sammeln so. Ja. Okay, jetzt geht es um Pokémon-Sender, heile mein Team. Ja, ich habe das, von Breath of the Wild habe ich das Recken-Set, wo alle vier Recken drin sind. Kriegt man das überhaupt noch? Äh, kein... Was ist das Arschteuer? Keine Ahnung, ich nutze... Ich habe gar kein Spiel, wer das unterstützt. Das ist mehr als ein Code, das man drauflegt oder sowas. Das ist doch ein Barcode. Eine Figur. Ja, aber die muss ja irgendwie irgendwas übertragen, ne? NFC. Achso, das kann man ja einfach kopieren. Es gibt auch, du kannst dir das so nachkaufen. Diese Karten sozusagen, also das ist dann halt illegal in Anführungszeichen. Kaufst dir für 5 Euro so ein Set an so NFC-Tags und hast halt auch die ganzen Vorteile, ohne eine Figur kaufen zu müssen. Ja, 90 Euro. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bezahlt habe. Ja, 60 habe ich bezahlt, ich sehe es gerade. Ich habe 60 neu gezahlt. Ich habe keine. Das heißt, wenn ich das jetzt verkaufe, könnte ich damit Plus machen, wahrscheinlich. Yes, Mann, so erstmal für 300 Euro raushauen, die Scheiße. Angst. So, ich will es den Marktpreis dominieren. Ich möchte eigentlich von Breath of the Wild noch den Guardian. Ich habe gehört, das soll nicht so original als Zelda sein, Plus auf der Wild. Es ist aber besser. Waffen, die kaputt gehen? Es ist richtig so, wie sie es gemacht haben. Okay. Es ist ein geiles Spiel. Nein, ich bin nicht weit gelaufen. Naja, mein Ding ist es sowieso nicht, deswegen. Ich will mich nicht beschweren. Die Leute haben daran Spaß, der Rest ist egal. So, ja, ich habe auch mein erstes Zelda-Spiel tatsächlich. Ach so. Aber ich finde es einfach, es ist absolut geil. Ich habe halt eine gute Freundin, die mich darüber übrigens aufgeregt hat. Die ist halt eben ein bisschen Zelda-Fanboy. Nö, Spiele machen Fortschritt. Ich mag keinen Fortschritt. Die hat mich halt zum Beispiel darüber aufgeregt, dass die Waffen kaputt gehen. Ich weiß. Das sind halt diese, die ganzen Die-Hard-Original-Zelda-Fans, die sind halt ein bisschen triggered. Zu Recht, Bitch. Naja. Aber ich, ganz ehrlich, es bringt halt nichts, so ein Franchise einfach für 500 Jahre genauso zu lassen, wie es immer ist. Das wird halt auch langweilig. Deswegen gibt es ein Pokémon-Schild, ein Schwert, nicht alle Pokémon. Habe ich jetzt auch noch played? Nee, viele Spiele haben halt Probleme, so. Aber Zelda macht es halt richtig. Mario Odyssey ist gut. Gut, aber da ist dann nicht so viel anders. Es gibt ja immer wieder so 3D-Mario-Spiele. Halt, warte, das war falsch. Sorry. Muss ich hier überhaupt hin? Ich muss hier noch hin. Achso, das ist ein optionaler Trainer. So, Pokémon versucht es halt die ganze Zeit mit diesen Z-Attacken und so einem Quatsch. Also wirklich was ändern. Wobei jetzt mit Schwert und Schild, mit den Wild-Areas. Sie gehen schon in die richtige Richtung, aber irgendwie fehlt dann noch so das Letzte immer so ein bisschen. Was machst du schon? Bin ich ganz dumm? Ja, du musst einmal ganz runter. Nein, du hattest es gerade richtig. So? Ja, nein. Noch eins. Und dann gehst du ganz rechts einmal runter, wo der Trainer war. Nein. Was machst du? Ich glaube, das ist der Dini. Ich glaube, so war es richtig. Du musst die gelben Treppen runter, auf der rechten Seite, wo der Trainer mit den grünen Haaren steht. Ja, und dann wieder auf die andere da rüber. Dann gehst du unten einmal auf eins drauf, auf das rote. Okay, und dann kannst du... Auf das rechte. Ah, I see. Genau. Mit welchen Gruppen und Kämpfichen am Anfang? Ja, Kämpfchen. Du did it, Gamer. Darf ich kurz zu Spikern? Danke. Den herausforderer. Es gibt nicht viele Trainer, die es schaffen, mich herauszufordern. Die meisten hatten nicht den Hauch einer Chance. Ich kann mich nicht mal schwitzen. So, ich bin Arenaleiter Volkan. Man sagt, ich wäre der Bessere in der ganzen Szene, aber... Aber gut genug. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Hoffentlich bist du ein Trainer, der sich mit einem Duell mit mir als würdiger weiß. Ja, es ist halt Lootbox in Vayne. Wen interessiert's, man? Weltlich für der Vayne möchte halt kämpfen. Mit einem Bisa floor, ja? Damn, er hat einen Prolug da. Starter-Pokémon? Komm, erstmals einmal kommen, eindrücken. Oh nein! Es kann ja Blitz. Damn, es ist sogar sehr effektiv, was? Ist das ein Drachen-Pokémon? Eine Warte ist einfach mein. Bro, er ist ein Schrift-Pokémon. Oh, wieder einfach zweimal... Hey, welche Amiibos kostet so viel? Wieder einfach zweimal Blitz-Spampt, der Arsch. Ich treffe trotzdem. Welche Amiibos kosten über 60 Euro, what the fuck? Also, einzelne. Oh, das war nicht so effektiv. Oh, gepaarrert. Oha. Yeah. Dann machen wir mal eine Kampfattacke. Gut, das ist noch Treff. Ich habe zweimal Blitz drin. Oh, das ist immer mit Sorgen-Samen. Ja, das ist eine andere Fähigkeit. Die ist viel besser, wenn du die Schlaf-Bruder prediktest. Jetzt kommt eine Arkani bei mir. Hallo, Arkani. Oh, Cripp. Trugträne, okay. Es steigt jetzt mal einen Spezialangriff. Nein, da war mein Sing-Spark. Wow, okay. Das sind aber auch so richtige Nischen-Amiibos. Wow, ich critte ihn. Ich critte ihn, oder? Es ist ein Crit. Es ist ja Arkani weggekrittet. Mit einer sehr effektiven Eruption. Ob der Vorhörter hat man Spezialangriff noch getroppt. Ich wechsle mal auf. Komm, Lina. Du machst den letzten Gegner. Du hast doch keine Verteidigung mehr gehört. Wow, du bist ein Bodenproken, habe ich gehört. Und du machst Schwertanz, habe ich gehört. Hat der gerade eine Attacke-Bunde getankt? Wow, Boden-Tacke sind sehr effektiv. Oh mein Gott, das Chase-Vie hat jetzt plus zwei Death. Äh, plus vier Angriff. Keineswesens friezen mit einer Boden-Tacke-Eiszahn. Oder ein Crit. Oh, ich hab's gefreezed. Sehr gut, danke, Spiel. Ähm, guck mal. Was, ne? Lol. Oh, er macht Top Genesung. Bam, freeze. Ah. Ich hab's halt. Ja, er hat einfach Top Genesung benutzt, der Arsch. Stuntwirbel, for fuck's sake. Ja, ja, Visaflo hat auch durchgehend Blitz gespammt. Jetzt, oh wow, er boostet sich mit plus vier, mit Schwertanz zweimal, um dann Tackle zu benutzen, ja? Das ist schon die next, next-sweat-Tategien. Oh, macht gut damage, der Tackle. Ja, aber es war halt ein Tackle. Wahrscheinlich noch ein Non-Step. X-Bud. Oh, was war denn? X-Bud war doch ein Boden-Pokémon. X-Bud. Yay. So, das Regi Gigas tankt halt alles weg. Ja, könnte ich auch mit Arzois machen. So, das ist halt echt so, egal was kommt, so, juckt nicht. Who cares? Spotlight, da wird ich X-Bud angreifen, okay. Bravo, es war dann gerade aktiv. Oh, nice. Jetzt facken die Sandwirbel halt ab. Ja, glaube ich. Äh. Also ich wechsel dann meistens irgendwann auf. Ich glaube, ich habe auch noch den Polterknecht drin. Oh, brah. Oh, das ist auch so gegen deine Guillotine irgendwas, ne? Dann zwackst du jederzeit runter. Oh mein Gott, ist das gerade möglich? Ich würde sich heilen. Ja, das ist ja okay. Oh mein Gott, ich habe hier die Arenaleiter fertig als Riko aufhauen. Aber sag's, Riko aufhauen. Ist ja nicht so, dass ich schon zehnmal durch wäre mit dem Spiel. Ja, ich weiß. Das bekomme ich in der TM. Ich habe den nicht da drin. Da hast du auch keinen Bock mehr. Und ja, hier kommt Dick da. Ja, die Guillotine hat halt nichts Effektives. Deswegen machen wir das nicht. Danke, Sie, Provo. Was hast du gemacht? Achso, Guillotine. Wie? Bitte die physische Fauna-Statue. Fauna-Statue. Ich weiß, ich weiß. Ich bin halt... Fauna-Statue ist quasi der Drachen-Attack. Oh mein Gott, ich muss meine Orden polieren. Oh shit. Denken Sie, du bist jetzt durch die Zeitreise. Wenn Sie, sind sie durch die Zeitreise dreckig geworden. Alle. Brrrr. Nooo. How could this happen? Gewissheit, wow. Ich habe jetzt eine Fauna-Statue Drachen-Attack bekommen. Ja, durch die Zeitreise sind die alle dreckig geworden. Du warst ja quasi drei Tage unterwegs, ne? In der Zeit. In der Zeit. Ich habe ja einen Dialga, also passt das, ja. Das müssen Sie mal als Feature machen. Wenn du einen Dialga hast, kannst du durch die Zeitreise so. So in 24 Stunden. In der Fall so, ich habe dich besiegt. Nein, 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 nicht so. Das ist so zum Beispiel, wenn du Bären oder so pflanzt, reist du 24 Stunden vor. Pflückst die und dann kannst du dir die holen. Ja, ja. Und das darfst du dann aber auch nur irgendwie, das kannst du aber auch irgendwie nur einmal dann einsetzen und dann bist du danach dann auch wieder zurück. Irgendwie hast du dann so 500 Schritte oder so, keine Ahnung. What? Ich hätte das voll broken dann in irgendwelchen Sachen. Bekommen wir jetzt nicht unsere letzte VM? Oder können wir jetzt irgendeine VM benutzen? Was ist denn Kaskade? Boah, Kaskade könnte auch noch eine Feuerattacke sein. Yay. Das wäre sogar eine gute Feuerattacke dann. Ja. Boah, mir tut meine Hand weh vom Ordenpolieren. Das tust du auch. Ich hole mir gerade was auch immer, der irgendwas von mir will. Ah, ich hole dich halt eh wieder auf. Von dem her stresse ich das jetzt nicht so. Deswegen bin ich auch relativ entspannt. Yay. Ja, sag jetzt, mach kurz die Arena. Jasmin, das ist die aus der vierten Gen. Die mit deinem Apferos. Bruh, den Rest mache ich später. Hand tut weh? Ja. Ich habe VM 07 erhalten. Es ist Kaskade, oder? Ja. Oh mein Gott, Feuerattacke. Das ist Geist. Das ist mein Call. Ich glaube es auch. Scheiße, du hast recht. Was? Nein. Upsi. Oh nein. Nein. Bring ich das bei. Peter. Ja, Peter kann schon vier V1 tanken. Oh. Oh. Achso, ich müsste mich die A-Tasse drücken. Es kann, welche V1 tanken von Peter können weg. Brauchen wir noch fliegen? Ich glaube. Zerschneider? Fliegen würde ich nicht wegmachen. Zerschneider vielleicht, ne? Hm. Zerschneider brauchen wir garanti nicht mehr. Wo war der Typ, der war irgendwo hier ganz oben. Wo war denn nochmal der Typ? Hier, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich benutze den nicht. Der Attackenverlerner. Ah, nicht hier. In Fleetwood war der gewesen. Also mal kurz den Schneider vergessen. Ich glaube, ich verstehe es ja, aber Surfer ist ja auch Typgeist, ne? Und ich glaube, die Typen sind durchgewandermeist. Das heißt, alle Wassertacken sind von Typgeist. Das kann aber nicht sein, warum habe ich seinen Feuer-Feuer-Schlag und andere Feuerattacken sind was anderes. Stimmt, okay, ich ziehe alles. Es ist, glaube ich, schon alles random. Aber warum? Das ist ja so eine gute Feuerattacke. Bei mir ist es Gestein. Hi, Peter. Mein Vm-Opfer. Ich habe es halt echt nur wegen der Vm-Attacken gemacht. Ja, Schuster, Schneider. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal nicht mehr. Ja. Bodenstärk. Hm. Ich habe bis jetzt nur eine Feuerattacke. Hi, Peter. Kriegt die Jungen, ja. Ich hätte, meine Hoffnung war, dass irgendein, ich hätte halt auch Kraxler genommen als Feuerattacke. Halt irgendwas. Irgendeine physische Feuerattacke. Jede hätte ich genommen. Tackle hätte ich auch genommen. Willst du nicht die Träner katschen? Niesi, die Träner hätten wir noch katschen können, aber ist egal. Die sind doch unseren Level. Octillery. Das ist so ein Lated Pokémon hier. Naja, ich bin fast 10 Level höher. Ja, okay. Kommt drauf an, mit welchem Level. Und dann hätte ich halt vor der Pokémon 10 Level. Und mein Dick das ist Level 62. Die Antwort. Deswegen bringen ja Spine so Peter. Peter. Peter, der Abend. Alter, der hat schon vier Bauern immer zacken. Ist halt legitim, so wie vor das. Ähm. Oh ja, ohne, bist du hassen, du Dicta Only One. Das Problem ist, bei Dicta Only One ist halt die APs von Gigotene. Müsst halt quasi nach jedem Trainer zurückrennen. Deswegen hat Rico, woher die Bären. Also die Liga werde ich, ich weiß nicht, ob ich reinmime und wirklich Dicta Only mache. Ich glaube, ich mache es sogar. Das Problem wird halt spätestens dann sein, wenn eins Robustheit hat. Oder Robustheit. Oh, Attacke. Ja. Das, das werden dann halt die Probleme sein. Mein Vorschlag macht. Und dann sieht man halt im Verkehr, wie es aussieht, wenn man es normal macht. Ey, was mache ich denn daran nicht normal? Das ist halt random. Ich weiß. Wie der Melotix. Ich fange es mal nicht, ne? Es sieht etwas süß aus, aber ich fange es mal nicht. Ich habe noch gar kein wildes Pokémon hier. Glaube ich. Ich schreibe mir auch die Routen jetzt gar nicht mehr auf. Ich werde nämlich nur noch, wenn Leggy kommt, das fangen. Ja, denke ich auch. Ich, dass mir die ganzen Routen aufschreiben, war teilweise eh voll useless, weil wir auf den Routen teilweise nicht alles halt nur einmal waren halt. Manchmal waren wir doppelt da. Ja, na wusste ich es aber. Nee, hier löffst du halt schon im Kreis, deswegen. Kismet-Wunsch. Kismet-Wunsch. Stachelspur, okay. Jetzt kommt Felix mit dem Regelwerk. Bra, dieses dumme Kavapuzzi. Magensäfte, ich bin zu Angriff. Nein, die Fähigkeit. Wollt-Teckel. Brighter Forest. Jetzt kommt wildes Pokémon. Es ist sogar Leggy, ein Wasser-Pokémon. Ja, fast. Ja, aber es kommt nicht als Wissen. Es gibt es hier halt nicht, aber. Also, es wäre, ist ja kein Wasser-Pokémon, aber. Die Verschweife. Nimm mich das raus. Nö. Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö-Tö. Ja. Wenn ich bin Karga, habe ich keinen Platz für Wurkenpurzel tragen. Bra. Jetzt süge rück. Womit süge wird denn so, ne? Vor allem ist klar. Flieg mich doch ins Pokémon-Center. Flieg, Peter. Flieg. Flieg, Peter. Bei einer surfenden Pokémon bleibt zurück, habe ich gerade gesehen. Wow. Wow. Irgendwo schwimmt mein Smogmog. Oh, lol. Was, ne? Ich war das. Das war Smogmog. Smogmog schwimmt doch im Wasser. Nein. Ich würde jetzt für immer noch schwimmen und auf dich warten. Trainer, Trainer, Trainer. Oh, das wäre auch so ein Meme, oder? Fliegst los und dein Pokémon noch so im Wasser. Wow. Das ist jetzt immer so. Arme Smogmog. Das Meme gibt es schon. Okay, verdammt. Man. Hier gibt es echt viele Milotik, das ist für 40+. Kämpfe mit mir, ja. Was ist der hier bei dir eigentlich für ein Typ? Äh. Boden. Ein guter Handkampf. Oh, Lippuskus Level 41. Doppelkämpfe. Nix-Doppelkämpf. Ich mach den auch. Ich bin der Kölner, der ein Trainer da vorgibt. Ich will mein dicker AP nicht verlieren. Das ist krasse Knilzmann. Bum, bum. One-Hit. Ein One-Hit-Wander. Wow, das war sogar sehr effektiv. Cool. Eigentlich muss ich mit Absicht Zeit lassen, dass du auch mal warten musst. Ist okay, ist kein Problem für mich. Wahrscheinlich schaffe ich es aber nicht. I'm too fast for you. Du hast keine Verteidigung, hab ich gehört. Nimm mal ein Stück Stärke. Die Monster-Elektro-Attacke. Ich bin auch nur zwei Trainer hinter dir und ich bin bei den Trainern davor. Oh, krass. Lina versucht Weißnebel zu lernen. Are you killing me? Wir wissen immer nicht, was sich Togepi dann entwickelt. Bestimmt. Das kam nicht auf der Box halt rum. Heh. Viele Skimmel auf der Box rum. Ja, ja. Du hattest die... Oh, da trägst du überhaupt das Glücks-Ei? Nö. Trägt denn das Glücks-Ei? Ah, okay, immer. Ähm, die gerade. Ja, kann es. Das wird zu scheiße. Das weiß ich noch. Das wird so ein To-Dock mit Zaumseligkeit oder sowas. Stimmt, das war's, ja. To-Dock mit Zaumselig. Und weißt du fragst, ja man, Evoli kann sich auch entwickeln. Aber es wird auch so scheiße. Alle Entwicklungen, die wir jetzt gesehen haben, sind alle Kacke. Deswegen ist das VM Sklave mit Sanft-Glocke geworden, damit wir vielleicht irgendwann mal schauen, was es noch werden kann. Weil es dann seine Fähigkeit verliert. Genau, es hat halt Schild los. Was soll ich mit Guillotine ohne Schild los machen, so? Es wird dann halt useless. Und useless. Ich sage noch, nächstes Mal machen wir aber Random Evolution raus, wenn man Vorschläge hat. Mo war ja mit Schutzschild. Random Evolution raus. Ja. Der richtige Pussy-Modus. Der Pussy-Modus ohne Random Evolution. Wenn dein Taub sich wirklich zu der Woge entwickelt, oh shit. Das war sehr fiktiv, okay. Oh, Bruder. Ich glaube, es ist längstens paralysiert. Meganea ist too tanky. Und jetzt boostet sich auch noch mit Ladestrahl. Kommt mit Clurac, okay. Nee, es kriegt keinen Boost. Der nächste Elektro-Tag ist stärker, auch wenn es in jedem Fall gar kein Elektro-Tag war. Ah. Goodbye. Oh, es war sehr fiktiv. Cool. Clur hatte wirklich eine Elektro-Schwäche. Ambi-Diffel, ey. Geh weg. Weil wir hätten die Tränen auch vorher machen können, das Sieger. Fällt mir gerade nur so weit ein. Ja, aber hat doch alles geklappt. Okay. 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 Ich überleg so durch die Boog-Lega mit Schutz rumzulaufen. Habe ich aber Angst, dass irgendein Leggy kommt. Ja, mal schauen. Also, ich habe nicht Schutz. Ah, ich glaube, Schutz kommt einfach selten was. Als ob die immer mit einem KP überleben, ey. Plauder-Guy. Okay. Okay. Stärk mit Step. Ich glaube, das müsste dann 100 Damage einmachen. Also 100 Base-Attacke sein mit Step, oder? Was? Wenn ich Stärke als Step einsetze, Stärke als 80, Step mal 1,5, dann bin ich bei über 100 sogar. Dann bin ich bei 120. Ja. Komm schon, Feuerschlag, please. Irgendeine Feuerattacke. Ich glaube, ich schaue nachher auch noch mal, wenn wir die Liga vorbei haben, irgendwie alle TMs freischalten. Es gibt bei dir einfach keine Feuerattacke. Außer Fokusstoß. Das ist die einstigste Feuerattacke. Aber sie ist speziell und trifft nie. Finalschlag, okay. Von Wiefen. Der Fokus hat no guard. Ich will nicht die Gegend finden. Ja, trotzdem ist der Spezialangriff von Diktakacke. Hey, wie kommt es da drauf? Ja, weil Fokus Stoß speziell ist. Aber warum liegt der? Wegen... Das ist egal. Wegen no guard. Ach so. Der macht ja außerdem, dass ich halt gleichzeitig Sonntag nachher als Fähigkeit habe. Auch kein Sinn mehr. Gut, ja. Das ist dann natürlich weg. Das ist derрыв. Das ist merk... Derste Rangere. Let's fight. Der Steff李herrin. Let's get this fight going. Let's fight. Blättersturm. Okay. Nochmal. Ich habe über sieben Tage gemacht. Keinen Dämme. Hier ist mein Spitzangriff und zwei getroppt. Ich greife nochmal an. Wow, Statik-Skroko. Fausttafel. Ja, will ich eh nicht. Lass mich gehen. Das könnte alles sein. Zum Beispiel ein Meisterball. Das war ein Fausttafel. Leider kein Meisterball. Boah, da oben ist ein direktes Pokémon. Das ist krass. Ja. Weiß ich sogar noch. Ich war jetzt kurz davor zurückzufahren, um mich zu heilen. Aber das wäre ekelhaftes Gamedesign gewesen so. Ja, glaub ich auch. Drück, da musst du da wieder hoch. Kommt jetzt nicht auch der Heiko-Kampf irgendwann? Ich weiß nicht, ob der davor oder danach kommt. Äh, da kommt man nicht jetzt bei der Hitman. Ein wildes Wati einfach so, wenn der im hohen Gras schwimmt, ist hier rum. Oh, war die nicht übelst kurz? Die, wenn man immer alle wegoptimiert war, war die locker richtig kurz. Ich habe keine Ahnung. Schwerrock ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der ist auch nicht mal schlecht. Wenn ich es nicht kill, versuche ich es zu fangen. Ah, das sieht gut aus. Die ist süß. Aber die Lamm auch. Ach, Mann. Welcher Tag gelernst du jetzt? Drachenhauer. Ich habe TM9 Richards gefunden. Bitte, 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 bitte. Das war übrigens eine TM auf der Insel, falls du das nicht musst. Das ist eh nicht. Ich habe Hoffnung. Das ist eine Käfer-Tacke. Und es kann niemand lernen außer Peter und Enma. Okay. Vor allem riechst du als... Oh Gott. Ich hätte jeder-Tacke genommen. Du weißt nicht, ich bin verzweifelt. Du bist wirklich ganz schön verzweifelt. Es ist halt Step. Das Ding ist, selbst wenn es eine 20er-Attacke ist, macht es immer noch irgendwie guten Damage. Es wird doppelt geboostet. Also selbst ich würde halt Tackle mit einer 40er wäre halt immer noch stärker. Es wäre dann 80. Lucario. Oh, jetzt kommen die wilden Pokémon alle. Sie haben jetzt auf sich gewartet da vorne. Oh, wirklich? Die Simulatorik so, nimm mich mit, nimm mich mit. Und ich so, nein. Ich werde dich niemals mitnehmen. Du hast immer in diesem Wasser gekauft. Du hast keine Liebe in mir. Wo gehst du denn noch ein Trainer? Nein, ich wollte nicht kampfen. Kampfen. Du gehst auch ein Trainer. Komm, dieser Schwimmer. Männlich. Oh, ich hab ihm das irgendwie vermisst. B-b-b-b-b-b-b-b-ba. Oh. Baldorfisch, okay Wow Mal gucken, was er ziehen hier Alter, das war sehr effektiv Der Bitch mit dem Crit Wie kann man so lucky sein? Sag es mir Vor allem von fucking Baldorfisch Das ist schon peinlich Mit 8 Level drunter und so Das ist schon, also ich würde mich echt schämen Das muss halt eine Bode angewiesen sein Oh, und ich schicke Marco rein Ich bin ja auch ein Held, aber ist egal Und ich misse und jetzt kommt noch mal Kommt die Magnetbombe, okay Oh, Legi Das ist schon fein Wow Okay, das ist ein Boden-Pokémon Ach, deswegen, es war noch Step zusätzlich Ich glaube jetzt nur Scheiße Oh Gott Oh Gott Schwimmt Also, weil eine Legi, weil ich eine Weiterbewegung So bist du da, was ich nicht entwickeln kann Das kriegt man ja nur per Ei, ne? Ja Oh Gott, noch ein Gekna Sato Mann, nach 4 und 4 und ist ein Big Brain Ja Regen um 18 Uhr Wettervorhersage, oh je Ja, ist noch ein bisschen hin Mein Team ist auf Level 50 komplett Ich habe ein Elixier gefunden, nice Wollt ihr es ergeben? Ja, ich habe ja auch ein paar Oh, das heißt, war ich am Top Ein normales Ich habe auch Auf jeden Fall habe ich ein bisschen was Oh, da kann man voll abkürzen Du hast nicht alle Trainer mitgenommen Du hast ein paar, ein paar sehr viele geskippt, kann das sein? Keine Ahnung Hier sind nämlich noch Ich habe keine Ahnung Alter, wie viel Damage der macht Holy Ich habe Carbon gefunden Weißt du, welches Stat erhöht ist nochmal? Man, Alter Siegestraße ist immer die anstrengendste Rute Carboner Hütten mit Tiefe einsetzen Du willst einfach nur die Liga besiegen, aber die sagen so Ja, bitteschön Da unten liegt noch ein Item Oh, wait, Siegestraße? Darf ich jetzt nicht scharnieren Ja, nach der 8. Arena halt, ne? Das ist doch normal Oh, nochmal Attacke Oh, ich habe beiden Härtlich Glatzen-Pokémon Äh, hey, könnte ich jeden Trainieren? Mein Dickdack geht mit Guillotine durch Ich brauche nicht trainieren Und mein Backup ist fegig Keine Angst Achso Den Komene Waren jetzt auch die ganzen Scheiße hier, Alter Ich werde Schutz einsetzen Boah, und Despotar Wenn es hier ein Legi hat, dann hat es Pech gehabt Aber ich hole mir noch das Level Ich glatsche noch die letzten beiden T-Ner auf der Arena auf der alten Router Warum überlebt der immer mit 2 KP alles? Ey, bruh Bruh Der Schlag Kann verwirren Tut's aber nicht Ja, tut's aber nicht Sturmzogen-Wili, das ist ganz toll, habe ich gehört Oh, boy 2 KP-Trigger, das ist halt echt nervig Ich freue mich schon nachher, den Laden herzukaufen Mit X Items Ach fuck, muss man einen drunter legen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht Ich muss den Gang irgendwie Aber ich bin da auch richtig schlecht drin Also es ist auf jeden Fall der optionale Weg Das hier? Also wo du mit Bikes langfahren musst du auf jeden Fall optional Du kannst auch irgendwo Hyperstrahl finden, das weiß ich mich noch Ich weiß, wie ich hier durchkomme Ich muss den Bruder hier noch kaputt machen Es gibt so einen Tem, ist mir sowas von egal Ich habe alle Attanken, die ich brauche Und die Attacke heißt Guillotine Feuer-Attack-Senpai Das Lustige ist, selbst wenn ich die physische Feuer-Attacke finde Als TM Ja Heißt das ja nicht, dass die auch noch Als die Elevoltik lernen kann Stell dir mal vor Stell dir mal vor, du hast das halt echt Du findest so eine Feuer-Attacke physisch Und dann lernt ihr die nicht Wie wäre deine Reaktion? Fick dich, Spiel Stirb Stirb leise Also das Spiel kann da ja aber eigentlich nichts dafür Siehst du, wie ich Flieger-Hex aufmache und mir die Attacke manuell gebe Doch kann er Warum soll ich das nicht können? Er hat Bären, um AP aufzufüllen Ende Ich bin vorbereitet, ich schaffe das Du musst es tun übrigens Das ist ja hoffentlich klar Was? Guillotine ohne Nein, mir gehen die AP nicht aus Ich habe Jona Goberno, davon genug Und der hat AP plus auf Guillotine Damit er sechsmal Guillotine drücken kann Ich bin safe Alles durchdacht Big Brain So, wir haben es nicht aber alle Tatsächlich einmal Mogel-Heap ist natürlich auch da Ach ja, das könnte ich gritten Das hat doch echt gut ein damage Dafür dass du Mogel-Heap ist Hast du mal meine KP gesehen? Ja, ich bin nicht viel Nein, er hat AP plus auf Guillotine gemacht Deswegen hat er sechs AP auf Guillotine Und die Pokémon Liga haben teilweise nicht mehr sechs Pokémon im Team So, bevor ich jetzt in die Pokémon Liga gehe Bin ich mal ganz kurz weg Viel Spaß beim Alleine erhalten Hallo Ah, Mist Ah, fuck Ich wollte mich übertragen auf Rege Gigas Einsätze Aber ich habe es vergessen Mist Ah, we got this Im Notfall haben wir unser Diktor Und unser Diktor macht alles kaputt Ich hätte mir auch merken sollen Was auf was effektiv ist So weit Quappen wir auch schon oft genug Einfach hoffen, dass das kein Damage auf mich drückt Da, 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 da Tiberium muss selbst nach der Katze schauen Weil die irgendwie einen Scheiß gemacht hat Oder aufs Klo gehen Das kann natürlich auch sein Die werden das wohl nie erfahren So, ich glaube wir schaffen halt echt mit Rege Gigas auch noch Level 60 Und dann gehen wir echt durch die Liga Dann haben wir den als Notfall Dann gehen wir sowas von durch die Liga durch Und nichts wird uns aufhalten Wirklich gar nichts Ah, genau Kann ich ja mal Weil das mache ich sogar fast noch auf den hier Vergiss nicht Es kommt noch ein Wahlenkampf Yo, ich hab ja noch Diktor Diktor benutze ich ja nicht Ich geh jetzt mit Rege Gigas hier durch Bruh Jetzt muss ich mich ja hier einsperren Oder? Whatever Scheiß gegen den hätte ich nicht kämpfen müssen Naja, egal So, selbst der Rivalenkampf Das wird halt keine Challenge Das wird halt echt keine Challenge Oh Gott, boy Es boostet sich einfach in den Tod Ja, hat halt nichts gebracht Hat halt absolut nichts gebracht GG well played X-Fucking-D Ich drücke auch so viel Damage Und es gibt so viele Erfahrungspunkte Immer wieder Weil hier wollte ich sogar lang Das heißt, ich könnte sogar richtig sein Auch wenn ich einen fetten Umweg gemacht habe Ja Ja, gut Dann habt ihr heimlich bei mich gelästert Ich wusste erst die ganze Zeit Ich hab noch deine nächste Arbeitsstelle geleakt Okay, was ist es denn? Du arbeitest nämlich auch bei Epic Games Und bist der Erfinder von Fortnite Oh shit Da hätt ich mir aber eine bessere Webcam holen können Und trotzdem kein Geld für den Controller Beziehungsweise das Geld ja Aber keine Lust den zu kaufen Zu viel Guides, was auch immer Ich mag die nur noch auf mein Konto Ich will es nicht ausgeben Jeder hat es erzählt Hast du eigentlich irgendein Pokémon Kratz dabei gebracht? Ja Okay So, eigentlich hab ich jetzt vier VM-Sklarven Und zwei Pokémon, die ich nutze Ich schau mal, ob hier auf der Ebene ein Leben, das Pokémon ist Nö Scheiß Zahn Also ich versuche jetzt den schnellen Weg zu gehen Das ist ja einfach nur gerade der Austausch Ne Ich hab auch gerade mental geistig beschlossen Ich werde halt die Geile einfach nicht trainieren Ich meine, ich bin Level 50 Dagegen als Level 60 Das ist doch alles okay Ich weiß halt den Weg jetzt Legit nicht auswendig Und du sollst ein Pokémon Platin Fanboy sein Ich möchte halt jedes Mal das Spiel genießen können Und nicht einfach durchranen Explosion Ariados Oh, das fehlt auch noch Ich bin mir auch recht sicher Erster Trainer, erstes Pokémon besiegt Das geht ich bin Geschieht dir recht Wow, das war ein wildes Pokémon Der vermeint ich, als wäre der Trainer gewesen Okay Wow, ich bin halt vor den Trainer gerannt Auf jeden Fall ein Pokémon-Kampf los Ist so, es muss ein Trainer-Pokémon sein Nope Das war dein Encounter, Mann Das war dein Encounter, hat sich in die Luft gejagt Er hat hart gekämpft Hat sich dasselbe umgebracht Er hat sich explizit umgenutzt Bruh Oh, schon wieder so viele Pokémon Das ist anstrengend Ich möchte doch einfach nur gehen Tu doch nicht so Du willst es doch auch Wow, dieser Weg ist echt nur für das Item da Kleinbeier Ich wollte Schutz benutzen Ich hab extra welchen gekauft Ich hab auch welchen gekauft Ich hab schon zwei Encounter gehabt Das ist kein Nägel gewesen Also who cares Ähm Ich hatte auch erst nach dem 4. oder so das View, ne? Wir können doch die ganzen Fossilien, die ich habe, mal irgendwie mal Das machen wir nach der, nach der, nach der Stell dir vor, aus dem Fossil kommt dann das Mewtwo raus Würde das gehen? Ähm Ich glaube nicht Weil Ich hab Hyperzahlen gefunden, oh mein Gott Ist das von Feuer? Er wird gleich sehen Nein, ich hatte Hyperzahlen, glaub schon mal Oh Stm Ja, ich hab zwei Mal Hyperzahlen Das ist ein Drachenattacke Geh dich weg, Bitch Komm schon Wenn dein eigener Hagelsturm dich tötet Tja Der wird ne Pogon mit Mit, ähm Mit dieser Eiskruste Also ich hab, ich hab halt Ähm Mein Staraptor heilt sich halt im Eis Im Hagel Das war halt sehr praktisch Ah Weil wir einfach Sackgassen sind Nur um TMs zu holen Ich skippe jetzt einfach alle Trainer Ist mir grad egal Ich brauche immer so länger in der Liga Ich hab dies dann einfach Sogar die Gegner haben nur Zupatze Boah, jetzt bin ich echt lost Ich komm das zu allem Ein Magnet, wow Ja, Verstecke, Elektrattacke ist voll gut Was hab ich jetzt noch Ich versuche mich grad zu erinnern An die Route zu erinnern Ich bin ja, ich bin ja schon mal losgerannt Relativ halb optimiert Ich versuche mich grad an die Route zu erinnern Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich hier lang Ich bin mir echt sehr unsicher Läuft da echt ein Kappel rum, okay Es gab halt super viel optionale Wege Wie die Irgendwo Nevermind Da lag glaub ich grad auf ne krass Seite Der macht's gut Ton Laptor Ich lerne so Routen auch gar nicht auswendig Ich versuche mir das auch gar nicht zu merken, weil Keine Ahnung, man muss halt irgendwie Ja, ich glaube aber man muss die Surfer und sowas gar nicht benutzen Es gibt halt Ich hab noch gemerkt, es gäbe super viel optionalen Shit in der Siegesstraße Und wenn ich hier ein bisschen rumlaufe, dann ist es auch in Ordnung Lassen wir uns halt ein bisschen Zeit, dass wir noch um 23 Uhr spielen und Tiberium nicht schlafen kann Ich muss ja morgen noch auf Arbeit, ne? Ich will nicht kämpfen, was soll's Am Ende kommt dann Heiko noch und haut uns weg, ist das halt das Traurige Ach was Das Opfer kann nix Ich hab gar nicht gedacht, welchen Level der ist Hallo ScoreCrow Wird schon innenhauen Wird schon passen, ne? Dann Digga ist ja Liga-Ready, deswegen Es ist egal Mein Regi Gigas ist jetzt auch Level 60, also Und die anderen vier werden reingeopfert, wenn's mal sein muss Wow Gegner hat nen Pokémon geschwisst It just hurts It just hurts Mit nem Blizzard Das ist aber gar auf dem Boden Pokémon Ah, das ist nichts effektiv Bruh Ich wünsche, ich hätte auch nen Feuerfänger, dann würde ich rausfinden, was alles Feuerattacken sind Stimmt Es kann ja sein, dass das Feuerzeugen ganz übelst selten sind Ich hab auch kein Pokémon sehr effektiv darauf reagiert Ich bin trotzdem schneller Wow Wow, Doppel-Para, sehr gut Doppel-Para, also Ich und der Gegner waren gleichzeitig paradisiert Zwei Runden lang Macht Para-Battle Para-Battle There cannot be Doppel-Para Bommel für Rikora Bruh Bin ich von hier gekommen? Eins, nice, oh ja, da geht's weiter Hey, ich würde langen Jubelball Oh, du findest alle Items Ich will nicht Bruh Gank da wirklich, okay Opi, lass mich in Ruhe Biker Kimberley mit Garados Oh geil Der erste Garados, das wir sehen Tatsächlich ja Ich bin ja immer gespannt, wo das dann ist Ja, aber noch nicht erst gesehen Nein, lass mich doch mit Folterknechten Darf ich das? Nein Warte, nein, das ist die optionale Route Du hast gerade den Ball für Event-Pokémon bekommen Diesen rot-schwarzen Ah, geil Geil Ein Jubelball Das wäre ein normaler Ball Ne, ne, das ist dieser, stimmt Das ist dieser Event-Ball Ich hab mich schon gewundert Warte, Jubelball, den kriegt man sonst nicht Bin ich vom Design her Eines der coolsten Bälle Der Premierball ist auch cool Vom Aussehen Mal kurz überlegen Äh, wo war denn das? Du musst mal unten lang Ach, hör doch auf, dich einzubuddeln Verbuddel dich doch Ja, das ist meine Zeit, mal den Brotrank einzusetzen Luxusball cool Er hat die Farben von Giratina Ich finde den Luxusball ziemlich hässlich Oh, okay, nice Oh, okay, nice Oh, what, really? Oh, der scheiß Weg noch mal Baba, baba, baba Reggie Rock Wow, ich renne hier im Kreis Das ist auch super Das ist aber ein Trainer-Pokémon, ne? Reggie vs. Reggie, ja Ist nicht das, was du noch nicht hast? Oder hast du das schon? Ne, ich hab Reggie Stille fehlt noch Wow Es tankt halt Oh, nein Es hat halt auch mal ein Magnetschieb Und dann ist es potenziell Das ist einfach fucking Schwertanz Pass auf, Boden, es hat ja keine Wirkung aktuell Ich weiß Wow, das tötet sich jetzt selber Das ist die gute Nachricht Nein, man, das ist der Sack, die kein Recall Ne, okay, kein Recall What the fuck Bruh Maximal Abfuck Ich hab gewonnen, ha Ja, wer hätte das gedacht Ha Opfer Es war Geld, lol, ich heil mich Und der Gegner spricht damage Kurtl mit Hagel, oder was? Ja, Kurtl mit Hagel, aber Lina hat halt Dieser Tag Die Fähigkeit, die sich halt Im Hagel Ich hab wirklich für jedes Wetter ein Pokémon Fällt mir grad so auf Bababababam Babababam Ja, es geht echt die AP aus Hallo, Stolos Ich versuch bei uns gar nicht erst physisch anzugreifen Das hat überhaupt keinen Sinn Die Verteidigung ist viel zu hart Scheiße Willkommen Jetzt heißt es Recurvo vs. Liniaturm Bruh Weißt du noch, welcher Tag was bei dir war? Wasser Aber ich will Dingens nicht rein wechseln Weil ich glaube, wenn ich da irgendwas rein wechsel, ist es doch direkt weg Warte Stein, Hagel, Wasser Ich muss nur eine Attacke tanken Okay, eigentlich zwei Sind immer noch Legis, denk dran Und das ist halt nur 10 Eiffel über dir Ich bin schneller Natürlich bist du schneller Du bist ein legendäres Pokémon Bye Blödes Liniaturm Immerhin keins besiegen Aber du bist halt wie auch immer Wie auch immer Wir auch immer Bodensacken wirken haben Genau Okay, es gibt nur einen Weg Ich habe es Ich habe jetzt Spiel Ich glaube, vor dem rivalen Kampf Drücke ich mal im Regi Einfach das Dingens rein Das Top Elixier Ich habe jetzt die Bären für Predicter I think this is the plan Okay Maybe Maybe Boah, es krittet mich Ich wusste schon, dass ich der Schneider nicht mehr Wo wir meine Liga brauchen Alle anderen brauchen wir An anderen VMs So, jetzt reicht es langsam hier Mit Kämpfen Alter, das nervt Die ganzen Träne Die ganzen Noch ein kleines Rätsel mit drin Ich habe zwar zweimal Top Elixier Fuck, ich habe es war kackt Easy Games mit Orson Ja, der kommt Der sieht mich noch Oder liegt hier noch was? Bestimmt nicht Der kommt da oben Das ist alles nur Deko Ja, dein Mio kann ja Alles bei dir Oder viel Ich glaube, der kommt Wenn du gerade auf die Zug gehst Äh Ich hätte gar nicht den Top Elixier einsetzen müssen Das war blind Soll ich warten? Naja, es könnte mir noch ein paar bisschen dauern Bis ich durch die Hand bin Ja, aber ich gehe jetzt nicht in die Liga Ja, das ist richtig Ja, die kennt ihr, die immer dachten Was ist eigentlich oben Im Pokémon Center Oh mein Gott Läuft Oh mein Gott, kannst du ihn löschen? Nein Ja Epic Gamer Kriegst du einen Mode noch hin? Oder einfach nur Epic Gamer Das ist ja eine Unterschrift Ich heiße doch nicht Epic Gamer Mode NICHT Ich bin der Epic Gamer Im Epic Gamer Mode Ah, okay Ja dann Bruh Wow Wow Polier dir der Orden Bitch Doch bevor ich die untere Reihe dann meines Ordens polieren werde Bin ich Kurz auf der Toilette Bis gleich Okay Wie kannst du noch Los Peter Vor allem Sklave Das war damals so Übrigens die Schnapsidee Peter mit ins Team zu nehmen Aber ich habe halt Evoli gefangen Und Kurve muss dann noch ein Pokémon austauschen Also komm Was Evoli wird schon Irgendwas Sinnvolles Wird schon draus werden Hier war es Wong Natürlich Man muss gegen die kämpfen Meine arme A-Taste Sie leidet schon ein bisschen sehr Schnurrgast Och, fünfmal Stärke Dann haben wir euch ein anderes Pokémon nicht besitzen Sei reicher Auf jeden Fall das Linien Der für 55 ist Drachenklaue Okay Ich hätte einen kurzen Vorschlag Ja Wollen wir eine Essenspause einrichten Bevor wir die Liga machen Also du kannst gerne essen gehen Ich trainiere noch Na, es gibt jetzt noch kein Essen Das dauert noch ein bisschen Also können wir prinzipiell machen Also ich werde halt vorher noch Ich werde halt nicht mehr trainieren Ich werde halt eigentlich nur vorher einkaufen gehen Ja, sobald du hier bist Können wir dann mal Dann schaue ich nochmal Auf jeden Fall machen wir schon den Rival Ja Weil Leute, die das durchspeeden Die rennen halt gerade außen Und kriegen halt sofort den Rivalen den Counter mitten im Pokémon Center Oh, das ist ich halt noch Warum brauchen die so lange? Weil die durchspeeden Also in der Speed-Taste Und dann gehen sie halt Das Pokémon Center machen Aber halt sofort 1000 Schritte Und sind ganz vorne Und dann zögern sie sofort den Rivalen Wenn das im Remake nicht geht Dass man seine Orden polieren darf Dann wird es nicht gekauft Ich habe Oh mein Gott Habe ich dir erzählt Dass ich schon wieder gespoilert wurde Mit Pokémon Schwert und Schild Wer macht das denn die ganze Zeit? Ich habe Nintendo Deutschland noch abonniert Warum tust du sowas? So ein neues Pokémon Und ich dachte mir so Ihr Hurensöhne Hallo Hi, komm zurück So viele Wege Oh, du bist richtig Ja, danke Das habe ich auch ungefähr noch in Erinnerung Ich muss jetzt den Typen noch klatschen, ne? Ja Ich muss noch ein paar Typen klatschen Ein paar habe ich gedodcht Ja, das kann man auch noch Welche du nicht dodgen kannst Vor allem gegen Ende Andodge Ich bin wieder von der Elite So, hier, komm mal auf mein Screen Ich weiß, es klingt und glitzert So musst du es Daily Orden Polierung Oh Gott, ich mag schon wie die Art Was langsam nachgibt Bei mir geht es heute krassen Nudeln zu essen, ja? Sonst wird es auch Nudeln Mit Tomatenmozzarella Ja, nur mit Tomatsohle und Krass Käse dazu Käse? Eins nice in Gouda Beste Gouda Aus guter Qualität Parmesan ist man da drauf Heute Frank Ich esse kein Parmesan Really? Was? Ich werde schon wieder Lina gefriesen Du isst kein Parmesan? Ich esse kein Parmesan Teeabo Freundschaft beendet Freundschaft beendet, ey Freundschaft beendet und alles Freundschaft beendet Auf Feindschaft übergegangen Du bist an meiner grünen Niste Auf meiner roten Niste gehärt Ich suche euch der Helfer Aber jetzt gebe ich die Gnadenschuss Was kann man denn Ich hab alles kaufen Kann man da auch X Items kaufen Weißt du das? Kannst du kurz nachschauen? Ich schau doch selber nach Bei denen halt nicht Bei denen halt nicht Bei anderen Ich sehe die Pokémon Liga Ich bin noch in der Top 4 In der Siegesstraße Ja, in der Top 4 bin ich noch nicht Ihh, der flirtet mich an Ich wollte halt Vanitya Ich wurde halt schon zweimal Gefreezed hier drin Ich wurde schon zweimal Gefreezed in der Komm So, ich heiße Bärnsaft Was will ich damit? Bärnsaft Gehe ich jetzt Kim Die Pokémon Liga ich hatte dich schon überholt bevor wir überhaupt bevor ich trainer geskippt habe genau weil ich habe gemerkt dass ich nur ein pokémon braucht das kaskade lernen muss stimmt deswegen bin ich zurück geflogen und habe den zerscheinert vor der hand und den kaskade dabei gebracht und da bist du schon drauf hallo lina so ist lina auch gar nicht level 55 ich trainiere halt einfach an den trainer in der siegelstraße mein team langsam hoch machen wir können jetzt riko fragen stellen alle art von fragen die ihr alle beantworten würden so ausführlich die ich alle ehrlich beantworten werde alle ehrlich zum beispiel aber gerade sein animes auf 4k hochwendet alle die er hat das darf ich mir wahrscheinlich auch die nächsten fünf monate anhören das video gesehen dass mir so xfd ist bei mir aber noch eine seltenheit ich benutze es nur wenn was wirklich xfd ist oh mein gott das was er wirklich 10 brah moments brah moment 3 wenn du gefrozen freeze froze preis freize freeze kann ich sie ja morgen kommt wieder morgen kommt wieder nach oben morgen kommt noch ein video alle übelst krass bearbeitet habe ich gehört bei mir oder was er hat die kurbank nächstes video da ich mache es mal die videos nicht mehr haben aber aber immer so heute ist montag geile bis morgen heute ist dienstag geile oder zwei blaze black 2 brah ich habe so viel vor nächster zeit außerdem wollte ich mit tiberium des blinds spielen das habe ich dir gesagt ja die aus dem ist das keine frage die 1 wir wollen eins spielen kk gamer da können wir zwei spielen auch live auf www.youtube.com slash entweder riko wo yt riko wo schneide mein bewerbungs video dann wird es aber scheiße dann wirst du nicht genommen wenn es in 4k ist weißt du was ich jetzt auch nie machen werde ich lehrte mein nächstes video in 8k hoch tja irgendjemand war das da hat wirklich so ein 10 sekunden ankündigungsvideo auch übelst in 4k hoch gemacht also da ging er 10 sekunden und war halt nur ein schwarzer text irgendwie ich bin jetzt krank und es kommt erstmal nichts oder sowas in die richtung und es hat dann einfach 8k hochgeladen warte meinst du do it no balls ist dein bewerbungsvideo oder das 8k oder 8k das nächste was kommt kann ich nicht mal in 8k machen so ist kein anime nein also ich werde halt dazu mein desktop aufnehmen müssen der ist halt 2k so da fehlen 6k das ist traurig was zu hören 8k okay ich mach aufs meme irgendwas lass mir irgendwas kurzes einfallen und mach das als 8k video 8k 60er fest wenn leute das sehen denken sich auch nur einer der typ ist ja jetzt komplett durch theoretisch kannst du mit dem programm das ich gezeigt habe das anime footage auch auf 200k hoch bringen wenn du willst es dauert halt nur länger es dauert halt zukunft wenn du halt echt überlegst das 8k schon so ein bisschen auf v masch das ist schon heftig ich kenn halt ich kenn halt kaum Leute die entsprechend überhaupt ne monitor haben der sowas abgeben kann aber hey ne 8k wird halt das erstmal das schaffen PCs halt nicht für spiele und so das kannst du erstmal vergessen ja die meisten haben ja nicht mal 4k monitor cool hd ist halt noch so hart im standard aber ganz ehrlich also 2k ja nicht so 4k ist ja nicht lang da ist es halt es gibt 8k ja das heißt aber trotzdem irgendwann wird es halt kaum was irgendwann wird es halt 8k geben und vielleicht auch 16k oder so aber irgendwann frag ich mich aus dann würdest du sagen du bist der erste mit so einem Video ja ich sobald youtube 16k kampf are you shitting me sorry kurzer feuer angriff attacke aus raster ist das eine feuer attacke ne ist kampf achso grip unter 200 euro mit feuer ich überleg mir sogar echt nen 4k monitor noch zu holen dieser steam wird euch gesponsert von 720p hi ich will echt nen 4k monitor weil das problem ist ich hab ne playstation 4 pro die kann aber kein 2k ausgeben das heißt ich spiel 1080p mit der playstation auf ne 2k monitor das fuckt mich ab die sind zwar crap aber naja ich hab von LG nen ganz coolen gesehen so mir sind auch tatsächlich die Farbsachen erstmal relativ egal so ich würde den 2k monitor trotzdem behalten weil der 2k wäre dann halt für pc gaming und der 4k wäre dann halt keine ahme wenn ich doch mal was aufnehmen möchte in 4k und deine Webcam muss ja auch 8k können ein paar p ma ist auch ganz gute ja das stimmt halb hier macht auch gute aber wenn du hier überlegst als ob das 4k ist einfach hochskalieren wenn jetzt jemand merkt das stimmt jemand mit einem 4k monitor wird es halt merken das ist halt auch lustig jeder der mein video ich weiß gar nicht oder kannst du ja du hast das video ja geschaut ich hab ja am anfang your name gezeigt hast du nen unterschied gesehen zwischen dem full hd und dem hd war 2 zu 1 ich weiß gar nicht ob das 2 zu 1 ist ich hab einfach das von mkb jetzt die genommen und ich hab das nachträglich rein gemacht weil die szenen nicht gepasst haben ja deutlich ok das ist gut ich hatte angst dass man das selbst auf einem full hd monitor halt nicht sieht aber dann ist gut ja ich hab das 2 zu 1 nachträglich gemacht für ein paar szenen die einfach deswegen ist es teilweise so komisch manchmal hast du seitlich viel platz und manchmal nicht das war das was mich ein bisschen abgefuckt hat aber auch so ah ich muss da oben lang nevermind ah ok ja ich hab einfach die 3840 x 1920 von ihm genommen vorher hatte ich tausend äh ne vorher hatte ich als allerersten test hatte ich 3840 auf 1600 weil das irgendwer anders auch hatte aber dann ne dann hab ich mir gesagt irgendwie sieht es weird aus tatsächlich kannst du die endcards da jetzt rein machen ne aber ich hab gedacht weil du das mal gesagt hast dass es nicht geht hab ich keine rein gemacht und dann habe ich gesehen dass es doch geht war da kein platz mehr äh warte hab ich mich wahrscheinlich habe ich mich komplett vertan 3840 x 1920 müsste es sein 3840 x 1920 flinscht er mich echt gerade durchgeheb der Arsch flinscht mich wow wow dreimal geflinscht mkbhd nimmt er glaub auch in 6k auf und tut es dann runter scalen achso achso die ich probiert habe 3840 x 1600 die hab ich probiert so war das ganze video erst und hab ich gemerkt das sieht scheiße aus und dann musste ich alles hab ich es geändert und dann musste ich richtig viel nochmal umändern weil das halt nicht gereicht hat dann von den Abständen mein gegner hat jetzt regirock eine nutzinformation regirock ja das was mir fehlt mir fehlt ja das registe die auflösen habe ich genommen lol 21 zu 9 das war mir zu streifenartig ich finde dieses das 18 zu 9 oder was was ist finde ich am angenehmsten aber keine ahnung drachentanz what the fuck man ja sonst mach ich doch kein damage gegen das scheiße Junge denk mal mit smallbrain nix denk so viel mach ich mit drachentanz ja bei mir geht es jetzt es geht ich konnte endcards rein machen du machst ja gar kein damage ja vielleicht bring ich doch irgendein pokémon schauen wir mal ob eine bohle attacke sehr effektiv ist oder ich ihn weg ritten kann also ich hole mal das die zu natürlich ist die bohle attacke sehr effektiv es ist garantiert wieder irgendein gestein ich glaube wirklich gesteins pokémon kann das sein komm schon komm durch danke bam 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 und tschüss alter defangspunkte warum bin ich immer so viel schneller als du weil du einfach keine ahnung du rennst halt übelst durch und so also ich bin nicht durch gerannt du rennst halt doch also du rennst halt unterbewusst übelst durch ich hab voll viele trainer besiegt ja aber du kannst halt du also deine kämpfe dauern nicht so lange wie bei mir weil du halt einfach mit dicta einfach durch rennen kannst ich hab dicta nicht allein doch ich hab's nur einmal benutzt ich hab alles mit regi gigas jetzt gemacht sonst in der also du rennst halt unterbewusst durch ich sag's also du rennst halt unbewusst durch ich sag's also du rennst halt unbewusst durch ja komm Paralyse und alles und ich versuche halt mit einem balance team durchzugehen damit ist auch mein damage output aber auch auf einzelne pokémon gesehen halt schwächer als bei dir weil du hast halt einfach ein level 60er pokémon ist alles zufittet der 2 ich hab auf der shoot davor ein paar trainer mehr besiegt wenn ich die mitgenommen hab die bergen will einfach das spiel noch länger ziehen als es eh schon ist ich find pokémon platin ist doch gar nicht so lang spiel mal fucking hard gold so silber das ist langsam also die edition sind gut aber holy das ist ja auch den krachsler ne ja aber wo ist das am ende krachs ist ne geistertacke aber ich bin übrigens froh dass sie das mit den vms jetzt so loswerden mehr oder weniger oder ja loswerden wow ernsthaft das war optional das war optional brah brah nassschweif ok hoffnung 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 tm02 das ist ne unique attacke tiberium never fire tiberium never fire naja wenn das der optionale weg ist wo geht man denn dann wirklich lang warte warte ich glaub mal zurück das ist kein schutz ich dachte du war schutzaktiv doch er ist mir grad ausgelaufen achso gesundheit nochmal gesundheit und du weißt du war dreimal nächstes doof oh ich kann mich auch muten dann halt das einfach nicht wir wissen doch alle schon so dass du doof bist ich weiß ich bin Mr. Brainless ich hab less brain brainless ist Mr. Small Brain wenn dann hä warum ist denn das oder muss ich hier links lagen du musst dann nach unten wo der opi steht da war ich doch ja doch jetzt rechts hochkackseln den trainer kämpfen machst du das ist der letzte trainer der da ist ok danach geht's raus easy bro ok krimpest ok krimpest ok krimpest mobile hä mobile ist der erfahrungsbooster ok man kennt es aus attacken wie kp nennt ein pokemon 4kp mobile oder so in der art ne bruh ich kenne es überhaupt für ein level up ja ok wow der hat schon krasse pokemon für den drachen trainer was hat er denn so in der mobile zur perse zur peise das pokemon das jeder vergisst diga wenn das im spartensschild drin ist ich bring mich um ich glaube nicht mal die leute die da von fans sind merken dass es fehlt hat zur peise ein einzigen fan nie mehr niemals es ist das schlimmste shit pokemon doch käfer sammler schon was für käfer sammler ich meine nein high competitive value wer das pokemon feiert ist dumm ja guck mal ich hab hier dick das weiterentwicklung digtri oder arbok arbok ok aber kein problem denn dafür habe ich ja eine käfer attacke auf gott drauf bruh macht erstmal horden ok bruh 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 niemand würde es vermissen wahrscheinlich hätte ich habe gerade so ein riesiges dashboard mit allen pokemon vorn die realität reinkommen könnten und da war es halt nicht mal drauf wahrscheinlich nicht auf ruhe arbok ok das ist ein pokémon was ich in schwert und schild nicht vermissen werde doch das ist trifft mein herz jetzt schon dass es fehlen wird ich weiß gar nicht was ich ohne zur preise machen soll ja wenn ich dann mit was ich immer nicht die pokémon hier zur preise ist der mvp der sich auf level 5 gefühlt entwickelt und dann bleibt ich glaube 15 ist es aber ja da haben wir die scheiße dann auch unter uns Leute wer zur preise nicht ehrt ist Mewtwo nicht wert oh boy jetzt droppt er die quotes oh man sollte ein community vote machen welche pokémon einfach raus sollen stell dir vor gamefreak hätte das gemacht das wäre ja gut die community wäre so toxic gegeneinander dann nein ich glaube sie hätten einfach sie hätten es andersrum machen müssen sie hätten es andersrum machen ja welche drin bleiben wäre ja langweilig nein nein eure lieblings pokémon und die dann raus nein die halt drin hast und die die halt die wenigsten haben fliegen halt raus das ist ja langweilig das wäre ja langweilig das wäre ja nicht toxic du musst das machen welches pokémon wollt ihr raus haben das musst du ja auf den nächtigen ich wette ich dann kommt zu reddit da kommt zu reddit und votet Pikachu raus ja natürlich nein aber ich glaube mit so ner Umfrage eure lieblings pokémon xy nein über alle hätten die halt jeder kriegt 10 votes und die gelten dann für eine evolutionslinie ah ok also musst du Pichu rausbauen dann das wäre so lustig aber alle lieben Reichu oh mein gott bin ich ein vollidiot was ne? du bist ja grad in die pokémon-liga gekommen ich bin grad hochgelaufen weil ich gedacht hab dass ich dich in meinem game auch sehe leucht eigentlich müssen wir sowas wie Poké-MMO mal spielen alles aber eben ist kaputt echt? ja 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 das ist glaub ich spiel ok schade so guys im nächsten Teil geht's ja weiter ich hab nicht gefallen bis zum ok weil ich gegen Revan einfach mit Gott nicht mach das mit Kim die ist grad zu trainieren bist du bereit für Revan-Action? ja er redet mich schon an Halt! geh nicht ohne mich du willst doch nicht in die pokémon-liga stimmt deswegen wie auch hier mal sehen wer uns beiden vorbereitet ist kämpfen wir hab ich eigentlich geheilt hey god ich glaube we a Tamtam hat das größte Problem von Tamtam ist dass es keine Nostalgie hat deswegen wird sich Pokémon immer besser verkaufen als ob wer tanzt der arsch stört an meiner eruption mit plus 1 in dein gesicht lol er setzt auch eruption ein kampfattacke es ist ungefähr die hälfte es müsste reichen guck mal den damage bei mir an was man sich bekommen hatte hast du schon vorher der mensch reingedrückt ich bin ja voll mit plus 1 blue bella oh mein gott ich liebe dieses pokémon als ob das mit ein wow jetzt macht der kraftkulass das wirklich rausnehmen oder ich bahne niemanden für seine meinung ja das kann gut sein und ist damit aber erst ab erst ab ich glaube erst ab ab oras haben sie das versucht also oras war quasi noch eine nostalgie trip zu machen und im pokémon und haben sie halt dann das irgendwie mit den aloha von uns probiert hat mir auch in x und y gemerkt hat mir auch die gen die die starter extra bekommen für die leute die halt wie mich lange nicht pokémon gespielt hatten erst ab ich glaube immer noch ich bin immer noch fest der meinung dass gamefreak nicht faul ist dass sie an pokémon hängen und das gerne machen aber dass 140 leute dafür einfach zu wenig sind mittlerweile 140 das nix muss man überlegen wie viele mitarbeiter hat irgendwie so keine ahnung ich glaube in torima stelle oder sowas wie ubisoft hat 13.000 mitarbeiter hat gemisst klar also die publishing auch zeug und so aber trotzdem ich glaube die brauchen einfach mehr ressourcen vor also arbeitskraft ressourcen anstatt seit 20 jahren ist klar ja das finde ich auch kacke gut das wird jetzt aber wahrscheinlich noch krasser werden dass sie jetzt die let's go er macht er haben er hat einfach drei mal wurf schlagen drei man ist das nur aus dem grund geht er da und war einfach keine anretter gedrückt jede zwei jahre statt jedes jahr gut für schwert und schild hatten sie jetzt auch fünf jahre zweit also muss man halt auch mal schauen was draus wird na aber sowas wie die uhr und untermund will ich nie wieder sehen warum nein weil er einfach nur total faul war oh mein gott ich habe mit 2kp getankt jim du bist ein gott ähnlich wie gott aber nur nun krass weißt du was dafür dass das getankt hast teile ich dich jetzt sogar wenn ich mir auf 2kp rumgammelt ja aber das wird jetzt mit pokémon noch schlimmer das problem ist bei ultrason ist also unseres quasi man sieht halt ist die einführende pokémon sonde genommen über arbeit haben weil da halt dialoge drin sind sonnen pokémon sonde die halt in ultrason überhaupt keinen sinn ergeben weil der zum beispiel ultrason eine zigarde anspielung machen obwohl sie gerade gar nicht vorkommt oder dialoge nicht überarbeiten sollten sonne und mond einfach nicht spielen einfach direkt ja ultra fertig wenn man das denn spielen möchte es ist ein normal pokémon ok mache ich erupson es kommt dann irgendwann noch mal bestrafung von pokémon wocht ich glaube dass welchen ganz gechillten machen ich renne da ja da einfach nur durch mit ein team ohne variation neben speed war nicht aber halt so ein gechillten walkthrough mit ep teiler und ein team was ich nie austauschen werde fangen wir halt sechs pokémon das ist weil was ich übrigens noch bei schwert und schild lustig fand nach dem ersten trailer fanden sie alle mega geil der ganze toxikate und alles hat sie nicht toxikate aber das hat ja alles angefangen als sie gesagt haben dass die pokémon raus sind vorher fanden sie alle geil ja jetzt sucht man halt noch so viele fehler wie möglich auch teilweise keine ahnung ich freue mich trotzdem auf die spiele ja ich werde jetzt mir halt nicht wohl niemand weg war es ein letztes pokémon hat sich sein oder mal kurz warum hat er denn nicht startet aber da habe ich einfach weggeslayt um das mitzubekommen fände ich hätte es geschafft ich überlege gerade warum er dann startet nicht mehr hat aber ich glaube ich habe einfach weggeslayt um darüber nachzudenken vielleicht hat er sich entwickelt ich habe tatsächlich aber auch nicht darauf geachtet okay ich will einfach nur für die maximalen des respect zerstören eben ist gerade mit kim mein eigener stadt der pokémon ok by the way ich habe trailer animation sehen weil ich zutro gespollt wurden dann dachte ich fuck it die animation im gameplay trailer sehen echt smooth aus ich glaube nicht dass die spiele schlecht werden ich glaube die spiele werden ihre momente haben denke ich werden gute pokémon spiele sein das problem ist einfach die leute sind triggert weil halt pokémon raus fliegen ich überlege also ich frage mich ob es leute gibt so wie ich den einfach spiel nicht kaufen werden ob man das in den verkaufszahlen sie verkaufszahlen werden bombe sein oder ab ob die leute einfach nur hätten aber trotzdem kaufen und dann sind die leute hätten das ist das ist gerade so es ist ja nicht mal hey das ist ja tatsächlich sogar sehr konstruktiv alles also ich habe das kann man mit meinem stadt der pokémon zerstört das kann man ja mal noch loben das ist alles sehr konstruktiv ist so trotzdem wird auch nicht laufen die edition kaufen die opfer ich bin reich ich warte erst auf reaktionen also ich bin mir sicher dass ein gutes spiel wird wahrscheinlich irgendeine sp oder das wie man sehen naja du kannst es ja dann live bei mir schauen also richtig live dann im endeffekt gebe kein 60 euro für mittelmäßige qualität aus ich glaube es wird das wichtigste also während mikrofon noch kämpft also peter kommt natürlich mit in die pokémon liga falls das jemand gefragt hat er ist wichtig dass ein teil des teams wo war noch mal der supermarkt ja na really war der in schleide war der supermarkt ne reale oder der gegner frage ich ja richtig maximal ab ja kann eben paralysiert dann hat er mich fünf mal in den drop gegeben oder der wixer ich habe zwei zwei mal hyper track benutzt aber ich bin leider pessimistisch ich hoffe einfach lief falsch ganz ehrlich ich bin mittlerweile in so mindset selbst für die sachen absolut scheiße aussehen versuche ich einfach so positiv wie möglich zu sehen ja bei mir ist das pokémon die version ist halt tot also die neuen ich freue mich auch ja gut für mich war absoluter absturz als sonne und mond es war halt einfach ja das hat mich auch gebrochen das hat mich einfach richtig gebrochen es war halt einfach nur absolut nie wieder aber ich freue mich halt auf switch deshalb was mich halt in sonne und am meisten abgefuckt hat ist die performance mein größtes problem mit den spielen ja also das wird halt jetzt im prinzip mit der switch halt von selbst gefixt naja seid ihr wir sind gleich fertig aber wir machen noch eine pause vorher muss essen vielleicht mache ich noch mal so ein pokémon video habe ich zwar schon zwei oder drei gemacht aber was soll ich freu mich halt freu mich auch auf let's go eevee ja das spiel ist schon lange drauf im pokers ich kenne es trotzdem nicht und das ist das ich höre zum ersten mal dass leute sich mehr auf das freuen als auf für den schild es ist bei mir normal so ich lebe in der vergangenheit falls du dich mitbekommen hast nee ich meine dass du dich halt auf das dann mehr freust weil das ist ja auch so es ist halt ein schönes spiel aber ist halt easy as fuck so aber ist halt auch nicht schlimm ein spannender casual mode ich glaube ich werde mir so aktuell eher richtung casual ich sagte macht zwar in meinem verein die liga mit so ich würde sagen gerade instant quasi die treppenstufen runter aber ich denke da trete ich dann auch bei uns zähle ich alle weg ja möchte ich ich habe jetzt auch ein zähler ok ist doch schön für mich du gerade gegessen hast wir noch nicht und machen bei mir bestimmt noch die 30 stunden voll dann rechnen wir euch nutze aber bitte nicht erst einmal durchgespielt hat ich hab ich mach mal auf zwanz auf zehn kaum ich hab das geld doch es wäre so schön wie die gegner einfach auch so competitive sets benutzen würden und nicht nur irgendwelchen bullshit so klar wilde pokémon können halt retarded sein aber du musst halt auch auf den level aufpassen soll ja nicht so das ist die erste länder das lb 10 die nächste lb 20 und dann lb 40 das ist halt eh schwer wenn du grind ist wird es immer einfach das ist halt so ist es halt man soll gerne ein bisschen also und lb zeigen jetzt nicht ohne den random trainer die gegner müssen einfach mit strategie kämpfen wirklich mit richtiger strategie mit competitive strategie das machen ex wie weltweit und die hartgold hex auch haben die ja dann gesetzt die müssen damit jetzt auch nicht übertreiben dass du direkt beim ersten trainer gefickt wirst du spruch man würde mehr open world werden die open world reinpacken es ist es geht ja schon die richtung jetzt wenn das so will so ein bisschen ist halt die frage ist kannst halt nicht einfach also quasi aussuchen kannst welche reihenfolge ich glaube was viele leute wollen ist halt so einfach du nimmst einfach breath of the wild und packt pokémon mit rein ich weiß das wollen viele glaube ich ja wollte viele aber die wissen gar nicht was denn wir heute wissen gar nicht was sie wollen das ist nicht gut das kommt vielleicht auch noch zu ich glaube das größte du bist voller und dein punkt unser level 60 und die liga ist level 80 liga ist nicht level 80 nein das wäre halt kacke das heißt das wäre zu match das sage ich also wenn wenn ich vor so einer sohn stehe das ist das hat mich auch bei kolosseum aufgeregt mein team ist level 40 und dann kommt ein gegner mit level 60 an was denn wenn du hast beziehst du dich denn jetzt gerade überhaupt ich bin ich verstehe gerade den zusammenhang nicht was für mich geschrieben hat ach so also du bist quasi von der liga gibt in der liga ist aber level 80 sowas finde ich halt ach so okay okay das wäre einfach nur dumm dynamisch level ganz weißt du welches spiel das richtig geil macht und zwar ich habe jetzt hier das race the evil 2 remake gespielt und da gibt es ja so eine sogenannte ad adaptive difficulty die das spiel so schwer macht wie gut du halt bist bist du besser macht es dir schwerer bist du schlechter macht es dir einfacher ich könnte mir schon vorstellen dass sowas auch funktioniert aber hey das wäre einiges an aufwand es gibt ja auch diesen hack wo du in der zweiten stelle wurde quasi auch dynamisch die trainer und alles sind also dynamisch wäre vielleicht würde es vielleicht schon so was sinn machen das ist einfach egal gut außer du bist halt auf level 100 dann ist daheim wahrscheinlich alles auf 100 also bei den hack ist es so dass du je nachdem kannst du hast open world tatsächlich und je nachdem welche arena du machst desto und also angenommen gehst du in die wasser arena und die arena trainer ist level 20 dann kommst du den nächsten router dann sind die trainer alle auch um level 20 noch was aber eher hingehst du nicht schwächer du machst halt wirklich du könntest dann könntest du halt schon open world machen die letzte arena für level 80 oder so keine ahnung ist nur als beispiel und wenn du halt als level 10 bis bringt dir das halt nichts was halt gefickt octopass traveler zeigt wie es geht es gibt viele spiele die das gut machen ich hau das mal kurz rein weil das spiel sagt mir nichts oder es gibt halt auch ein pokémon hack der das macht irgendwas wollte ich nach euch wollte ein item vergeben dann sieht es denn jetzt bei aus bei dir aus mit essen also ich rieche das essen schon das wird demnächst fertig sein dann verteile ich jetzt noch den letzten letzten item dann gibt es hier eine pause wahrscheinlich bis 17 45 ungefähr und dann heißt es liga und dann wie dann kein youtube wir haben wir haben eigentlich noch was vorbereitet aber das kommt erst nach der liga die level kommen darauf an wie viele reden schon davor besiegt hast genau es gibt ja mehrere möglichkeiten wie man es machen könnte und game freak hat ja bestimmt playtester wo sie testen können welches system am besten funktionieren würde so auf jeden fall dass mit diesem es ist halt sehr statisch alles und das ist wahrscheinlich einfach das ist halt nicht wahrscheinlich das ist ein grund dann weiß ja nicht wie die sind schwert und schulden machen aber wir können darüber ja weiter diskutieren ich sage jetzt einfach mal so bis 17 45 und dann geht es hier weiter viel spaß auf arbeit am sonntag bis nachher dann vielleicht bis dann tschüss tschüss hi willkommen zurück jemand hat gemerkt dass aus dem stream aus war mit in der pause welcome back gamers yay aber ist ja nichts passiert also ist ja offensichtlich nichts passiert außer pausescreen oh mein gott ähm ich habe ja das ähm ich habe ja das ähm ich weiß ja echt noch gar nicht was ich mache und wie ich vorgehe also ich soll ich den lame start machen oder den 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 epic gamer moment und dann zu mir halt gut einfach rein nehmen und einfach alles durchbrechen versuch den dig the only run zu machen ja dann war so richtig mit gott und boost das glaube am besten ich schicke gott rein und booste ihn einfach mal gott heftig durch ich möchte nur tatsächlich ein bisschen lauter machen weil ich die musik hören möchte na klar lass uns die kämpfe aber gemeinsam beginnen ja ich brauche eh kurz hallo ja genau auf jeden fall will quasi hallo bekommen uff warte mal kurz in warte mal kurz 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 sekunde äh da ich ja jetzt ähm oh gott hab ich irgendwas da ich ja ich möchte dann doch den live off runter nehmen von gott wenn ich ihn hoch booste und gebe ihn dafür einfach so gesagt das geht immer ich sehe schon kommt das erste pokemon hat ähm robustheit naja es ist bei mir ist halt schlimm wenn sofort so verboten attacken kommen wäre es halt doof ich du das wir machen mal wieder das speichern das kennt man ja ja ich speichere im rahmen weil ich boards aus steel habe damn son also ganz klar wenn wir jetzt verlieren reset me ever machen im kampf normal ich denke das sollte offensichtlich sein falls das passieren sollte äh wenn wir verlieren das ist doch eine nasslock dann fangen wir von vorne an achso ich bin ich schon dabei ja achso aber auch nicht hallo willkommen in der pokemon liga ich bin herbardo von der top 4 schön dich kennenzulernen ich sollte noch erwähnen dass ich ein großer fan von käfer pokemon bin achso schreck sei nicht böse und hinterlich sein seht dabei sehr schön aus möchtest du wissen warum ich die herausforderung hier empfange nun ich will einfach genauso perfekt werden wie meine käfer pokemon also gut dann wollen wir mal sehen was du kannst äh gott wird bei der nacken mit live off kein leben ja ja genau ghostwriter novelle das klingt auch gut mit hundemon wow die haben beide uns hundemon what the fuck warte ey wir sind genau synchron gewesen so jetzt kommen aber die verschiedenen strategien jetzt kommt bei mir erstmal schön x spezialverteidigung zweimal Das ist schon Gamer-Mode. Mit vollem Magen fühlt man sich gleich zehnmal besser. Okay, macht Fokus-Sturz, ich weiß Fokus-Sturz, was viel Feuer ist. Meine einzige Wollertage, die ich besitze. Okay, die macht es nicht mehr perfekt. Dann mache ich jetzt 2x Ex-Anke-Abwehr. Ja, sorry, dass meine Campe ein bisschen länger dauern, ich spiele ein bisschen mehr auf Zeit, sorry. Mal schauen, ob ich es schaffe, bevor du 1kp Damage machst. Oh Gott, boosten, boosten, boosten! Dangelos, okay. Ich wette, irgendeine hat Robustheit. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Es wird kommen. Dann habe ich rege Gears und hau mit dem so auf. Digga, One-Hit alles, natürlich, One-Hit alles! So, noch ein x-Angriff. Der Digga ist einfach der Boy, ne? Hundemon macht wieder Lichtschild. So, dann fangen wir an, jetzt Psycho-Klinge zu spammen. Und ich habe es geschafft. Ich tue gerade das letzte Pokémon ins KP down. Geschafft. Sorry, dass ich das abmussten. Als ob du mit einem KP überlebt. Ich habe Genesung, okay. Mann, ich freue mich gerade voll, dass ich einfach mit QT durchrennen kann. Es ist einfach zu gut. Ich war so, oh, ich werde langweilig angekommen. Wir gehen in Toya. What? Don't drop this name. Niemand kennt, wer ist denn Toya? Wer, who is that? Weil ich bekomme es zu, weil ich noch den Antik-Kraft-Booster habe. Denn Toya ist tot. Niemand kennt. Lang lebe Rikovo. Rikovo. Heil Rikovo. Weil ich habe jetzt gerade nochmal zufällig dann erst noch einen Antik-Kraft-Boost bekommen. Soll ich warten beim nächsten? Ja, bitte. Okay. So, jetzt ist Hundemon auch besiegt mit dem Crit. Wer ist denn denn Toya? Also ich kenne keinen Endo mehr. Unglaublich. Shaking my head. So, wo sind meine Bären? So, jetzt kommt als X ein Aerodactyl richtig krass. Drücken wir auch nochmal richtig heftig Psychoklinge drauf. So, Level 51 by the way. Windschnitt. Weil er hat es einfach getankt, ja. Er hat es einfach getankt, der Arsch. Aber der hat es einfach getankt. Ich habe es mit auch plus 3 Angriff und er tankt es einfach. Diesel oder Benzin? Ähm. Wasserstoff. Bruh. Wasserstoff-Brennzelle? Mäste. Mäste. Vor allem Gott hat mich mein Level aberreicht. Schöner war ein Junge, der gestorben ist. Vielleicht bin ich auch einfach bloß schizophren und habe halt mehrere Persönlichkeiten. Und in einem Jahr gibt es den Toya wieder. Wobei schizophren sind ja gar nicht die, die mehrere Persönlichkeiten haben. Das sind ja mehrere Persönlichkeiten ist ja disziative Persönlichkeitsstörung. Nein, das gute ist, was ich dir jetzt sagen würde. Bin ich jetzt wieder befallen. Copy. Und was machst du so schönes? Ja, ich slay die Gegner nieder. Ich habe jetzt 200 KP. Echt, was du machst, ist nichts anderes wie ich. Nur, dass ich mich boosten muss am Anfang. Nur, dass du dich vorher ein paar Hunden boosten musst. Dass ab und zu mal auch zwei Schläge notwendig sind. Ab und zu. Ja, zum Beispiel hier. Es ist nicht so effektiv, weil es ein Stahl-Pokémon ist, ja? Äh, die haben die gleichen Pokémon. Okay, lol. Ich meine hatte auch einen Rasa. Wir haben es halt gleich. Also es ist ja derselbe Konfiguration, deswegen. Warte, warte. Hatten die jetzt die gleichen Pokémon? Ne, ne. Ich hatte zum Beispiel keinen Slymog. Hatte ich zum Beispiel nicht. Ah, vielleicht kommt es noch. Wir setzen die in einer anderen Reihenfolge ein. Hau dich selber. Aber die Typen sind ja schon mal anders, ne? Fadenschuss. Ah ja, Käfer-Arena. Aha, IC. Man muss doch noch irgendwie den Wurzeln treu bleiben. Das ist Top-Genesung. Einen der Arsch. Also Schlymog habe ich das, aber ich bin nicht gesehen. Also wir haben halt dieselbe Komplikationen genutzt, aber sie sollte schon unterschiedlich gewendet sein. Nein. Das waren Geräte. Dann haben wir noch eine Tychoklinge. Leben, Sula. Käfer-Arena. Du hast Käfer-Arena gesagt. Top-4. Käfer-Top-4. Sorry. Das ist aber auch verwirrend, weil es die gleiche Musik ist. Dann denkt dein Gehirn, du bist in der Arena, aber du bist ja gar nicht. Mal dieses scheiß Stahlraber mit. Das ist das Einzige, was mich echt stört. Warum haben die kein eigenes Top-4-Lied? Ich habe jetzt nochmal schon mal. Ich habe keinen Slymog. Eigentlich hätte ich schon mal richtig heftig Psychoklinge. Also... Flammtits machen. Machen wir mal. Es ist schon wieder ein Stahl-Pokémon. Es erklingt ja sofort daran. Aber dir ist alles ein Stahl-Pokémon. Ja, das Ding ist, Gott hat keine Feuer-Attacke oder keine Boden-Attacke. Riechsalz. Ich würde alles nehmen. Ich schaue jetzt mal, ob ich vielleicht Gott spontan doch eine Feuertage beitragen kann. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft. So, wenn wir die Wahrheit, die dich in uns versteckt. So in etwa? Ich denke, die dich von Conan-Navik-Hands. Na, 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 na. Nicht geschaut. What? Nicht mal ein paar Folgen? Ja, davon gibt's 5.000. Ja, ich rede ja von irgendwie, keine Ahnung, gibt's da Staffeln? Irgendwie von den ersten Dreien oder so, die ich geschaut habe. Und irgendwie gibt's nicht auch 5 Milliarden Filler-Folgen? Ja, das ist schlimm. Das ist nicht schlimm, die sind richtig. Manche sind auch gut, manche sind aber einfach richtig schlimm. Vor allem die Charakter sehen dann alle gleich aus. Staffeln. Nee, das geb' ich mir nicht. Ich mag eher so Animes, die so 24 Folgen, das ist so das Beste. Und dann eine abgeschlossene Handlung sind. Das ist... Das ist das Meisteste. Auch die Mangas abgeschlossenen weiß ich gerade gar nicht. Frage. So, dann heil mir mal. Ach, du bist fertig? Ja, ich heil kurz. Du hast aber lang gebraucht. Heilpuder. Komm, eine Limonade, ich hab ein bisschen damage bekommen. Ich hab keinen KP damage bekommen. Lucky you. Der Gegner hat keine einzige Attacke eingesetzt. Bruh. Ich muss da am Ende... Ich will irgendwas hier in dem Ball fangen. In dem Jubelball. Das ist dann kaputt davon. Ich überlege gerade, ob ich jetzt die Verteidigungsboost weglasse. Ich speichere jetzt hier nochmal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich gespeichert habe. Man kann nie genug speichern. Kennst du das? Du hast gespeichert. Lieber nochmal speichern. Ich speich... Das ist... Aber warum eigentlich? Ich versteh das nicht. Das ist einfach nur die Sicherheit. Weil das ist ein Paranid. Bist du bereit? Ja. So, wen haben wir denn da? Du bist ja ein niedriger Trainer, aber der aber Mumm zu haben scheint. Haha, ich heiße Theresa. Ich brauchst du geboten Pokémon. Nein! Will zeig dir da arbeiten, was du gelernt hast. War nicht ganz synchron, aber sowas. Lawrence ist das bei mir. Swimma, Ghost Rider! Enter on! Bra! Fast legit. Wäre das halt ein Boden-Pokémon dann. Oder ein Gestein oder was auch immer das ist. Okay, wir machen halt dieselbe Scheiße nochmal. Ich denke mal, das ist offensichtlich, weshalb ich die gekauft habe. Hast du deine AP benutzt? Deine AP aufgefüllt? Ja! Meine Yona Goubert hat dich angepasst. Oh Gott, nein, der macht Komprimator. RIP. Ich meine, ich habe auch X-Treffer gekauft, so sinnig. Damn, der hat für die fetten Pokémon. Ich habe in der Pokémon-Schule gelernt, dass... Ich habe in der Pokémon gelernt, dass... Das... Ich muss jetzt mal einen Pokémon aus der AP benutzen. Bruh. Weil der kommt... Der spamt halt Komprimator. WTF? Das ist halt der Big Brain Move von dem. Ich habe... Ich meine... Ich habe... Auch 25 Mal X-Treffer gekauft, so ist es nicht. Aber es wird halt länger dauern. Als wenn ich jetzt versuche einfach so ein Dose zu pokonen. Er ist besiegt sehr gut. Das war ein Drachen Pokémon, by the way. Ein Drachen Pokémon? Ja. Fresche Scheiße. Eigentlich tut es mir leid für meine Gegner, was ich mache. Kangama? Da muss ich mich jetzt hier set-up, alter. Komm. Äh. Ich habe nur 21 Mal X-Treffer. Äh. X-Abwehr. Aber wenn sie immer so seien es ist, inferstile rein. Ich kann nicht wissen, wie quería sagen, weil die quizzen vielleicht Messatt Bron того und auch nochavat. Baa. Ba. Ba. Ba Ba. Ba ba. Ba Ba Ba. Ba Ba … Ba 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 Ba. Weißt du was Schwers und Schild was richtig geil wäre? Wenn die ihnen den Randomizer Modus von selber schon integrieren? Als ob das in Internet neste macht. Niemíals. Niemals machen die das, aber es wär voll geil. Ich darf hinten heißen, der Hyperzahn macht Litovide, 10k Pindermisch oder so. So, jetzt ist Anax Angriff. Okay, ich hab's dann. Ich bin fertig. Ja, ich bin davon seid ein Pokémon, ich musste mich später setatmen. Den Schwimmer Lawrence besiegt. Ey. Ey, der Mast entwickelt sich, das wäre jetzt übelster Fehl, wenn... Mal wieder! Das wäre halt übelster Fehl, wenn sich den wirklich mal entwickelt. So kurz vor dem Champ. Soll ich den vor dem Champ noch entwickeln, dass ich den Champ legit mach? Jetzt den Kampfhilden macht Hyperzahn, ist doch super, ne? Und der ist ein Level über mir, ist doch geil. Ey, die sind halt so tanky! Also Arzai haut halt nicht krass Damage raus, ne? Ich bin jetzt absolut... Ja, das ist vorher tief. Ignas, oder wie der hieß. Ja, ich spreche aber von den Lämmen. Zeitende an Kangama. Danke, Schwing-Spezial-Verteidigung, danke. Das mit den Bären ist aber echt OP mit der Yonako-Bäre dann. Ich muss eben so auch gleich... Ich glaube im nächsten Kampf muss ich auf jeden Fall Psycho-Klinge wieder auffüllen. Die hab ich ja schon fast da nicht mehr eingesetzt. Fein Gott levelt auch richtig schlecht, der hat das ein Level erreicht, nachdem er den ersten Typen... Hallo Austaus. Komm, wir drücken halt einfach Flammenblitz immer. Das macht mehr Damage. In 96 Tagen kommt neues Pokémon! Ich war mehr Damage als die Gegner, das ist immer super. Wirbelwind... Nein! Man, ich größte Halbtraum! Nicht Peter! Nicht Peter! Nicht Peter! Nicht Peter! Nicht Peter! Nicht Peter! Oh, bruh! Wusste ich mich halt einmal ganz kurz mit dran. Weil, weißt du noch, dass es mir auch äh... Passiert, als ich ähm... Dings gespielt habe. Na? Oh Gott! Das ist einer Duell! Da hat mich auch irgendein Pokémon rausgewirbelwind oder gebrüllt mitten im Setup. Kurz nach dem Setup. Weiß ich ganz mehr. Halt einen Angriff getankt und dann... Yeah! Halt... Eintausend... Ja... Gibt nur Top-Genesung, der Arsch! Weil du mich rausgewirbelt hast, du scheiß Austaus! Ey, es darf halt einfach nur nicht später reinkommen. Der Rest ist egal. Der Rest passt noch. So, einen Angriff tränke ich noch. Oh, ich hab'n gemisst! Ernsthaft? Oh Gott, Anziehkraft! Nein! Warte mal kurz. Ah ja, ich bin ein Feuer-Pokémon. So weiss auch, als länger der Wirbelwind ist schuld. Big Bra-Moment. Ey, ich bin nur froh, dass Peter... Peter hätte einfach... ...hätte er sterben lassen. Ich hätte es so gefeiert, wenn Peter reingekommen wäre. Er wird Evoli einfach vernichtet. Einfach vernichtet? Ich hätte es auch geheilt, so ist er nicht. Eigentlich müsste man den Dicta-Only-Run dann zusammenschneiden. Ja, das kann ich ja machen. Das ist so mein Highlight. Oh, das war wirklich ein Problem mit der Bodenschwäche. Sehr gut. Yay, und die Sonne scheint. Ich hab deswegen immer irgendwelche Effekte bei mir sind. Halle Luxra. Hätte er bei mir auch einen Luxra. Das ist zu spät für die nächste Highlight. Den Anti-Kraft-Boost hatte ich schon, deswegen ist er nicht beim Gegner passiert. Und es ist halt richtig viel, die KP richtig langsam durch runtergehen. Durchbruch. Ist halt dein Schild zerbrochen, das nicht da ist. Naja, das sind halt die ganzen effektiven Attacken, ne? Das sind die ganzen Gesteins-Attacken, die er auf mich draufhaut. Und Wasser-Attacken. Und dann kommt der Drache-Sternenhieb. Ja, das trifft halt immer neutral, deswegen mach ich das. Und er kann möglicherweise einen Angriff boosten. Nach einer Feuertage wär schon cool, ne? Feuerschlag. Ah, jetzt kommt Entei. Oh, ein Legi, nice. Ist das ein Drachen-Pokémon? Weißt du, was das geilste wär? Ja. Wenn's so'n Typ Boden ist. Wenn bei Cynthia das Knack-Krack durch nen Mewtwo ausgetauscht wurde. Jetzt ist es ein Drachen-Pokémon. Es hat Farbwechsel. Damn, du hast es selber zu dem gemacht. Aber jetzt machst du einfach nochmal das. Fertig. Ja, ich wurde besiegt, aber ist kein Problem. Ist ja kein Problem, ne? Das ist ein Drachen-Pokémon. Das heißt, ich kann jetzt irgendwas draufhauen, was richtig den Damage drückt. Zum Beispiel kann ich mit Kim eine effektive Step-Eissertage machen. Wuchtschlag Mist. Jetzt kommt ein Step-Feuer-Odem-Eis mit Eisplatte. Ja, und wenn das ist, Entei nicht rausnehmen, weiß ich auch nicht. Entei hat's getankt. Jetzt ist es ein Eis-Pokémon. Und es trägt auch irgendeine Bäre. Wow. Als ob es das überlebt hat jetzt. Das hat überlebt. Mann. Dann mach ich's einfach noch. Halt, jetzt ist es ein Eis-Pokémon. Was ist denn sehr viel Kieft gegen Eis? Kampfattacken zum Beispiel. Mach ich halt ne Kampfattacke. Mein Genugset ist schön bunt. Jetzt ist es ja auch bestätigt. Robustheit und Polar-Backup hat jetzt. Oder Trugschlag. Ganz viele Trugschläge und so. Und Prior-Attacken. Gut, aber ich bin ja eh schneller. Naja, bei Prior-Attacken? Nicht. Ne, ich mein halt, wenn er jetzt hier wirst wie Brüller halt. Wow, du hast es auch geschafft. Ja, krass, ne? Panik-Speichern. Ten-House-Later. Hey, so lange dauert. Meine Kämpfe dauert eigentlich ganz normal lang. Muss ich mal ganz kurz sagen. Kann halt nicht jeder so ein krasses Pokémon wie ich haben. Das ist halt so. Ich spiele... Ich bin vielleicht sogar... Bei der normalen Walk-Tour würde man vielleicht sogar länger dranhängen. Ich kann nicht rennen. Ich würde gerne mein Fahrrad benutzen. Mal Panik-Speichern! 27 Minuten, by the way. Was? 37 Minuten Spielzeit, by the way. 27 Minuten? Damn, son. 3 Stunden, ne? Das wäre neuer... Ich glaube für alles wäre... Das wäre... Better Speedrun, vor allem wenn du es so legend machst. Also... Randomizer ist natürlich nicht legend. Hey Trainer! Ich komme... Ich konnte es kaum erwarten, dass du eigentlich hier auftauchst. Ich höre, dass du im Sonnenwinkel mit Volker gemacht hast. Dass dein Feuer für Kämpfen wieder entfacht. Daher brenne ich vor Freude, dir eigentlich einem Kampf zu begegnen. Wie du schon gedenkst? Vielleicht kämpfe ich mit Pokémon-Feuer-Pokémon. Zeig ihn an, Sweet. Heiß ein Kampfgeist in Hitze, das gewicht ist. Vor allem, der ist schon... Ich muss mal kohlen. Äh... Der ist eigentlich voll der wichtige Dude, aber der irgendwie taucht kaum auf. Außen der Liga halten, einmal kurz davor. Danach kommt der noch. Okay. Im Kampf-Areal. Dann greift der wahrscheinlich jetzt... Zaumselec. Wow. Ähm... Das Brauch-Beteiligung. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Schlitzer! Schlitzer! Aber Schlitzer macht. Er macht Schlitzer die ganze Zeit. Schlitzer, Schlitzer. Dann werde ich wegkritten. Selbst ein Crit reicht nicht. Jetzt kommt ein Crit und es reicht. Schlag mal. Ich halte mich ja mit Segesang gleich wieder hoch. Schaffen wir noch Level 70? Level 70? Achso. Mit Champ vielleicht? Du hast noch 2 Gegner vor dir. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ja, der Gesang ist halt nur... Ist halt... Phoenix sagt es echt nicht, weil der Versuch zu... Vielleicht auch nicht. Ist zu knapp. Das war ein Crit. Kann ein Guillotine eigentlich theoretisch kritten? Ne, oder? Das würde nichts bringen. Ne, ich sag nur, würde es theoretisch gehen. Ich glaube nicht. Das ist eine ganz besondere Attacke. Das ist ja quasi fixer Schaden. Stimmt, ja. 100% halt. Das ist wie ein... Gold ist Level 52. Ist süß. Es war Level 50 zu Beginn der Liga, ne? Ich kämpfe hier mit einem scheiß Diktat mich durch, ey. Yay. Ja, es geht. Kann Kritten. Lol, echt? Ich will nur wissen, ob es dann dran steht, weißt? Ja. Aus Interesse, weil an sich ist es useless, ja? Ich möchte es einfach nur aus Interesse wissen. Ich denke, ich werde gleich eine Lexier auch Psychoklinge benutzen. Upsi. Nein, oder Megane ist nicht ein Drachen-Pokémon, oder? Doch, Megane ist ein Drachen-Pokémon. Okay. So, it's the waiting game again. Man. Bam, 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 bam. Gut, jetzt kann ich auch mal den Stream ein bisschen schauen. So wie du spielst. Sonst bin ich immer so auf meines gefocust. Du Genesung, what the fuck? Das ist doch so sehr, wie langsam die K4 runtergehen, selbst wenn sie dieser Match macht. Megane ist so tanky. Ich bin jetzt bloß zwei Angriffen zur Information, ja? Ba-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam! Tangoloss, oh je. Ah, warte, das hat eine Gesteinschwäche gehört. Ich erinnere mich. Das hat eine Gesteinschwäche. Ah ja, und Tagel. Aber es trifft sich selber mit Tagel, deswegen. Patronenheb, okay, das macht vielleicht nichts. Watch this damage! Ist ja ungeboostet, aber hey, was soll's. Das ist sehr effektiv. Jetzt die Frage, ob das mehr Damage drückt oder ein physischer Angriff. Patronenheb. Bei mir hat das auch ein Tangoloss. Ja, die Pokémon sind schon ähnlich. Also, Simultans, Twang, scheinbar gibt's ja nicht so viel Auswahl. Ja. Aber wo ist Mewtwo? Ich würde gerne echt die ROM auslesen, um zu wissen, wo Mewtwo ist. Welcher Trainer das hat, meinst du? Ja. Nicht welcher Trainer, sondern wo man's fangen kann. Weil wir haben ja den Catch-em-all-Mode, das musste ja irgendwo sein. Ja, das muss irgendwo sein, das ist richtig. Es versteckt sich vor uns. Ich weiß noch, feuerrot gegen blattgrün. Ja, also im Vertania-Wald, ne? Im Vertania, im fucking Vertania-Wald. Ja, was ist das? Ja, ich denke mal, ich sammle gerne Käfer-Pokemon-Minion. Sag ich, du 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 du. Das war schon lustig. Ja. Aber Maidon hatte die auch bei mir. Also, denen soll der davor an. So, Maidon macht Sonntag, okay. Ich denke, man habe ich jetzt gewonnen, weil ich den jetzt mit so Angriff rausnehmen werde. Dreimal beschwingte. Ist jetzt ein Feuerangriff, ne? Boah. Feuerangriff wäre echt krass, ne? So einen, der trifft nicht so wie das Fokus-Stoß. Und dann gibt's ein Anime, das ist eine gute Szene, wo der halt auch Fokus-Stoß machte, zehnmal, der Gegner sitzt einfach nur da und die gehen allen daneben. Gott, hat der immer noch eins? Top 10 Pokémon Moments. Kapaloris, okay. Zito Klinge. Eierbombe, Mist, sehr gut. So, jetzt bin ich wieder voll, nur weil ich sie gesagt habe, das ist super. Gott, da reicht er mit 53. Gott hat Efekander im Anime Arcane gerufen. Ja, die Szene kenne ich. Aber ich glaube, ist das auch im Japanischen so? Ich glaube, es ist ein Übersetzungsfehler. Es ist ein Übersetzungsfehler, das wird wahrscheinlich echt nur in Deutschland dann so sein. Eng Amerikanischen. Ich glaube, wo das war. Hier, ich nehme mal eins meiner Elixiere. Ich fülle die AP von Gott wieder auf. Macht Sinn. War ich jetzt irgendwie Damage? Nö. Das war im Englischen, ja. Dann war das wohl ein Übersetzungsfehler. Trip-Lokalisierungs-Team. Na, die Eberlatsamen haben jetzt überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Oder nur rudimentär. Ei, schade. Ja, aber es kostet viel zu viel Geld. Ist du bereit für ewigstes Duell? Ah, gutes Timing. Ich habe gerade dein Buch beendet. Erlaube mich vorzustellen. Mein Name ist Lucien. Ich bevorsuche Psycho-Pokémon. Ich muss schon sagen, ich bin von dir ganz angetan. Dass du es so weit geschafft hast, beweist mir einiges. Man sagt, ich wäre der härteste AP hier. Du siehst, für mich gilt es, einen Ruf zu verteidigen. Ich werde dagegen nicht also Vollgas geben müssen. Almus. Almus Simutan. Bob, by the way, einfach nur. Aber ich habe bei mir gar nicht geschaut, wie er heißt. Warte, an. Die ganzen Ghosts weiter hier. Mit Caglior. Caglior und dann mit Gefahr, also eine ähnliche Stärke laut Strom. What up, Gamer. Finde ich interessant. Hilfe ist ein Pädo. Du weißt ja nicht, wie alt er ist. Ich sehe auch aus wie 40, obwohl ich 21 bin. Tja. Ja. Ich habe Tough Life Fusion. Immerhin ist meine Stimme nicht so richtig tief oder so. Was machst du von mir? So, Ege. Also in so einer Band machen, machen wir diesen Krön. 18. Das kann man doch bestimmt herausgoogeln, wie alt er ist. ja das keglo macht halt dinge ist halt beim wendelmeister gut da weiß man genau der gegner hat keine strategie der drückt gerade nur wendelbuttons die im kraft macht einfach nichts habe ich achso ich hab die alle nur um 10 erhöht okay was soll es ich glaube irgendwas ich muss den den rivalen ein bisschen anders machen denke ich mal rivalen denn den champ das ist der vierte oder ja danach kommt champ aber ich habe halt nicht mehr so viel konto die kraft ja die elixir die alp ist ja nur um 10 ist mir aufgefallen ja nein ich will ich will ich will nicht auswechseln die obwohl die langweilige pokémon bei mir der langweilige scheiße ich hab'n keglo und ich meine viel langweiliger geht es gar nicht mehr das ist nicht mein starkes pokémon allgemein ich möchte sie so ein komplettes legi team haben empolion hat er zum beispiel bei mir ist auch ein starkes pokémon oder klinge weißt du was ich disrespekte den gegen den schämtern den ich mit dem stadt der pokémon das mache die bären anpflanzen war echt sinnvoll das war der typ vorgeschlagen der geheult hat dass es keine nasslock ist aber danke dafür ich müsste so ein commande nasslock einführen in meinen chat commande nasslock also wenn ein nasslock auch so durch einen mandel eingeht was ist das gar keine nasslock oh mein gott dann dieser screamface muss schauen ich glaube hier startet eine cutscene deswegen bleibe ich mal hier stehen das raum design ist ein bisschen langweilig von der liga hier diesen jabs im angebot kommt wohl teckel von gast ja sieht aus wie so ein lidl markt hallo was möchten sie gerne haben das macht mir gerade so wenig damage flammplitz das wieder lidl lohnt sich trinkt mal was einfach so im kampf das ist eigentlich spruch von rewe immer gern oder so irgendwas mit dem früchen nehmen es war edeka edeka real ist einmal hin alles drin ihre staatsleute für lebensmittel also wenn das verspruch ist ich weiß noch als wir kinder waren haben wir bei real immer gesagt einmal hin drogen drin und das fanden wir so lustig wir haben uns da wochen lang einfach nur tot gelacht obwohl es eigentlich so unlustig ist und als kind war man einfach viel einfacher ja ja kinder sind top genesung ok einmal hin drogen drin oh mann uns gab es mal ein multi kauf sagt ihr das was ne so ein riesiger laden also ein riesiger lagerhalle kannst du halt so schreibt zu schreibzeug kaufen ok garten zu behörden riesig schreibt super garten zu behörden also gar nicht mit und halt so einfaches werkzeugzeug und sowas das ding ist der laden war so riesig und hast du gefragt das war halt auf dem dorf so ein bisschen das ist ein riesiger lad mitten auf dem dorf und die haben halt richtig hart beim personal gespart in dieser riesigen halle war natürlich eine einer verhalten werden ja und die hatten an der kasse also es waren irgendwie zwei kassen aber es wurde halt immer nur eine war eine offenweise das war kein sinn weil sie eine fahrradklinge befestigt damit man klingeln sollte damit sie mit der verkäufer vorkommt all das macht kein damit was ist ein stahl pokémon tisch wer hätte es auch anders gedacht ich muss glaube gottheilen multi kauf und da kam dann relativ an das halt unendlich leicht aus dem grund für irgendwas zu klauen was hat einer nur da wenn du nicht klingelt hatte nie mitbekommen weil er konnte der war wahrscheinlich stehen hat er hinten hat irgendwas eingeräumt weil er alleine war und so hast du deine menschen finanzielle neben dahin willst und alles geklaut hast also ich nicht aber so kam der name multi klaus zusammen als die zeit blocken läuft raus und literally nobody kehrt merke als mal jemand bei der inventur freuen die sich dann ein eine person für eine riesige halle niemand an der kasse irgendwo im nichts laden sich nicht gemacht auch zurecht denkst du halt nur so welcher geiles welcher vor hauszeit das zwar kalkuliert aber nicht bis zu ende gedacht dass es halt schief geht ist halt klar meistens hat geklingelt dann hast du auch gut fünf minuten gewalt bis der eigentlich voll kam ja also hat gar nicht gehört ich meine das war eine fahrradklingel der an der kasse befestigt war in der scheißkasse mit fahrradklingeln aber ok ja multi kauf das wollte ich nun mal so als anekdote die klar die frage noch wie alt warst du da also schon ein kindheit und da darfst du dich extrem gut so ich werde den revan jetzt ist respekt dass ich den revan fallen und ja ist nicht sein rival ist sind ja als seine zukünftige frau deswegen möchte ich sie mit kim besiegen da habe ich ein gutes gewissen dabei and before die nehmen das nativ auseinander ich werde jetzt erstmal zusammen gedanken ich werde halt selbe machen der hat einen india tome wunderwache level 100 sechsmal ich kenne deine schwäche die haben alle verschiedene typen aber stell vorsichtig wunderwache geist und licht willst du mich gerade dazu bringen ein pokum mal einfach ein sagen ich würde es doch feiern aber es kann mir auch passieren weißt ja ja dreimal robust halt und no prior tacken wenn du da bist wo ich bleib dann mal stehen dann laufen wir gleichzeitig dann los ok ok dann speichere ich mal ganz kurz ich stehe nämlich genau gerade 1 2 3 oh lol da ist doch noch eine tür mist ist egal einfach aus dem muttern hochgehen wie geht es voran danke für alles am gratterberg und alles in der zerwelt ich bin dir äußerst dankbar heirate mich du hast meine pokémon alle hinderndes überwunden heirate mich auch die hat es mir machen für euch kein problem heirate mich das beute ist dass du über euch eigenschwäche darin fehlt hast die fähigkeiten die du erlernt hast ich spüre förmlich eine ausstrahlung heirate mich du hast genug gerät lassen es kämpfen und es bist auch hier oder wenn du gewinnst heiratest du mich als champ der pokémon liga nehme ich hiermit deine herausforderung an heirate mich oh mein gott ja brah ich hab gänsehaut oh mein gott ich liebe pokémon platin du bist deine rentina dr scott dr scott mit einem skunk tank fuck ich hab gänsehaut man ich liebe dieses spiel tut mir so leid was ich gerade mache und du musst überlegen wenn wir das alles vielleicht schon in einem jahr in 3d sehen holy fuck holy fuck es wäre einfach nur absolut oh mein gott werde mich so gerne sind hier als freundin weil sie sieht nicht gut aus nicht so gut aus sie hat auch verdammt starke pokémon ja also ha bruh dann kann ich mit ihrer oma überall mich einen scheiß unterhalten ha die oma in elises deswegen waifu champ oh jetzt krieg ich auch mal einen legi ab das ist schon ein paar das ist denn ah lavados hat es auch schnarch das liebe ich jetzt bin ich paralysiert ok du bist ja keine robustheit lucky und keine bria vor allem keine bria attacken oder dass ein pokémon schneller ist ich geh jetzt hier vielleicht echt durch ohne einen kp schaden zu nehmen ist er wohl traurig irgendwie zwei pokémon hat sie noch ich muss die physik attacke kürt kommen musste ich ich gehe auf safe ich mache jetzt auch dreimal x verteidigung ja ba ba dritte x verteidigung schon wieder ein porygon die sind halt gut pass auf jetzt das letzte pokémon hat robustheit und nimmt alles von mir auseinander wie youtube robustheit zack alles tot und irgendwas richtig effektives gegen riege gigas pass auf jetzt kommt wumpel das ja immer nur es kommt was ähnliches wie wumpel oh boy oh nee oder von weisel ernsthaft das ist ihr letztes pokémon tschüss war nett mit dir we did the challenge es ist ja keine challenge es ist ein spiel das spiel nicht geschafft ich hab extra den text angefangen so eine dumme holzuse oh nein ich hab meine challenge nicht geschafft nein finalschlag oh finalschlag du hast damage bekommen ja versuch's nochmal ne aber diesmal ohne dikta wie soll ich das machen wenn das final schlag hat oh das ist so sad lass es entwickeln komm jetzt jetzt darf es sich entwickeln dikta du hast es geschafft mein mvp du darfst dich entwickeln jetzt bist du scheiße du hast es du hast dein soll erfüllt konntest du nicht sogar ich bin ich bin so stolz auf dich konntest du sogar nicht die tm konditine kaufen äh ich hab die nochmal dikta du hast es geschafft ja das abog ist halt nicht gut das haben wir schon gesehen dass es abog ist nein ich bin aber beim ersten gegner hab mich halt erstmal geboostet ich schick das gulltang zurück ok und schick bisaflo rein ok halt bisaflo war ein stahl pokémon das kann ich jetzt richtig zerstören mit eruption aber es macht blitzen oh what the fuck aber das scheiß blitzen bisaflo nein nein keine scheiß blitzen das rückt mich so auf doch herramport auf der box der effektiv ups das wollte ich nicht ich würd nicht att zwei er braucht vor lange vielleicht jetzt liegt der mvp vakuumwelle sehr effektiv eroption kann man noch surfer so wie es auch so ein bisschen passiert ich habe den clip gemacht mit den klicks angeschaut und ich warte mal noch mit dem text hier ja ist okay ganz gemeinsam angefangen wir wenden es auch gemeinsam ich bin so stolz auf mein dick da ich müsste mir jetzt dramatische rückblenden machen wie du dick da fängst und doch mal alles und dann so mein gott registriere hier ja da ist es übrigens ne ach du bei dir ist es da das fehlt mir auch noch werde ich das komplett ist alle regis gefangen weil es jetzt nicht in der ruhmselle eingelistet wird weil es jetzt aber ist du verstehst es nicht dick da wollte sich schon seit fast anfang an entwickeln jedes level wollte es sich entwickeln und ich habe gesagt nein ich habe es getreten dass es aufhört jetzt hat es endlich sein ich habe mein ziel erreicht dafür darf das sein ziel erreichen eigentlich die bestrafung dafür dass dort nicht einbekommen hat nein es hat es alles genau klinge jetzt macht er kaum damage okay dann drückt man nochmal surfer fun fact registriere hat in irgendeiner nation die hand zu schräg hoch gehaltert haben mit hans i'm killing me ich wurde in deutschland zensiert mit den schräg armen beides zu sehen der große stimmt ja das habe ich auch gesehen aber kim macht einfach weiter hat sogar minus 1 genauigkeit bestimmt ist aber kim ist einfach so op unser starter pokémon ja ernsthaft ist ein stahl pokémon gewesen oder irgendwas mit effektiv kampf kampf natürlich jetzt erreicht kim auch level 55 und versucht trachenpult zu lernen ist eine gewisse attacke ja dann doch nicht ne schade ich habe auch schon gibt attacken scultern kommt wieder rein erstes pokémon machen wir auch nochmals surfer gift blick ein wie das viel einfach schneller ist ich habe es bei sie aber trotzdem lässt sich aufgerätselt ja erst mal irgendwann rausgeschickt was irgendwie minus vier spezial angriff hatte wenn ich bin paralysiert und verwirrt aber er kann man ja weiter doch mal brah 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 Machen wir mal letzte Eruption raus. Antikkraft, okay. Katarabra darf sich nicht entwickeln. Genau, darf sich nicht entwickeln. Das war sehr effektiv. Eruption! Ist es ein Gesteinskampf-style Pokémon? Nein, es ist nicht. Okay, dann machen wir einfach Eisodeln weiter. Jetzt habe ich nämlich keine KP mehr. Keine AP mehr auf Eruption. Oh, ich kriege einen Antikkraft-Boost. Bruh. Komm, Gritte ist einfach weg. Ja, klar, okay. Katarabra wollte zu Turtok werden, mit saumselig als Fähigkeit. Ja, als Funfact, es gibt auch Turtoks, die nicht diese Fähigkeit haben. Ja, war unlucky. War sehr unlucky. Dann hat es nettes gemacht. Also, Riko hat es gemacht. Antikkraft. Ich hätte gern mein Team eh geändert, aber du hattest ja zu viele Sachen, die du brauchst. Guck mal, ohne Kim würde ich diesen Champ gar nicht schaffen. Siehst du das nicht? Ich hätte eigentlich das Fereligator rausgenommen. Aber du wolltest ja Arzerspalten. Ja, wirklich. Es war eine Pokémon, die drinnen bleiben mussten. Oh Mann. Natürlich. Jetzt habe ich es geparrert. Bitch. Jetzt stirb. Ist das das letzte? Das das vorletzte, glaube ich. Es reicht natürlich nicht, aber es ist full parat. Okay, das ist okay. Natürlich war es ja noch Top Genesung. Na, ich habe übrigens auch einen Arz-Sauce, aber das durfte ich nicht mit reinnehmen. Feuer ohne. Ja, dein Arz ist Level 6. Ja, damals hätte ich das mit rein genommen. Damals? Vor 5 Tagen. Ja, das ging voll lange, ne? Ja, so oft kann sich meine Tikkraft machen, falls ja nur 5 mal. Ja, das müsste gerade der letzte sein. Big Gaming Moment. Yes. Drachenklaue kommt jetzt. Das macht nichts. Okay. Äh, ist auch noch resisted. Hey, ich greife mit Step-Attacken an, ja? Krasser geht's nicht mehr. Gehe ich vielleicht noch mal die Paralyse. Ja, danke. Wow, nochmal die Paralyse. Ich habe übrigens keine Robustheit bekommen. Das kam nur ein einziges Mal im ganzen Spiel vor. Ja, zumindest bei dem Pokémon, den du gesehen hast. Ja, ja. Bei den anderen Pokémon hast du es ja nicht mitbekommen. Ja, ja, aber ich hätte echt gedacht, ich hätte damit mehr Probleme. Es kommt, jetzt kommt das letzte Pokémon, nämlich Lapras. Ich kann mich erinnern, jemals in der Ecke getrennt geworden zu sein. Boah, das ist ein Senpai, Feelender, Lapras. Ich wollte gerade sagen, wenn wir dann in 3D das Mega-Guard-Jobs sehen, aber ob es überhaupt Mega-Entwicklung im Remake geben würde, ist ja die andere Frage. Ähm, wahrscheinlich nicht. Ne, ich glaube, wo ist es nicht? Alter! Kim! Wow! Erstmal mit dem Chris, das Lapras ist aber 60 gewonnen. Hätte der stärkste Pokémon. Oh, Sam! Nicht? Level 60? Stärkste ist 62. Okay, dann habe ich es zugekehrt. Wahrscheinlich ist es vielleicht Stil. Seine Retina wurde im Sieg von ein paar Minuten, war es nur der stärkste Herausforderer. Jetzt bist du bereit, du stärkst alle Trainer. Wir sind unser neuer Champ. Wir haben Geld gewonnen. Das war ausgezeichnet, ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast dich stärker in deine Pokémon optisch mal ausgespielt. Toll! Du hast damit ruhiger und fester Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden bei dir eine ideale Kombination. Deine Pokémon können mit dir an der Leiter alle Hindernisse überwinden. Diesen Eindruck habe ich bei unserem Kampf gewonnen. Ich bin stolz bei der Grönung des neuen Champs von Sinn und dabei zu sein. Komm, nimm den Aufzug, nicht die Treppe. Für einen RIP Stromausfall und so, ne? Jetzt ist wieder hier ein Sonneweg Stromausfall, dann geht da nichts mehr. Mhm. Warte, warte, wir müssen das gleich nicht ansprechen. So, du bist hinterher? Ein bisschen. Es ist halt automatisch, ne? Ich kann da nichts machen. So. Der Raum da drüben, das ist die Rumushalle. Tipp, dein letzter Kampf war vorzüglich. Oh, guten Tag, Wurzai Albe. Hm. Das Kind, den ich in Fogodex-Projekt über den Fogodex bekommen habe, kommt es so weit, dass es ist selbstverständlich, dass ich Zeug seines Rums melden möchte. Tipp, ich soll dich nicht mehr Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ. Sind ja. Professor, Sie genießen immer noch das Interessmus ein Kind in ihrer Forschung bringen, nicht wahr? Tipp, hier entlang bitte. Professor Eike, kommen Sie bitte auch mit. Ah, ich muss synchron. Lang ist es her, dass ich diesen Raum betreten habe. Ups. Letzt weich ist ein Raum, als ich Champ gekümmelt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weichen her. Willkommen, Tipp, in der Rumushalle. 3, 1, 2, 3. Na egal. Oh. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Klick. Hier für ewig in die Erinnerung eurer bisherigen Abenteuer. Klick. Nun werden euren Namen eingetragen, deine und deine Pokémon. Klick. Vergesst nicht deinen Pokémon, deiner Partner. Klick. Zusammen seit den zahlreichen Kämpfen, denen ihr angewassen seid, was ihr seht. Klick. Diese Maschine nimmt den permanenten Eintrag eurer Eigenschaften vor. Klick. Klick. Ja, das war Almus-Synchfung. Vielleicht war Iber auch mal Champ. Oh mein Gott, sie haben es fast synchron. Almus-Synchfung. Willkommen nach Rus'Hears. Mokmokkim. Ortrude 201. Enma. Sedraking. Verwissende Fahrt. EneVoltek. Eegott. Seeder-Wahrheit, by the way. Wir haben es, Gamers. Wir haben es! Wir haben es! Ich drücke mal A. Na, was Albert hat ja natürlich auch durch die Top 4 durchgekämpft. Wir dings. Wir dings. Wir dings. Wir dings. Dig the only run. Ja komm, Alter, speichern wirklich. Wir dings wirklich. Bruh. Yey. Pokémon Platin, beste Edition. Es ist eine ganz gute Edition. Wir haben aber noch was für euch vorbereitet. Eine Kleinigkeit. Wollen wir das schon sagen? Was wollen wir denn überhaupt machen? Ich hab's vergessen. Pokédex. Ja, aber was dann? Ja, wir wollen Mewtwo fangen. Und es müssen sehen. Achso, stimmt. Aber wir werden jetzt Mewtwo noch uns anschauen. Genau, also wir werden uns gleich den Pokédex vollcheaten. Und dann schauen, wo Mewtwo ist und es fangen. Ja. Du hast ja noch Meisterball. Soll ich da einfach mein Zwei abgeben? Ich werd den Ding ins Ball werfen. Den Jubelball. Ja, das geht auch. Allklitter muss es schwächen. Und wann welches Level es hat, ne? Mhm. Wenn das irgendwo in der ersten Route ist, Level 5. Und wir so voll dran vorbeigerannt sind. Ah, das wird nicht funktionieren. Doch. Die Erinnerungen. Weißt doch, damals. Da hab ich mir Dothu genommen und dachte mir. Fuck. Was ist das für Scheiß Pokémon? Im Notfall cheate ich mir einfach das Mewtwo so rein. Ja. Hier hab ich ein Dothu genommen und. Weil bei dir kommen andere Szenen als bei mir. Auch interessant. Lol, es kommen einfach andere Szenen bei dir. Ist doch voll geil. Lol, es kommen komplett andere Szenen. Ja, weil wir aber ja was anderes gemacht haben. Lol, das ist welche Zeit. Also irgendwie mit Timecaps. Weil da steh ich halt irgendwo mit nem Nichtsensehen Item und du machst irgendwas. Aber wenn ich war schon wieder 10, ruht weiter. Das ist schon irgendwie das Statue. Ich seh die Antorns und du kommst gerade aus der Arena oder so raus. Ne, das war nicht die Arena. Das war diese Halle da. Lol und du bist schon wieder oben heute. Ich kenn doch dich nur mal. Hehehehe. Man sieht vielleicht ein Schema. Ähm, ähm, Hustust. Ne, so krass war der Unterschied nicht gewesen, ne? So krass war der Unterschied nicht gewesen. Ne, das kann nicht sein. Ne, kann nicht sein. Das könnte vielleicht sein. Ne, die Arena haben ja immer zusammen gemacht. Okay, das ist irgendwelche Random Screenshots. Ach, weil du länger gespielt hast vielleicht. Ja, wahrscheinlich deswegen. Das ist out of sync. Wien geil, dieses Pokémon hab ich gar nicht gesehen. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Pokémon Platin ist die beste Pokémon Edition. Jeder der was anderes sagt hat keinen Geschmack. Hi, ich bin Jiberium, ich habe keinen Geschmack. Ha, ha. Ja, wenigstens stehst du dazu, dass du keinen Geschmack hast. Ha, 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 ha. Ich nehm, ich hab's nur zu haken. Wen jetzt? Mir, oder? Mir natürlich. Eigentlich uns beiden. In jedem Fall. Mir stimmt ihm zu, dass ich keinen Geschmack habe. Keine Ahnung. Ich kann auch mit, wenn andere Leute sagen, ja, ich find Hardcore Socialist ist die beste Edition, kann ich auch noch mit leben. Aber wenn die uns sagt, ihr findet Pokémon Mond am besten, dann denk ich mir auch so, what the fuck. Der kriegt wohl mir ne Erinnerungschelle. Ne, wir machen nichts mit. Das geht halt gar nicht. Also hätten wir das normale Spiel, wir könnten das machen. Aber wir sind halt, wie soll ich denn bitte mein, mein, äh, mein Feuer, Elektro, Idevoltec abbilden mit, äh, mit Steigerungssieb und so. Und so was. Anderen Typen. Das geht doch gar nicht. Das geht. Die Attacken, ich kann die Attacken an andere Typen geben. Aber die Typen kannst du ja nicht ändern, oder? Die Typen und die Attacken kann ich nicht ändern. Nee, du kannst ja nicht, du kannst ja keinen Feuerschlag vom Typ Wasser da machen. Genau, das geht ja nicht. Sonst hätten wir es gleich gemacht. Sonst hätten wir es auf jeden Fall gemacht. Ich hätte am Pokémon alle in Ruhe gewusst. Alter, das Diktor hätte mich schon zerstört, ne? Das wäre ein sehr langweiliger Kampf geworden. Ja, das ist Diktor. Außer ich hätte es geschafft, Diktor zu besiegen. Also hast du eine Prio-Attacke? Ich überlegt gerade. Ne, ich hab keine. Die ganzen Fahrradmomente zu Hause. Ende. Das ist so sad. Oh mein Gott. So, wo stehen wir jetzt eigentlich? Wahrscheinlich zu Hause. Ja, das ist, ich weiß noch, ich hab das Spiel damals durchgespielt, als ich bei meiner Oma in Leipzig war. Ich lag im Bett und hab gegen den Champ gekämpft, gegen Cynthia. Und ich war so pumped. Das ist unglaublich. Ich liebe dieses Spiel. So, warte, bevor wir irgendwas machen. Bevor wir irgendwas machen. Okay, du gehst einfach schon runter. Ja, Lernquatsch mir noch zu der Mutter. Den Pokédex noch voll machen mit unserem Zeug. Ja, jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Ja. Jaja, okay. Jetzt können wir auf irgendeinen anderen Ort gehen, ne? Den wir aber komplett ignorieren, oder? Ich geh noch kurz zu dem schauen. Was willst du denn bei dem? Zur Ehre des Spiels. Okay, Heiko und so. Gehaster. Gehaster. Ist hier gar nicht. Okay. Wo haben wir? Na egal, dann ist egal. Also. Los geht's. Die Liste war ja ganz klar. Wir müssen zuerst den unteren machen, ne? Den voll. Genau. Und damit habe ich jetzt offiziell alle Pokémon im Sinnodex. Ja. So. Und dann müssen wir den erweiterten. den quasi das für Nationaldex haben. Yay. Super. Yes. Das Pokémon suchen. A bis Z. Was macht der denn jetzt? Äh. M. Nein. Ich suche mal M-N-O. Ah. Ja. Ja, okay. Da wird irgendwo jetzt schon Mewtwo dabei sein, ne? Ich hab's noch nicht gefunden. Ich hab's. Mewtwo. Das ist Methang. Ja, Gebiet unbekannt, ne? Das ist ein Geist-Pokémon. No! Ja, bei mir auch. Nein! Boah, ich sag dir, ich werde die ganze Route alles upgrinden, wie ich es finde. Ach, sag dich doch. Ja, man kann's mal probieren. Aber jetzt ist es, was vielleicht noch wichtiger ist. Warte, was, es wäre bei mir Gesteingift. Jetzt haben wir einfach nur, es wäre bei mir einfach ein Geist-Pokémon, ne? Hätt's gedacht, dass es einfach wieder mal ein Geist-Pokémon ist, oder Stahl. So, aber jetzt noch viel wichtiger ist. Pokémon suchen. A bis Z. Was war das? Nicht nur das erstmal, das kommt als nächstes. Äh... Name? Ja, aber A bis N war ja auch schon richtig, tatsächlich. Ninja-Ton natürlich. Wie kommt denn eigentlich nochmal nach da oben, hinter die Pokémon-Liga? Geht das überhaupt? Außenrum schwimmen vielleicht? Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr. Da war nur noch das Shaymin-Event, das kenn ich noch. Nach Tara ist beide wie bei mir von Typ Drache auch gut. Ähm... Ich bin mal eben kurz auf dem Klo. Mhm. In den Kader... Ninjatom ist von Typ Elektro einfach nur. Ah... Hä? Hä? Okay. Hä, hat wirklich nur ne Bodenschwäche? Nein! Was ist denn mit Pokémon, die ich wirklich gefangen habe? Ja, Nidoking hab ich da irgendwo gesehen. Nein! Schade. Naja, okay, jetzt wissen wir's höchstens. So, jetzt aber schau ich noch ein, was wichtig ist. Hallo? Hi. Und was schaust du? Ob ich mir jetzt noch ein Pokémon Platin alle TMs holen kann. Hier Action Replay. Dann möchte ich nämlich, ich will noch wissen, ob es meine Feuerattacke irgendwo gibt. Dann hohe ich mir noch kurz, ähm... We did it gamers! Ja. Natürlich ist das so kacke formatiert. Ich hol mir jetzt noch alte TMs und schau, ob da irgendeine Feuertage dabei ist. Das ist das Letzte, was ich mache. Ich möchte noch schon, ob in der Kampf, Ach ja, da gibt's ja auch noch Gras. Der Mewtwo ist... Ja, wir haben halt nicht mal gesehen. Ich mach mir jetzt einfach mal eine Speed-Taste rein. Kannst du einfach... Äh... So... Ja wunderbar. Raumschlag. Wenn ist ne Kammertage. Nassschweif. Unlicht. Konfusion. Gift. Wirrpul. Pflanze. Eishieb. Eis. Synthese. Ist ne Feuertage. Duplex. Wasser. Giftspitzne. Feuer. Riechsalz. Käfer. Gegenschlag. Elektro. Toxin. Boden. Komfustrahl. Pflanze. Psychkraft. Drache. Charm. Drache. Bodyguard. Unlicht. Kraftwelle. Stahl. Tarnung. Normal. Drachenpuls. Psycho. Wertewechsel. Pflanze. Schaufler. Eis. Wolf. Geowulf. Normal. Klingsturm. Boden. Schutztaus. Käfer. Eis. Kälte. Boden. Rundeauge. Wasser. Erstauner. Stahl. Finale. Boden. Erschlag. Käfer. Fuchtler. Drache. Aussetzer. Geist. Hagelsturm. Boden. Doppodrea. Psycho. Druckträne. Gestein. Schlafrede. Elektro. Übernahme. Psycho. Vergeltung. Kampf. Auswing. Unlicht. Metronomen. Hitzewelle. Wasser. Statustausch. Eis. Gewissheit. Boden. Kopfstoß. Gestein. Arorastrahl. Feuer über dem Eis. Abschlag. Drache. Itemsperre. Fugschuss. Rankenhiebstahl. Bodyslam. Psycho. Horrorblick. Gift. Teleport. Frostbeute. Elektro. Felsenwerfer. Naturkraft. Normal. Sondersensor. Käfer. Himmelsfeger. Geist. Durchbruch. Wasser. Blitz. Elektro. Eisenschweif. Boden. Blubstrahl. Drache. Heilung. Flug. Nachtzieb. Elektro. Schnapper. Elektro. Kehrtwende. Drache. Wickel. Normal. Psystrahl. Psystrahl ist Feuer. Oh, gut. Kann das Elevatek lernen? Nein. Okay. Lockduft. Drache. Hyperzahndrache. Lichtschild. Gestein. Luftschnitt. Von Typ Feuer. Okay. Nein, kann Marco auch nicht lernen. Sprungfeerdrache. Gesicht. Boden. Aeroas. Gift. Knochenhals. Psycho. Spiegeltrick. Pflanze. Mülltreffer. Pflanze. Donnerblitz. Normal. Bärengriffe. Geist. Lunatanz. Elektro. Scanner. Tagedieb. Wasser. Aufbereitung. Käfer. Schlagbefehl. Silberhauch. Geist. Und die beiden speziellen Feuertagen, die es gibt, die kann Elevatek nicht lernen. Das heißt, du hättest eigentlich keine Chance gehabt, da irgendwie einen Feuertage drauf zu kriegen. Nee. Das ist so sad. Ja. Was machst du eigentlich für doppelkämpfe gerade? Nee, ich mach grad die Arenaleiter, die du nochmal herausfordern kannst. Auch in der Kampfzone. Du bist einfach kurz hingegangen, klopft sie oder wie? Ja, ich klopf die kurz weg, weil nur so kommst du auf die anderen Routen da. Ich will schauen, ob Mewtwo es vielleicht hier auf den Routen hat. War der Typ gewesen? Ich glaub, der war hier oben. Ich wurde gewonnen, hätte. Attacken-Erinnerer. Ich schaue jetzt, ob der Attacken-Erinnerer mir einen Ball hat gegeben können. In Weideburg ist der. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Das hab ich damals versucht. In Weideburg am See. Ich hatte scheinbar nie die Chance. Eine Feuerattacke. Ob egal, ob physischer speziell. Ist das der Typ? Bruh. Ja, kommt halt kein Effekt mit sich raus. Ich bin nicht mehr da unten. Ich hatte das. Mein Rivale hat ein Lava-Doss. Der läuft doch. Aber warum hat er plötzlich einen Lava-Doss? Es ist halt gewendet. Man ist halt ganz gefangen als der Liga. Hier wächst sogar was. Hab ich denn angepflanzt. Bruh. Hey, wirst du das? Ah, ich hab keine Herdschufe. Neeein. Ja gut, aber ich glaub ich war da schon. Und der konnte mir auch nichts beibringen. Ich hab in welchem Level hab ich in jeder weiter gefahren? Mit Level 5. Okay, da hab ich definitiv keine Attacke verpasst. Lern denn Elevoltec noch Attacken nach Level 51? Nein. So. Lern Elevoltec nach Level 51 in der dritten, in der vierten Gen noch eine Attacke. Ja, es lernt hier wohl schon zwei Attacken. Hier steht hier Sonne-Barbons rein. Ja, mach ich ja jetzt auch. Ich will jetzt wissen, ob ich irgendwann irgendeine Art und Weise die Chance gehabt hätte. Ja. Ok. Ha. Die Routine hat zweimal hintereinander getroffen, trotz A-Bock. Nice. Es hält an, ne? Oh! Wow. Noch ein A-Zoist. Freitag ist mein Level 50, weil ein doppelt. Okay, immerhin hat's hier Legis, I guess. So. Oh. Ich hab's gefangen. Okay, äh... Ich muss mir alle Medizin-Items reinhauen, aber das ist ja kein Problem. Da sind immer auf mich dabei. Äh... Die Gäste ist eine A-Zoist für 50. Da sind wir übrigens immer noch schwächer als die meisten Männer-Pokémon. Aber interessant zu wissen, dass es hier schon mal A-Zoist gibt. Ich werd das Mewtwo noch privat finden und dann schick ich dir ein Screenshot. Kannst mir auch gerne deine ROM schicken, dann such ich bei dir mit deinem Safe-Game. Ja, aber da... Cool, musst du ja nicht jetzt machen. Ja, klar. So, wenn ich jetzt rechts und links mache und ich jetzt Beutel... So... So... Hatte ich ehmals die Chance? Das ist die Frage. Level 67... Simon lernt es theoretisch noch als eine Attacke. Doppelteam, ernsthaft? Das ist die krasse Attacke Level 52? Nein. Gamer Mode. Oh Gott, lasst mich doch bitte in Ruhe. So, Level 53. Es hat schon wieder zwei Mal hintereinander Guillotine getroffen. Ist doch krass. Das ist... Was hat's denn für ne Fähigkeit? Hat's die Fähigkeit bei Top behalten? Ne, vorhin ging's nochmal daneben. Nach 58 kommt die nächste Attacke. Feuerodem. Das ist ne... 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 Das ist eine Eisattacke. Okay, letzte Attacke Level 67. Ich hab wieder einen Wahlschall gefunden. Du willst Mewtwo einfach finden, ne? Marco versucht Knöchel zu erlernen. Ist Knöchel jetzt die Attacke? Das wäre lustig. Nein, Knöchel ist eine Pflanzattacke. RIP Damit ist offiziell Non-Step-Marco Ja, ok, komm ich da nach links? Non-Step-Marco offiziell Das ist so sad. Es ist halt verbannt, niemals eine Feuerattacke zu lernen, ich meine, es lernt Mewtwo auf Level 1 Feuerschlag Warte, wo krieg ich nen Herzschuppen sonst noch her? Ne, es konnte nichts Gutes, ich hab's auf Level 5 bekommen, es konnte auch keine Feuerattacke. Ja, Non-Step-Marco Dann wärs zumindest... Speziell Attacken, einen der Attackenhelfer meinst du, oder wie? Krass, Level 50, Alter. Glaub ich jetzt nichts anderes. Achso, du meinst es, ja. Alter, wir brauch' ich ja diese Punkte, die hol' ich mir jetzt. Ne, Non-Step-Marco reicht mit erstmal. Was lernst du denn überhaupt? Vererbung, das sind nicht so viele. Ne, das kann... Da geht... Ja, nein. Das Problem... Also ich hab' jetzt die Attackenlerner offen. Ok, es lernt halt noch 8 Attacken, mögliche Attacken. Aber das mach' ich jetzt nicht. Das mach' ich jetzt nicht. Ich würd' eh sagen, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir eigentlich done sind. Genau. Wir haben Non-Step-Marco. Sehr wahrscheinlich, das sind 99%. Äh... Genau, wir haben Mewtwo nicht gefunden. Ich find' das noch und dann mach' ich einen Screenshot und send' das auf Twitter für die Leute, die es interessieren sollte noch. Genau. Wir haben ein paar Meme-Bilder, ne? Also... Das letzte ist auch fast fertig, oder das nächste? Ja. Das ist das mit, äh, Staralili, ne? Ja. Ich muss noch die Typen hinzufügen. Ja. Okay, das heißt, hier geht's dann erstmal demnächst erstmal nicht weiter offiziell. We did it, Gamers! Yay! Ich komme voll am Huffeln! Ich schick' dir... Ich muss aufs Klo! Ich schick' dir die Datei. Ähm, gleich. Ich pack' die und schick' die dir. Können wir machen, ja. Dann noch ein schönes Restwochenende euch. Wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann mal wieder hier im Stream. Ja. Nächstes Wochenende geht's weiter mit. Komm wieder! Have fun, Gamer! Tschü-hü! Bye! Ss. Hgars2 .. 2 hg 2 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020